meine brüder ich bin zurückgekehrt zu einem neuen live stream wie geht es euch wollen können stream und champions league ist gerade am laufen aber mitbekommen villa real ist gerade anführen ich habe 10 20 20 bis zur halbzeit sehr gut auf jeden fall heute werde ich glaube es ist ein bisschen bisschen wissen 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 wie sie noch mal icon swaps ok ich würde mal sagen erst mal direkt im fieber reingehen ok let's go hey bro was geht's salamu alaikum alaikum salam welcome stream alles klar guten tag jato willkommen in stream wo sie ohne bruder jeden tag neue namen bruder was ist los mit dir was geht ab meinem bruder fabrizio welcome in stream alles gleiche ich war gerade mit meiner mutter und schwester linz bin gerade im zug auf dem weg nach hause war geil bruder kommen auf heil nach hause wie geht's deiner gesund bruder alhamdulillah gott sei dank mir geht's gut wie geht's dir toni wie geht's dir deine familie wie geht's euch allem beschäftige ohne bis muss die linie wieder im gesunden film modellini natürlich immer im gesunden film aber heute diese flasche und diese flasche müssen wir machen ok zwei flaschen mein bro ich verstehe die welt nicht mehr warum was ist los oder am lago oder freut mich toni freut mich toni freut mich habibi ich würde mal sagen ich mache mal eigens forks auf entspannt freischalten was muss ich noch überhaupt machen weil ob das ding ist am dienstag ich meine freitag werden jeden tag trotz 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 rauskommen also was ist trotz aber auf denen es werden sie überfüllt sein lieber jetzt noch diese eigenen swaps mitnehmen was ist das denn man kann hier auf jeden fall okay man hat auch genug zeit die kommen gleich von selbst gut champions für dich mls und cellesau ich würde mir cellesau auf jeden fall jetzt wird fertig machen wieder real mutiert zu welt team ich sag's dir matrix ab oder das ist vielleicht auch so in one season team kann sein dass die nächstes nächstes mal komplett so auseinander genommen werden adb kommt du dabei sie meinung zu situation wo dampf ist hier wollte teo wollte nicht dann ist tonale gekommen dann hat dampf ist tonale gefolgt er hat den ball bekommen und dann ab oder so was soll ich dazu sagen wo es halt ist halt der bin ein bruder deshalb der wie was ich halt einfach zu ding sagen würde zu dampf ist er zu unschuldig er muss auf jeden fall ein bisschen härter werden er kommt aus holland da sind auf jeden fall ein bisschen korrekte leute bruder da ist auf jeden fall ein bisschen so ein bisschen netter der fußball ist dort auf jeden fall etwas netter als in italien da muss auf jeden fall ein bisschen härter werden er muss ein bisschen dreckiger werden am fließt an sich eigentlich so der stabilste tier der stabil auf der stabil gebaut groß breit oder war kannst gesicht aber sehr weiches herz da muss auch immer ein bisschen härter werden dann geht es auf jeden fall ab morgen was geht was glaube jonas alles klar abwarten wo zwei halbzeit geht es los ich hoffe liverpool macht es ja das ist auf jeden fall fußball nach zwei chancen und vielleicht sind die wieder zurück man weiß nie die meinten zu dieser situation das ist kein richtiges milan der bieber es ist halt der bruder so ich weiß nicht also man sollte es sollte auf jeden fall heiß sein wenn man ein bisschen dreckiges fault man sollte auf jeden fall eins wissen im endeffekt die person die man fault oder auseinander nimmt ist auch ein mensch und stell dich mal vor man bricht in einem oder anderen spieler aus versehen sein knöchel sein fuß oder irgendwas das hat man ja schon öfters auch im fußball gesehen dann ist diese person die gefault hat die heult dann am in der merke oder ist dann geschockt was ist denn da passiert so man sollte auf jeden fall egal was man macht man sollte aber trotzdem noch ein bisschen menschlichkeit in sich haben würde feiern wenn ihre wieder gegen liverpool in die verlängerung geht ich habe eigentlich bock dass liverpool verliert ja keine ahnung so so ich bin eigentlich nie so fans von spanischen mannschaften und so aber irgendwie ich mag es man so diese so im vergleich zu also bei den beiden mannschaften die anderen dort sind ja auf jeden fall wieder real wenn die weiterkommen würden wäre schön geld wäre schon lustig würdest du sagen dass teo die rote verdient hätte oder das ding ist wir haben schon so viele spiele gemacht ich weiß jetzt nicht welche welche spiel du meinst weißt du wir haben schon in dieser saison viermal schon gespielt ich weiß jetzt nicht genau welche dings zu mainz welches game ich bin in neutral nur kein bock auf immer dasselbe weil was frische sehr jungs lag und aber immer sie habe ich supporten danke dir fabrizio beste mann bruder mit eurer liebe wir werden auf jeden fall diesen monat auf jeden fall einiges erreichen da bin ich mir sicher liverpool seit 20 jahren die jungs machen ist ja mal gucken oder mal gucken ach milan humor verstehst du auch nicht aber was ist dann passiert brauche für parejo noch sechs games mit spanien treffen dann bin ich fertig habe alle anderen drei aufgaben einer stunde geschafft nice hätte die situation schicken auf instagram bruder meinung zu bakayoko bro abgelaufen abgelaufen was glaubt die game meintes wenn team im finale sind dies oft meintes wenn team im finale sind ihr ist nicht so oft schaffen oder naja aus ich weiß hier soll das nicht sein oder so aber ich meinte so also wenn ihr wenn das so ding sein soll wie wenig zum beispiel bin von den beiden eigentlich es wäre mal geil der gewann so ein kleineres team oder so ein team was so unpopulär ist wenn die auch mal weiterkommen der gerne ist auch mal was neues sehr gerne naja gab es später viel spaß durch jungs die euro ja auch die auch amico und wir gehen mal hier rein was machen sachen leute und lasst uns mal wenn es geht direkt um die zehn likes von machen wir haben schon jetzt in den ersten fünf minuten sieben likes wenn es geht das ist mal drei likes wenn ich sogar mehr dazu nach oben pushen da habe ich schon mal direkt die zehn likes geknackt das wäre schon mal sehr stabil oben was das so geschrieben erstes gehen wir direkt so schlimm ab bis 5 0 normal gespielt dann hat er noch ein tor gemacht und dann kontrolle eingeklemmt ehrlich für die letzten sechs spiele mache ich das genauso ja mach oder mach an dich ja kleinen teams meinte ich dass die es nicht mal schaffen ja wenn ich will kaufe ich den fein leer wenn acht minuten sein zog mein zug nach hause kommt dann hoffentlich schaffen das hoffentlich bruder hoffentlich wie gesagt hoffentlich kommt ihr heil nach hause das ist sehr wichtig an alle die auf jeden fall gerade unterwegs sind kommt auf jeden fall falls sie noch nicht zuhause hat heilen nach hause warte mal wo ist meine ist dass diese brasilien team ist aus meinem brasilien team hier brasilia brasilia was ihre die wie sie pack ihre die wie sie pack wo ist das ist es auch diese es ist so wie diese dings elf mal 82 bloß und solche filme oder was ist das oder also wenn wieder real die james league gewinnt dann gucke ich nur noch conference league und über deinen tag oder meinen tag war tipptopp oder mein tag war top war nice war geil jetzt mit euch bisschen zeit verbringen bisschen interagieren bisschen fifa wissen dies wissen dass aus ihrer ihre divise wo sie hattest du schon mal einen unfall mit auto oder etc wenn ja wie kam es dazu boah ja ich hatte schon mal was ist unfall also ja ich hatte schon einige unfälle gehabt da ja einmal hatte ich da war ich in lübeck unterwegs in dieser stadt hatte so viele kreisverkehr also ich war schon noch sehr oft dort unterwegs in lübeck aber das eine mal wollte ich darüber gehen in den kreisverkehr und der bräder da halt gefahren ist wenn man aus einer wenn man in der kreisverkehr einfährt dann blinkt man nicht wenn man rausfährt dann blinkt man ok der bräder da im kreisverkehr war der geblinkt aber ist nicht da rausgegangen sondern es weiter gefahren ich bin dann halt reingefahren in die kreis also in das kreisverkehr und dann ist meine linke seite und seine rechte seite so aneinander angekommen also war jetzt zum glück nicht so gefährlich also autos haben natürlich bisschen daran gelitten aber ja wie sie halt dann kurz nach vorne gefahren haben an der seite gepackt und wir haben das auf jeden fall politisch korrekt angeklärt und der typ war sogar ein bulliger der war sogar ein polizeitiger aber so ein dulli fehler darf eigentlich nicht passieren und ja zu ps plus pack genommen ja ich glaube schon ich glaube schon wie bekommt man das ich glaube ich habe das da kam von seiner anzeige auf auf play sieht dann habe ich gedrückt kann sein dass ich das habe keine ahnung du musst 84 team abgeben und kriegs in ihre die wie sie packt okay lohnt sich das also habt ihr schon geöffnet was kann bei euch raus über geschleven was verkehr angeht heimat meine großeltern bin ab und zu da in der nähe oder lieber generell auch sehr rassistische stadt bruder damals ich hatte so eine phase gab bis 2018 19 mode linie ist in so vielen städten rumgefahren so generell norddeutschen habe ich haupts genommen der ich war die das überall uni du bist auch aus rahlstedt nambruder du bist auch aus rahlstedt oder nicht ich war letztens dort wo die war letztens dort ja auch sehr rassistische gegend tg full rassistische gegend aber auf jeden fall ich weiß so das erste mal wo ich dort war in lübeck das erste mal das allererste mal ich bin also mit meinem auto ich pack da vor allem das ding ist lübeck da gibt es gar keine parkplätze in die meisten parkplätze die öffentlich sind also was ist öffentlich wo man eigentlich so parken kann da kannst du nur als anwohner anpacken man muss entweder außerhalb der city parken und da muss 10 15 minuten ungefähr gehen damit auf dieser kleinen halbinsel da kommt in lübeck oder parkhaus ne ich habe dann irgendwo einfach so einen platz gefunden irgendwo in der stadt habt ihr auf jeden fall gepackt ich steig aus da ist so eine umi ihr guckt mich an direkt war noch direkt hat sie raus können du auch was machst du hier du scheiß hamburger weg was machst du in dieser stadt hier so ich denke so geld der geile empfangen ich bin hier meine geschäfte machen da ja ich will hier so meine geschäfte machen und sie empfängt mich so der geil hallo was geht dabei ist ja alles klar bei dir aber immer trotz gezogen aus ehre diese pack oder im wald stabilowitsch der scale bruder der scale wie geht es mir geht es gut wie geht es dir ist ja alles klärchen also mitbekommen mit hast du mitbekommen mit mannheim mit der polizei wo der mann verstorben ist ich habe da bis mitbekommen also ein bisschen ein bild im poster auf insta gesehen dass da keine ahnung irgendwas mit einer faust oder sonne aber auf jeden fall auf jeden fall unter wie viel ist der wert wer dem oder immer und ich habe sie h gezogen trotz android gg bruder gg muss auf plästigen store gehen dann wieder zu uns eingegeben darunter leider kann ich nichts weil mein ps bus geschert ist ja ich gucke mir das gleich vielleicht ich glaube vielleicht habe ich das schon sogar wer weiß ok ich muss eigentlich aussteigen oder wie gesagt kommen heil nach hause heute das auf jeden fall liebe da lass uns auf jeden fall die zehn likes voll machen auf entspannt diejenigen die noch nicht geliked haben gerne auch umgeben supporten ihr wisst selber liebe lassen sehr wichtig in der heutigen zeit und weil sie noch keine abonnenten set dann gerne auch ein abo da lassen lasst uns auf jeden fall wenn es geht heute die drei bis 800 die 835 knacken auf wie sie welche zwei hast du gezogen oder ich habe leider jetzt kein gezogen aber ich habe allerdings objekte von raspadori auf den auf süß wo weiß noch was gestern versprochen hast dass du heute machen wollte ist versprochen habe ich nicht bruder versprochen nicht aber ich wollte dir oder was ist dir ich wollte generell im chat was sagen ich werde ab heute ab heute keine teams mehr so im stream oder so anschauen weil das ding ist wenn man einmal anfängt dann kommt jeder so an und ich will auf jeden fall jeden gleich behandeln wissen ich meine ich glaube nicht dass der ein oder andere seine zeit verschwendet oder so auf den was ich mir jetzt vorgenommen habe wenn jemand möchte dass ich sein team an schaue irgendwie bewährte oder verbesserungen sei oder generell irgendwas anschauen gerne auf inser schicken oder gerne auf basis schicken ich schaue mir immer auf stream an und ich nehme mir sogar dafür extra die zeit weil ich mag es nicht so womit wenn der kopf woanders ist dass man irgendwie versucht da irgendwas zu sagen obwohl der kopf mit konzentration wo ganz anders ist so wissen ich meine keine halbe sachen deswegen 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 ab sofort auf jeden fall solche sachen mache ich nur auf stream auf insta wäre das sogar am besten weil meistens nach dem stream während ich alles aufhören bin ich auf insta check meine nachrichten ab und so da könnt ihr am besten mal schicken da check ich dann immer alles ab und das gute ist wenn man so verbesserung sagen möchte dann kann man sogar direkt auf screenshots von foot bin und so schicken oder verbesserung das wäre sogar entspanntesten wieso ich meine ab gerade den zehnten like geben ihre mann bruder sauber was das team jetzt nicht im stream was ich wollte was wollte noch einmal genau kannst du das einmal einschreiben ich habe auch das nicht mehr genau im kopf was so geschrieben hat es da war irgendwas mit der auswechselbank weißt du aber antoli duplikat trotz an trade gezogen aus 100 ohr duplikat wissen albern warte auf jeden fall ab bis demnächst eine gäle sbc kommt dann kannst du denen ja auf jeden fall dort reinballern weil zu drei politisten haben zu dritt auf einen auf ihn eingeschlagen und dann hat der anfall gekriegt und verstorben viel kraft für die familie 100 pro bruder eklavt eklavt oder sehr eklavt also ein like und abo da ist nicht die glocke zu aktivieren saski habibi welcome in the stream wo dann geiles profilbild tecker geiles profilbild pro die alles profilbild die katze ist zwar jetzt weg aber der hund ist auch geld egal ist klar ob ich antoni oder wähler spielen sollen und wenn ich wenig auf der bank ach so ok ok aber ich gucke mal gleich ich gehe mal gleich auf gut bin und dann gucke ich erwarte ich könnte das sogar jetzt machen weil ich steht 2 0 in führung kommen die kauf auf süß die nächste nachricht anpinnen was glaubt colin alles klar bei dir welke man ist trüben kann man das kann worauf wie hieß er noch mal antonin anthony anthony antonian so guter kollege von mädigen mit denen ich auch einige änderungen habe ich auch antoni leger leider ist ein ab da ist ein knaster ja ok hier ist antoni ok jetzt 53 das ist schon so eine sache hoch mittel ok was hat er bei eigenschaften außen riss um das tempo schuss werde joha pass werde klanken naja wir gehen wir noch einmal auf links carlos vela carlos vela herz 4 4 aber links fuß auf der rechten seite schon mal geiler wird sind auf jeden fall auch geiler hoch gering body tap average mit der große 177 ok was ist bei ihnen will was von der größte 174 und average okay kein großer unterschied ein paar zentimeter naja ich persönlich sage ich ehrlich sofort ich würde wähler benutzen was hat aber den eigenschaften außenriss schuss finesse sofort oder sofort wähler sofort wähler also wenn ich die wahl hatte zwischen beiden wenn ich jemanden einbauen könnte er los wähler zwar ist er nicht so schnell wie anthony aber die schusswerte sind geiler die passwerte sind geiler im werte gehen auch schon fit und die füße ist auch gut also recht völlig aus und wenn ich die wahl hatte würde ich den aber am ende kommt es sehr viel auch auf spielstil an wenn du ein skiller bist und du sagst so vielleicht mache ich mit den einen oder anderen skill move wenn ich seine karriere dann nimmt den links als erstes rein den anthony aber ich persönlich würde glaube ich mit carlos wähler anfangen und vielleicht später dann den antoni reinpacken weißt du vor allem auf müde beinen während dieses 98 space richtig geil weißt du und wenn der reinkommt sogar den ein oder anderen skiller im hof haushaut vor allem auf die müden beinen von den gegner dann geht er durch er glitscht sich durch weil es gut bei mir hat nur eine frühwarnung bekommen ich in mathe was läuft bei dir aber was ist das denn bruder was ist das denn was du meinst ich check das nicht so frühwarnung oder so was ist das aber ich hoffe alles tipptopp bei dir bei mir auf jeden fall der tipptopp für mich waren dass drei polizisten die rechts waren und was gegen ausländer hatten hast du so ne leute mensch ist mensch aber oder das ist ja das ist generell bruder dieses rassismus ne das ist das wird glaube ich nie aufhören so weißt du so und rassismus gibt es auch überall so weiß dass meine wenn jemand sagt er deutsche sind so oder rassismus gibt es überall so weißt du überall gibt es so dummen menschen schlechte menschen der ja in afrika gibt es das unter den dunkelhäutigen das gibt es auch in italien mit norditaliener süditaliener beziehungsweise mit sizilianer überall überall gibt es immer so einen grund dass man jemanden so runter so machen kann aber das ist auf jeden fall solche themen im stream vermeiden die wir selber so politische solche solche themen einfach vermeiden ist ja einfach gut weibs hier wichtig ist dass wir uns auf jeden fall nicht verändern dass wir auf dem gerade bleiben dass wir nicht stabil bleiben scheiße falle wir bleiben auf stabil wir haben eine gute ein gutes mindset egal auf 5 in mathe weil ich nicht lange zeit mit in der schule war wegen corona aber oder das ist kacke bruder mathe ist ein sehr wichtiges fachdäger und wenn man da meistens sogar eine schlechte note hat dann ist schwierig auch irgendwo seinen platz zu finden weil mathe ist so eine sache die brauchst du eigentlich überall versuch auf immer wenn es geht zu verbessern hoffentlich schaffst du das bruder spiele in der engen rote doppelsturm mit sahar ok da hat schon 15 muss ich habe antoni schon mit in das bodi abgegeben ok 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 kurz dank für deine meinung test im moment auch wähler der ist schon geld oder wähle als cool bruder also seine gold karten weißt du die gehen uns auf die nerven die gehen uns auf die nerven wenn man die irgendwo zieht aber wenn er eine special karte bekommt ohne scheiß ohne scheiß sogar geile karte also ich denke mal wenn er zum beispiel irgendwann top 5 liege in europa spielen würde das wäre schon geldig also wäre dann leicht auf jeden fall einzubauen aber du hast eh einige icons deswegen wird das jetzt kein großes ding für dich sein er stimmt ich bin kartoffel ich bin tomate bruder und sie habe ich hoffe ich sie donnerstag kürz sonst kaufe ich mir den einfach oder es wäre gerne aber wie willst du denn donnerstag ziehen einfach normal los im packs oder ja ich glaube elite rewards als jemand da schon drin ist ich glaube da kann man nur die inform ziehen schon ein bisschen albern meine mutter wird morgen lehren überreden da sie mir dass sie mir drei gibt wenn ich mich anstrengen aber oder es ist schwierig weißt du ist schwierig von fünf von der fünf auf der drei zu kommen also wenn du das noch versucht für dieses schuljahr sehr schwierig bruder sehr schwierig aber gibt auf jeden fall dein bestes gibt auf jeden fall dein bestes und wenn nicht dann hoffentlich nächstes jahr weißt du hoffentlich habe seine gold karte und abgegeben dann ist ihr bruder der ist fluch schlimmste fluch ist sowieso atzerbi vor land oder jemines digger diese 83er dieses jahr sehr schlimm letztes jahr hat man sich noch irgendwie gefreut wenn man die gezogen hat aber dieses jahr die 83er waren einfach so gefühlt wie so eine 80er karte die hat einfach keinen wert auf den also es war nicht mal was besonderes aber würdest du in doppelsturm mit der schaffung schnellstil hat lieber wähler spielen oder generell generell das ist kommt sehr viel auf spielstil an aber ich würde schon war der bildschirm oder das spiel ich würde links nehmen ich würde auf jeden fall wähler spielen also der passt auf jeden fall zu meinem spielstil und so wenn du sagst du würdest mit 25 stelle den gegner auseinander nehmen nehmen denn auf jeden fall also dann spielt ihr auf jeden fall weißt du aber ich feiere schon diese eigenschaften die wähler hat der außenriss schuss angeschnittener schluss dazu noch flair hast du schon hammer und die werte die er hat diesen ja auch gut vor allem hat er noch 44 44 ist eigentlich so das was man minimum haben sollte und dann und dann so ab der 60 70 minute wenn du allerdings rein packt ein antoni mit seinen stabilen pace der form damit den skill muss respektlos auf den also eklig für den gegner meine lehren hat doch oder hat angst von meiner mutter hat letztes jahr war der letzte jahr hat es geklappt hoffentlich dies ja auch ja dann macht ihr diese unterdrücker filme oder was ich habe noch eine schularbeit und jede woche oder jede woche freitag so wiederhoben sollte nach plan funktionieren ja wenn du im plan hast bleibt auf jeden fall dran hoffentlich klappt das auch wenn nicht dann hoffentlich nächstes jahr you know what i mean was geht oder bude wurde 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 kann man das krim alles klappt er hätte wählen und fünf ständen skill muss hätte er die warte kette aber wurde der schön geil vertrauen mir er ist schon geil wie geht es wie geht es fahrer alles klar wird er wie geht es der wahl ich ins land der wöger 100 km wird ja ja einfach wenn er nicht gute liga noch hätte stelle mal vor er wäre so aus la liga stimmen vor la liga das wäre schon gut bruder heute war geil was bruder ist mein letztes jahr das ist natürlich aber das ist natürlich aber das ist natürlich aber dann auch über ein bruder hau auf jeden fall rein wenn es geht dann geht es wenn nicht dann nicht weißt du so ist leider das leben oder du holst er wiederholt nächstes jahr baby kommt dabei ok noch zwei siege zwei siege brauchen wir noch und dann haben wir die nächsten links leute diejenigen die neu auf den kanal gekommen sind vergiss auf jeden fall nicht zu abonnieren beziehungsweise ein leichter zu lassen wir haben die elfe die zähne schon geknackt aus uns jetzt auf jeden fall die 20 angreifen jetzt greifen wir auf jeden fall die 20 likes an let's go ein hier 80er bewertung wie nach dem team ein bock gegen die zu schwitzen oder wäre der brasiliener aus der liga und mit fünf ständen locker 700 ich weiß nicht oder weißt du was noch heftiger wäre franzose oder engländer aus der premier league am besten sogar irgendwie liverpool oder dann wäre der dann wäre der keine ahnung der wäre der größte mf oder aber aus ps blick kalkuliert trotz gezogen und alle trotz aus serie die sie erbricht und oder l oder das ist doch ein bruder das ist doch ein bruder natürlich jetzt nicht unbedingt die karten die man sagt die beste karte zum spielen die ist das trallala also alle so nicht für jeden mann aber ich würde auch immer mit dem klarkommen das gleiche mit kore aber oder solange man so eine geile zwischen gerade zieht ist das auf jeden fall nice bruder war kommen wir spielen vergehen weil er hat 79 bewertungen er kommen gegen den gehen wir ran wird schon wenn ich dann verlassen wir mal kurz abchecken ob die aufgaben auch sauber klappen ihr wisst ihr selber gab und zu man spielt und am ende hat man gar nichts aber sie ist zwei wins nach aber sie ist ab schon aber für september aber mit einer dreien matte schaue ich besser aus als mit einer vier jahr bruder es geht natürlich immer besser bruder es geht natürlich immer besser aber wenn es nicht geht dann geht es nicht so weiß dass meine ohne jetzt braucht ihr den vertrag jetzt braucht die der im vertrag amico was ist los das sind ein like und abo und ein abo und vergiss nicht die glocke zu spam lasmosi aus dem bau holen ehrenmann bruder ehrenmann bruder ehrenmann bruder ehrenmann bruder danke die hd line sogar mit einer geilen mit einer geilen schrift oder besser man müsste deine augen bekommen wir gehen man alle wir gehen man alle einen links einen vertrag der ja damit die uns nicht mehr nerven gabriel jesus aliska aliska taliska tele ist gern was geht ab was geht ab luke alles klar bei dir egal das super sub und habe aus verein gemacht also daher aber hätte mich für antoni am meisten gefreut ja klar bruder es geht immer besser bei jeder sache es geht immer besser wisst ihr es mein aber hauptsache man hat was geiles gezogen weißt du hauptsache an trotz hätte man gar nichts gezogen hätte man so innerlich gedacht dann hätte ich doch wenigstens irgend so ein billig trotz bekommen oder irgendwas wissen dass meine deswegen happy sein glücklich sein genau also den ps-produkt schon abgeholt ich glaube schon bruder ich glaube schon wurde ich bin mir da nicht sicher moses salam alles wird bro alhamdulillah brau alikumslam mir geht es doch wie geht es der kakashi alles er wisst ihr was man konnte verkennen gravenberg aus dem red pixie stellt euch mal vor man hätte den als red pixien können warum waren die nicht dabei also klar die wasser ist klar die müssten theoretisch eigentlich dabei sein der einfach da waren und die community trotz dabei aber nicht die ehre die wir sie trotzdem ein bisschen alban er sie ist schon aber kann sie ein bisschen soeben nachschauen hatte daraus zwei tops ja kommt wo kann man das machen oder was muss ich denn schreiben wo sie ich könnte auch diesen tor ziehen aber zum glück nicht wie meinte oder unastal oder so was muss jetzt schreiben tiefe einfach wie vertreten jetzt ben habe morgen klausur und muss dafür fit sein alles jonas glück bleibt stabil wir sehen uns morgen bruder ok viel glück bei der klausur ja ich glaube ich habe das schon oder über 20 dann addons ok ich hoffe ich bin hier richtig oder also das muss ich einfach ups also nicht erhältlich das heißt ich habe das schon abgeholt glaube ich ne oder dritter fünfter ich glaube ich habe das schon das pk das schon ok stabil ok dann geht die bro ok mal die wisse selber ab und zu die kleinen gilis zu hause wenn die mal dran sind die sind ja mehr diesem diesen immer up to date bei sowas dann weiß man selber nicht ob man das abgeholt hat oder nicht aber ich hatte auch immer vorhin sowas gesehen bis morgen bis morgen rick ross bis morgen ob es nicht einmal ist nicht einmal ist der oder das paket keine ahnung deutsch ist ehrlich komisch der paket das paket ab oder lassen wir lassen aber bei englisch bleiben packs bruder ex bruder er geht dann aus ultimate raus und wieder rein ich glaube ich habe das schon bruder ich glaube ich habe das schon wir können das abchecken hoffentlich etwas genau so eine genauso im bild wie das halt dort stand die silberne pack nicht dass das so eine ähnliche farbe hat aber ich glaube ich habe das schon okay ich kann glaube ich nicht mehr weiter gehen aber ich habe das schon glaube ich safe das habe ich safe und wie mein ding hast du schon geöffnet nein geöffnet habe ich nicht bruder geöffnet habe ich noch nicht jojo hängt jetzt ich glaube die fängt einfach okay doch nicht zum glück zum glück okay zwei und noch zwei und noch und dann haben wir auf jeden fall dings dann haben wir auf jeden fall den nächsten dings nächsten swap ich hole schon mal dings und champions ab dann zwei mls und dann wenn ich einmal lässt und erzähle zu hause die brasilianer wo sie anonym anonym baby welcome to dubai ok 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 ja zwei willst du mit brasilianischen teams in squad battles dann haben wir auf jeden fall den nächsten und das werde ich wahrscheinlich morgen versuchen wobei serie trotz wird bei dir so ein großes pack opening da sein ja bruder ja das stimmte aber ich habe auch vielleicht überlegt damit ich nicht so nicht dass wir die komplette woche irgendwie nur packs öffnen dass wir viel dass ich sogar vielleicht einige packs bei liga öffnen weißt du da könnte noch gerne sachen dabei sein aber ich werde auf jeden fall aber ich hoffe dass das ist player picks gibt es bei liga bei serie trotz und dann wenn es geht 30 40 50 so viele pix es gibt sogar werde ich auf jeden fall machen oder war dagegen die wollte ich ja spielen genau weltklasse kaum nachgezogen aus dem pack perfekt abo bruder android erst antreten aus diesem pack wenn ja stabil jetzt musst du dir nur einbauen es musst du den nur einbauen wird der bau den einbruder oder den bitte ein hinter gastriko liverpool nehmen wir mit der gabin steht es gerade allerdings wie viel steht es gerade bei dings liverpool wie viel steht es gerade bei liverpool und war 22 einfach 22 einfach 22 wir haben es aber geschafft der fabinho in der 62 minute und louis die erste hat 76 minute das heißt in fünf minuten sind die auf jeden fall zurückgekommen gesamtergebnis ist gerade 24 villa real und seine fans hier 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 aber die erforderung nicht der komplette ja 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 aber egal wo der geile geile spiele wurde natürlich wenn man den gezogen hätte so andere will man nicht dann hätte man auf jeden fall knapp 1,5 plus millionen aber egal leider aber ja leider aber krieg ihn eingebaut habe antony und eiken sie ja jesi bruder easy du hast auch einige coins nambruder so eine million hat so glaube ich ungefähr also freut mich auf jeden fall oder jetzt hast du auf jeden fall weißt du es auch theoretisch machen und diese briggs was auch geil wäre um was ich voll fühlen würde ich weiß nicht ob wie das bei dir wäre beispielsweise start also start formation ich glaube du hast ja auch 433 also start formation beim enden geben stellt man ja meistens um wenn du da 433 hast oder dein z m grabenberg dann rf antony und dann rv maserawi dieser marokkaner von ajax bruder die rechte seite erstmal alle geile green links alle tods alle mit dem gleichen trikot und alle stabile karten so weißt du das würde richtig brutal aussehen es hat einfach so eine aura so weißt du 1,9 gerade noch aber das ist easy easy peasy bruder easy peasy stell dir mal nur in deinem kopf diese drei spiele auf deiner rechten seite wenn das ein gegner bei der wl sieht okay wenn die da sehen dann wenn sie sagen die werden kurz schlucken der diesem okay auffassen der bris gefährlich der gefährlich wenn die noch lesen der briggs fc bruder dann verlassen die sogar wir wissen briggs ist ein mann erst gefährlich aber letztens dubai hat sich gesund es werte uns auf jeden fall sonnen ich freue mich schon nächstes jahr gibt es auf jeden fall zwei gute features in fifa zwei gute features wenn die gegner bei 00 oder unentschieden verlassen bekommen wie ein win und drei features sogar und er soll crossplay kommt das heißt wir können endlich gegen unsere kollegen oder leute aus der community mit unseren friends community spielen die andere konsolen oder geräte geräte und squad battles soll einfach nur drei minuten lang sein das heißt eine halbzeit ist sechs minuten das heißt man spielt zwölf minuten lang eine komplette partie das heißt nächstes jahr spielen wir squad battles insgesamt nur sechs minuten eine halbzeit nur drei minuten falls ihr euch noch an diesen modus erinnert ich weiß nicht mehr wie dieser modus genau hieß aber da war doch eine halbzeit nur drei minuten lang wissen noch ich weiß nicht was das war vielleicht war das bei future stars oder von bidey da konnte man halt auch packs freischalten also ist schon auf jeden fall besser aber vielleicht ein bisschen schwierig stell dich mal vor man spielt gegen irgendeine mannschaft so eiken swaps so keine ahnung so eine heiratet mannschaftige legende oder weltklasse von ballen die in tor und du schaust nicht zurückzukommen das wäre sehr ekelhaft stimmt perfekt danke für deinen tipp mache das jetzt aber bruder mach ich hab mal gerne denn ein bild bruder das wird brutal aussehen wie wie aber okay wir stehen hier drehen und in führung jetzt sollten wir eigentlich nur sauber zu ende spielen dann wäre der dann fehlt uns nur ein uhr und dann hätten wir den nächsten ich glaube mal so wie kostet doch bestimmt nix vielleicht wenn er was kostet dann nur wegen links oder sondern ich glaube ich gehe sogar kurz zu finden wir stehen ja egal 40 man kann auch entspannt auf gut bin nehmen wir abchecken was da so abgeht mazeraui er muss eher mazeraui der ruf fast wir uns 20 kabula kostet doch gar nix hier und 20 k also okay xbox oder glatt 24 aber 33 geht fit größer ist gut okay die work rates auf die muss man auf jeden fall aufpassen hoch gering den außenverteidiger nicht so cool hoch mittel oder hoch hoch sowieso am geilsten aber aber die größe body tablin ist schon gut was hat er mit den eigenschaften leer okay kann man machen aber tempo reicht aus schuss werde reichen auch aus wenn er mal in der box ist könnte vielleicht sogar ein ding rein ballern aber die passwerte sind schon mal geil reing werte gehen auch fit bräger völlig für zöger für den außenverteidiger der offensiv werte und die physis stabil die work rates killen bis die karte bisschen nur aber wenn man da wissen links die die anweisungen anpasst dann kann man schon etwas noch aus der karte rausholen aber okay mazeraui wie viel kostet dienst gravenberg kostet er immer noch 1,5 oder wie viel kostet der gerade 1,6 und bei xbox 1,3 heftig pro du hast einen 1,3 millionen coins teuren spiel gezogen kann man antoni auf der 10 spieler bruder gucke ich mal wie seine passwerte sind antoni 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 also würde ich persönlich nicht machen würde ich persönlich nicht machen also bei mir ein zähler muss auf jeden fall einen guten langen pass haben kurzer pass also in der jetzigen zeit der minimum minimum 90 90 90 muss sein muss sein natürlich kann man damit arbeiten wenn man gut ist kann man damit machen aber sollte man nicht lieber nicht wissen meine jetzt sollte auf jeden fall der 10er muss auf jeden fall übersicht kurz und lange passen minimum 90 haben mini 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 muss deswegen würde ich das lieber abraten auf dem flügel ist diese karte am besten meiner meinung nach viele benutzen den ja auch im sturm würde ich persönlich eigentlich auch nicht unbedingt machen weil ich weiß nicht lieber von den außen her mit dem tempo ist es geiler er hat auch nicht diese physis für den sturm auch diese sprungkraft und kopfball aber kommt damit auch sehr flucht den spielstil an aber wäre auch nichts für mich auf der sturm auch hier ein rm dem man als zehn spielen kann ein rm als zehn bruder in rm als zehn guck mal wen es da so gibt's wen es da gibt's ich glaube dings kann das eigentlich sehr gut machen kannst du petro bruder der erste vision messi hetero messi an sich natürlich auch sowieso messi in game auf der 10 wie besser als auf den außen ich habe petro geschrieben und konnte nicht raus da ist er da 54 k er hatte glaube ich vielleicht ja der hat auch ein upgrade bekommt tempo reicht aus schusswerte sind geil passwerte ok nie der lange pass ist 82 aber aber das gute bei dem ist natürlich was ein game changer ist diese week futz es hat ja gar keinen großen upgrade bekommen aber mit dem engine würde ich das glaube ich trotzdem machen weil die net shot außenriss schuss man könnte mit dem auf jeden fall auch viele schüsse reinballern aber zur not einfach ein messi als du den einbauen kannst ein messi geht auf jeden fall fit tempo reicht auch viel z m aus aber sollte man natürlich wenn es geht upgraden aber auf den stabile schusswerte stabile passwerte das braucht man auf der 10 diese übersicht diese passwerte und er hat auch die er hat auch stabile eigenschaften außenriss schuss angeschnittener schuss der hat alles gegen die kürze ab ja komm was hat er was hat er was hat er will er hatte kurz hoffnung jetzt würde kurz hoffnungen verlieren jetzt ja ja habe ich auch von abgecheckt oder wo sie waren streams zu freitag bruder ich denke mal ich werde ich werde auf jeden fall früher am start sein ich werde nach inter spiel am start sein inter spielt da um 18 45 war mal kurz 18 44 inter spielt um 18 uhr 45 das ist ja der freitag 18 49 das heißt eineinhalb stunden eine halbzeit dauert 45 minuten das heißt 19 30 wäre halbzeit 15 minuten dann halbzeit 19 45 dann die nächste halbzeit ich wäre ab 20 uhr 30 wäre ich am start das heißt ich glaube spätestens spätestens 21 uhr einfach aufrunden weil wenn das spiel vorbei ist die mal daumen bis mit verlängerung und so vielleicht wäre das spiel um 20 uhr 35 oder 40 vorbei dann kurz tampen machen die ganzen in den ganzen stream unsere vorbereiten so spätestens wir unten einfach auf 21 uhr wenn nicht dann vielleicht sogar ein paar minuten früher als je nachdem rm und 5 star skills oder wurde das ist jetzt das ist jetzt so eine sache bruder dann guck lieber war man sonst machen wir gleich am filter wenn es da gibt es von also ca 21 21 uhr also spätestens 21 uhr spätestens 21 uhr aber kann auch sein dass ein paar minuten macht titel 75 mal 80 player picks von kakashi ab oder ich guck mal ich werde wahrscheinlich dings reinpacken bruder ich werde wahrscheinlich dings reinpacken du weißt ja premier league potts ist da die neuen spcs und so aber in der beschreibung werde ich das machen und vielleicht auf tampen will ich schreiben 75 mal 80 player picks ich muss gucken wir gucken auf jeden fall war marke kürz haben die schon nicht letztens abgecheckt aber aber es hat doch nicht genau kommt ihr bruder allrounder bruder kommen diese passwerte hoes messi man wo ist messi angeschnittener schuss außen schuss hatte auch wer ist messi bruder wer ist messi geile spieler mann so sieht aus wisst ihr das bros gibt sie mir wenn ich sehr sieben ziehe oder komm hamburg ich gebe dir in dünnerteile aus und dann trinken wir in smoothie aus den gleichen bechern mit zwei strohhalmer drin ok und danach nehme ich dich zum fitness mit bruder dann sorgen wir dafür dass du erst mal so dass du ein bisschen so muskelkader bekommst aber kommen wir machen noch ein spieler gucken wir uns an dann gehe ich für den game rein ok also dann spielte ich auf jeden fall meine sport battles partie weiter weil die wollten rm suchen rm rechte seite wie gbg budget ja so ein spieler wo sind die stats haben wir hier auch die sterne angeben hier sterne fünf sternen skills fünf sternen skills und dann gucken wir mal ich habe ich für unter 50 k 1 schnappbar 100 pro oder deal gerne bruder auch so oder wenn du auch nicht sie ist wenn du auch nicht sie ist kommen hamburg oder kommt ihr nach hamburg ihr bekommt auf jeden fall liebe wenn es zeitlich passt und so sehen wir uns gering schau wir gucken wie der was sie werde der hat auf dem bruder gerincha wenn du den holen kannst oder auch von swaps wenn der noch da ist glaube ich will ich glaube nicht mehr oder aber gerincha bruder könnte man erzählen spielen gutes tempo schuss werde gute passwerte auch alles passt auf jeden fall keine gerne schuss eigenschaft aber da muss er die bälle verteilen das macht er auf jeden fall mit diesen passwerten machen war es auch unter einer millionen ja würde ich nicht machen auf der 10 würde ich nicht machen gerincha mit könnte man auch machen oder spaß von 500 millionen ich meine er kostet 500 kam das heißt er würde auch fit gehen gerincha mit geld martins glaube ich nicht oder lange passt das hatte ich noch im kopf kann man nicht machen joe cole joe cole 655 k ja kann man machen mit augen zudrücken geht der schon fit kann man machen kann man machen mit 85 so minimum aber würde ich persönlich nicht machen kann man machen aber würde ich persönlich nicht machen lieber in der jetzigen zeit jemanden nehmen auf der 10 der auf jeden fall minimum überall 90 90 90 hat das hat der cent schon nehmen also meine wahl wenn ich jemanden ausfehlen könnte wohl die einfach garincha mit oder einfach den 94er du hast auch die coins macht das auf jeden fall zuerstes wurde was ist so geschrieben welcome in the stream guten abend bro was geht ab hier alles klar bei der welcome in the stream habe immer noch keine red pics bekommen falls ich die morgen nicht bekommen dann können die schön ins knie föhnen okay wir gehen wir wieder in sport battles rein wir gehen wir wieder in sport battles rein digga die wollen mich auseinandernehmen diese sport battles die haben auch liverpool-trekoren digga heute diejenigen die neu dazugekommen sind vergiss auf jeden fall nicht liebe dazu lassen gerne ein like da lassen lass uns auf jeden fall lass uns auf jeden fall diesen stream nach oben pushen gerne liebe da lassen und die komplett neu dabei sind gerne auch ein abonnent ihr wisst selber support ist kein mord hast du gar nicht einmal gespielt oder ich habe nicht mit ihm gespielt habe ich habe gegen den gespielt und der ist schon ein dreckiger er ist schon ein dreckiger also er wird schon gut sein wurde die passwerte sind lecker er wird schon gut sein also falls jemand hier jemand im chat gar in chart was könnt ihr zu denen sagen aber deswegen ist falsch jemand sagt ja gar nicht ja seine passwerte sind so und so auf den außen bälle zu verteilen wie auf der 10 ist natürlich nicht ähnlich weil von der mitte kannst du hast du mehr optionen also natürlich viel besser die bälle verteilen als auf den aus weil da hast du meistens und die gleichen optionen du kannst du je nachdem wo du spielst nur auf der einen seite spielen aber der wird schon gut sein bruder wenn du den eingeben dann auf der 10 spiel ist das einzige was vielleicht nervig ist ist seine physis und seine mit seiner körpergröße hätte sich da nicht so durchsetzen können aber trotzdem an sich seinen job als zehner wird er schon gut machen richtige alles ist gerne bewegen feeling oder und hakan bruder aber das haben wir damals schon vor keine ahnung man haben wir schon prädikt oder aber wurde die müssen auf jeden fall rauskommen also der eine ist ja schon rausgekommen nach hat mich wann kaufen wegen markt crash ab oder das weiß ich nicht das weiß ich nicht dazu kann ich leider auch nicht sagen als jemand da im chat ahnung hat über die mac markt schon so wenn man die spieler kaufen soll das ist immer so keine ahnung man muss das schon so ein trader sein man muss dafür schon richtig auch seine seele verkaufen es gibt ehrlich leute die kaufen fiefe einfach nur wegen traden einfach traden 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 wir wollen einfach nur kein sammeln können kaum fifa spielen der auf den aber die wissen wie die preise sein wenn morgen dies das tralala die haben diese diese analyse teilnehmen sich an wo diese kraft nach oben unten und so geht der ganz wild die ein oder andere leute beide als achter zocken in engeraute boah ruf bruder bruder oder hört die auf der von der linken seite haken von der rechten seite die games tracer würde zu kakuri geben kakuri 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 guck mal gleich bruder aber ich glaube auf jeden fall je nachdem viel tempo hat ich glaube höchstwahrscheinlich shadow war mal kakuri 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 wo ist der shadow bruder direkt jero kakuri 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 kak tik tok und so eine ahnung wie kann man so oft dem oder ich will kein dass du disrespekten oder so da gibt es gute überall gibt es gut aber auch du liestiger hat er tik tok selber da gibt es so viel schrott da wohnen schon viele leute hops genutige aber gestern hat trotz gezogen bohr nice bruder trade android also wenn ich gebrochen könnte von dem premier trotz wäre nur der bräune und cr7 als upgrade oder body auf den ich sag dir ehrlich cr7 ist schon bei dir richtig stabil ob ich weißt du eigentlich der bräune wäre würde deiner mannschaft helfen aber cr7 wäre viel länger sondern aber nur halt den einen cr7 aus damit der andere so ein bisschen so sinnlos sein weißt du weil der schild dann auf der bank natürlich ist es geil so zwei auf der bank zum aber würde auch ein bisschen so albern sein weißt du aber lieber beide haben als gar nichts aber ich glaube die bräune wenn du den hättest er würde so geile er würde dann bei den ronaldo so geilen die zähne setzen die alle bälle verteilen gleich mal selber auch einen schuss von und an cr7 oder r9 die werden schon die bälle reinballern so weißt du mauro junio mauro junio mauro junio ich würde mauro junio vielleicht ins game ich würde ihnen enkel geben auf entspannt aber enkel geben enkel oder sentinel kommt auf dich ja wenn du wissen wenn du bist ein tempo noch pushen möchte möchtest gibt ihn noch enkel aber wenn du sagst nur die defensiv und physis werde dann gibt es in den sentinel ok jetzt kurz mannschaft updaten android wechsel ich immer ein weil habe lf oder linie primal gerd oder ronnie boy man ronnie ok letztes game dann haben wir den nächsten swapping den nächsten swapping also zweimal enkel jaja zweimal der curry und wie hieß er noch mal mauro junio beide beide auf jeden fall links enkel ich persönlich würde das machen aber wie gesagt allerdings allerdings bei mauro junio wenn du sagst nee das tempo reicht mir dann kannst du sogar all innen links sentinel gehen aber gibt einfach beide enkel einfach enkel und dann ab geht's ja guck mal den keepern der keeper der rote orange augen was hat er von dem bild gebucht muss sagen finde brahim diaz future star besser als raspadori tod oder du kannst beide nicht vergleichen so weiß aus meiner also janiboy das war du dies ein purer stürmer und brahim diaz ist ein z m das ist voll komisch von fifa die hatte ja eine dings bekommen dass du dich noch eine otm da war das schon z m ich weiß nicht was ein futures akade war war der purer stürmer keine ahnung aber du darfst den den raspadori also nicht auf z m spielt er ist ein stürmer ich will doch uhr live im sturm er könnte auch theoretisch ab und zu als mittelstürmer spielen aber erst kein z m im sturm ist ja hundert mal besser also als brahim weiß weil er ist halt ein purer stürmer der ist zwar ein bisschen klein aber der stabile kopfballwerte stabile sprungkraft er hat auf jeden fall diese physis oder generell das was ein stürmer hat und natürlich wäre der da besser als brahim aber brahim ist ein 10er genau oder min beide sind gut aber auf deren richtigen position und dumpfen viel was sie da gemacht haben was danke ja ok teste ich ja macht das bruder auf jeden fall macht das auf jeden fall wandel den einfach um macht ihn einfach als ms oder so mit ms hast du auch auf der urgen position auch vorher full camp dann passt das auf jeden fall auch also ich habe ja auch allerdings gespielt beide und ich habe immer noch brahim immer noch eine 10er position wilde karte es schade leute es schade dass leider 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 kiesa gar keine karte man bekommen wird es schadetiger der br ist verletzt somit hat er leider kein potenzial dass seine todskarte bekommen kann auch vielleicht oder so als flashback oder so weil wenn er eine karte bekommen hätte ui latte wenn der eine special karte bekommen hätte und das sogar und das sogar vielleicht so eine zentrale position ms oder so wie bei seiner torti nomine karte boah das wäre wild habe ihn als habe stürmer eusebio stabil bruder geil macht das auf jeden fall ich benutze noch als ab oder ich wechsle dann immer für martinez sein sind beide sehr ähnliche spieler martinez müssen geiler hat auf jeden fall mehr physis ist halt genau wie sein spitzname schon sagt el toro in fifa aber auf müde beine mit seinen 96 pace mit seiner geile drüben gewährte und so ist auf jeden fall richtig geil der raspa dori vor allem hat er auch den flair damit fühlt er auch die skill muss voll gut aus hat hat auf jeden fall eine gute ballkontrolle aber schade ist keine schusseigenschaften hat oder power kopfball aber trotzdem eine coole karte für den preis die serie auf jeden fall echt cool und wenig sie aus schütten würde sogar gegen award oder baller prime spielen wie meinst du bruder ich habe das nicht verstanden würde sogar gegen award oder also wie meinst du das wurde gegen wir wenig wenig da spielen würde von den drei oder wie also wenn ich die also es kommt drauf an welche award noch bruder genau welche aber beispielsweise du hast fantasy award oder die winter wildcard wenn du einer von diesen award hättest ich würde glaube ich korea und dings nehmen sind auf jeden fall sind für dieses fifa diesen auf jeden fall viel geiler als sein ballack in einem würde ich als offensiven achter benutzen oder so box box und korea kann hinten auf jeden fall alles abräumen wäre auf jeden fall eine geile kombi und die links würden natürlich auch passen also wenn du das meinst danni all das danni all das von vinicius sagt oh man aber alle prime team und auge karten gegen wen würdest du korea spielen oder ich weiß nicht was mit diese spiele mainz also meinst du wenig jetzt als der dud in der mitte spielen würde wie also wenn du das meinst wie gesagt korea und award würde ich zusammenspielen ballack würde ich einfach ausnehmen also wenn du das meinst bruder die bani es aliska taliska 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 oder generell im chat digga ich verstehe nicht ich verstehe nicht digga viele denken oder jetzt man könnte wieder so eine diskussion anfangen viele denkt einfach wenn eine karte nicht oft gespielt hat oder sonne dass die karte scheiße dies oder das letztens keine diskussion gab wir sagen die linie ist schlecht hat den rein an den rein und die ist rein oder was weiß ich wieso ich sage die linie ist besser der wurde er ist nicht gut ist warum ja keiner spielt den bruder scheiß auf keine nicht scheiß auf jeden oder nur weil die die meisten den ich habe heißt das noch nicht heißt doch nicht dass er schlecht ist der wisse ich meine viele sagen dies behaupten dass der gar dann sagt man ich spiele mal gegen mich dann zeige ich dir wie gut diese spieler sind der und dann erformen die nicht der gar auf einmal ja oder nein erst doch gut die ist das die linie einer der besten oder wenn eine special card bekommt oder generell wenn er sein tempo bekommt der gar sein pace erste heftigste allein schon mit seiner cpu erklärt alles er macht alles erst dann wie der name schon sagt er ist ein captain auf dem platz der rasiert das haben wir gut gemacht ich spiele gerichte prime dann mit hunter okay macht das bruder ja das meine ich danke ihr alles ich würde ronaldin abgeben für h kann trotz spc besser mann besser mann aber da ich bin jetzt reingekommen er ist nach hause alles bruder alles sie sie alles sie sie kann mein game noch das müssen wir auf jeden fall auf wie sie gewinnen kurz umstellen völlig vergessen dann geht es ab salamu alaikum ich meine wahlikumsala den ja alles klar bei dir danke movie pilot oder was movie polo bruder oder ist hier jemand oder der movie pilot ist und ich habe gerade einen 84 plus gemacht genau aus diesem pick habe ich wurde 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 ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich noch ein tor oder wenn der spiel ab jetzt auf jeden fall die stabilen spielerin packen dann geht es aber leute dank an allen die auf jeden fall die 20 likes voll gemacht haben stabil auf jeden fall die 20 likes mal geknackt und es ist erst eine stunde vorbei das ist auf jeden fall sehr sauber sehr vielen dank an jeden einzelnen der auf jeden fall liebe da gelassen hat lasst uns wenn es geht es ist 23 uhr gleich ne lasst uns auf jeden wenn es geht die 30 likes angreifen das schaffen sie auf jeden fall danke muss ich habe mich verschafft so ich dachte schon jemand ist im ich dachte jemand ist hier also heißt bruder hier wie sie auf dem verbot alles sie sie kommt mickey 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 wegen kann hier packen hier packen wir ericsson rein der gern haben wie das dann haben wir das auch wenn ich das jetzt öffnen würde müsste ich erst mal die fix aufmachen weil die ja 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 das ist fifa man stell mir vor bruder auf einmal du machst die aufteil am ende am ende wurde er ist einfach nicht da oder bei fifa musst du auf jeden fall diesen scheiß picken bruder stell mir vor wollte die aus einfach so aus spaß dies käme nicht wieder denken sie so kommen oder aus just verfahren der gelässt die dreckigen zwei tore in ballern kurz konzentrieren und dann dann geht's ab ready ready fred was sind überhaupt die werte von nummer den normalen fred auf seiner gold karte wisst ihr das also nicht die werte sondern die sterne combo er hat ja fünf stelle skills bekommen dann bei seiner trotz karte was hat er eigentlich bei seinen normalen gold karte hat er da 4 4 was hat er da weiß es jemand weil schon bildiger für mich dann ist klimmus upgrade rennen nur die keine ahnung 44 oder so okay aber voll komisch die einfach fünf stelle das klimmus upgrade bekommen die dachten kurz singstiger und bday wichtig wichtig ist noch ein tor und dann haben wir das im talisca ericsson 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 der gewinne dritte ericsson ericsson seine cpu sind am start der gar nicht jetzt mit denen die verlängerung gehen katastrophe bei mir so gut geworden ja heute nicht oder freut mich ab und zu gibt es diese phasen wo die da sind schon funktionieren die spiele nicht gut aber wäre schon album wenn davon also auch kacke wäre so weißt du aber freut mich dass er wieder bei der abgeht ods von der mf oder safe safe ich finde immer noch am heftigsten dieses jahr ist lori put captains und tods der aktuell sehr respektloser keeper sehr respektlos so was für bälle der hält sehr respektlos annehmen machen rein wichtig und jetzt das game sauber zu ende spielen aber sie würde beste spieler ja siebio gelb oder wenn auf jeden fall und da haben wir auf jeden fall eine geile karte alle zusammengezogen bei sie bio sie bio aus vielleicht sogar quaresma hat zu damals quaresma gemacht oder und den so diesen einfach so einen stabilen green link hat oder zum beispiel auch wenn man zum beispiel sogar dings hätte wie ist er noch mal pp digger macht zur startformation 433 rf einfach oder generell so ein paar geile portugiesische spiele und dann wird man auf jeden fall geile links machen der gar mit einer geilen ikone kommt der 15 enge minuten haben wir die nächste karte der gar der hat noch ein tor reingeballert der ja lieber aktiv spielen bevor wir in die verlängerung gehen mit seinen scheiß quad battle board macht die gerade diesen tods cup oder habt ihr das schon gemacht habt ihr das schon gemacht wenn ich habe nichts mehr aber nix mehr aus mein altes team außer wenn jeder und aua winter wildcard oha wenn jeder dabei immer noch eine karte die man gebrauchen kann aber kann man auch mit augen zu drücken noch wissen benutzen was hat sie aus dem ps plus pack habe ich noch nicht aufgemacht habe ich noch nicht aufgemacht eikonix felix welcome in the stream es ist klar hast du den schon geöffnet beziehungsweise wann ja was hast du gezogen wurde vor die vor die okay kommen fried haben sieben minuten noch und dann haben wir es dann haben wir den eiken swap aber geschickt habe alles in fein ja was hast du geschickt bruder die liebe aliska ein tor wie sie und dann haben wir es ein tor noch auf wie sie merke die spin und vor die vor die mit den roten augen der gerät den gehalten der gern abgerade das 25 auf 200 besser war von 80er und 5 mal 82 bekommt das ist das spiel bruder das ist bis ein halber ist bis ein halber schützt man wäre da wenigstens ein tors dabei oder spc futter wäre gerne war das sehr viele 82 ich hoffe nicht sehr viele duplikate dabei ich hoffe da waren nicht viele duplikate dabei shit aber bruder eine minute noch eine minute noch nach spielzeit kommt ein tor drücken ihn auf entspannt noch rein okay wir haben die nächste wir haben jetzt den nächsten sport da war man sie wenn du bs plus pack öffnest dann bitte jetpack was ist jetpack wurde jetzt was ist jetzt jetpack oder ach so auf den bestimmt ihr schreibt wenn wir nicht gezogen habe okay leute erste flasche haben wir schon fertig gemacht das heißt eine flasche haben wir noch eine fläche müssen noch lehrte trinken dann haben wir zwei knapp zwei liter getrunken zwei liter das schon mal sehr gut du machst dein monitor aus und wir sagen ja okay ich werde mich wählen soll ich deinem vertrauen die wird durch die haupte den einzigen den ich vertrauen kann da sage ich euch ehrlich ist bei dieser sache da und wisst ihr warum weil er mein neffe ist ich schon da haben solche die talks gehabt seitdem wir sogar geschäftspartner sind seitdem wir unseren eckmack laden haben in konia in dubai in in athen haben wir sogar einen standort sogar in london hamburg köln und so weiter und so fort dann sind wir sehr eng miteinander gewonnen was sagst du so 48 toren und vorlage salat diese saison bruder oder ich sag mal so ne der salat diese diese sonne auf dem fall rasiert oder ist auf jeden fall stabil respekt muss man natürlich auch erst mal schaffen oder also wenn man ehrlich 48 scorer geschafft hat stabil schon so viel geschafft hat respekt auf jeden fall was geht ab marcel alles glaube der marcelinio welcome in the stream vertrauen mir das bringt glück aber oder ich weiß nicht bruder ich weiß nicht glück oder unglück keine ahnung aber lassen wir machen der gefilmung web der gefilmung web machen wie das damit ein bisschen spaß haben der damit wir wissen damit die einfach so entertainment haben der gern baby also hoffentlich ja ja es rückt mich so auf dass ich bs plus pack nicht kaufen kann weil man ps plus geschert ist ja das ist natürlich alban aber ist ja auch verständlich einerseits weißt du aber geschickt na ja warte 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 mosey einfach liverpool weiter im champions league ja habe ich auch von gesehen habe ich auch von gesehen die haben das spiel mal wieder gepatcht ja das kann sein ich weiß nicht okay briggs wir gucken mein ding scorer dann bruder die rechte seite sieht doch geil aus die rechte seite sieht doch geil aus oder sogar du hast sogar timber was willst du mehr oder was timber von b day aber keine angst haben der bide ist natürlich auch gerne ich glaube sie hat fünf ständes kill muss karte ich bin da nicht so sicher aber ist geil blog moments die mannschaft sieht geil aus den lorienter wenn es geht irgendwann irgendwie weg machen oder für den immer eine geile spieler reinpacken aber sieht geil aus bruder nur gold spiel wechseln okay habe ich jetzt gerade gelesen stabil aber stabil wurde stabil bruder für diese rechte seite direkt und herz da lassen wurde mein handy fast runtergefallen crossplay jetzt drin irgendwie als ob crossplay ist drin oder was bosch bruder bosch wenn ich am bosch denke bosch ist doch diese ist doch diese dinge wie sind normal diese 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 waschmaschinen und seine okay jetzt bauen wir uns ein mls team und spielen dann gegen diese bronze spieler aber early access mäßig wie wie bruder also auf den das können nur manche spielen oder oder nur bestimmte ist das so aber warte mal wir geben auf links drauf auf verdorben und so weiter wir gucken was diese dazu schreiben dank war das ja die meinten die halt meinten dass wir dings haben alt cross plane wir haben sogar drei follower haben wir sogar drei follower kashi uchiya ehrenmann der gern ehrenmann habibi ja wir sind wir drei followers auf twitter die ehrenmänner die dort auch sogar folgen lustig auf jeden fall danke schon verdorben 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 ok trading gruppe nähe brauchen wir nicht sehr sieben cr7 94 tempo ok 99 schuss lecker 88 pass nehmen wir mit 95 dribbling jura 91 physis jaja 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 oder offizielles stats offizielles stats bruder aber man hat ihn mehr tempo geben können der man hat ihm mehr tempo geben können das ist sehr sieben jungs ich war mehr tempo versteht über ihn als ok irgendwas mit denis ist das schon also das ist die zweite liga was für spieler sind die dabei ja nicht so besondere spieler vielleicht kann man denn wetten wir werden so viele von dem ziehen gerlos vela die wo jota haben schon gelesen ja nicht leicht cross play ok mp mache ich auch oder mache ich rein oder so so habe auf tik tok gesehen jetzt kann man cross place sehen ja bruder hat doch jemand gerade reingeschrieben irgendwo bei den leagues sehe ich das nirgendwo ja den brauche ich ja bruder bruder was glaubt denn es alles klar bei dir beim liegt dort so die geliebt ja ich gehe mir jetzt auf dinge ich gehe mal jetzt auf dinge sheriff da kann man natürlich mehr über die spieler sehen der dreckige soll kommen dieser dreckige sollen bekommen der gab viel wasser fleisch beckte was hat er denn bisher in fußball gemacht wie word the fuck is julie doing hat er hat der patzer gehabt hatte torwart von villa real papa gehabt oder was ist los what the fuck is julie doing wer das spiel gesagt hat bitte reinschreiben bruder 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 da ist er da ist er schon wenn ich sie bier in frankreich sehe das kann nur waren sehr ab oder die werden ekelig sein der gravenberg ist krass hat denn ein spiel vier tor gemacht abkode gezogen team of the season oder wie der heiß stabil das ist mein mann da sehe ich mir wurde er freut sich bruder er guckt nicht hier sind rating an kakashi hier müssen ein bild von dir sein du guck ziehen und er guckte ich am bruder zu aber das bin ich bruder das bin ich oder wie der real playing uc later aber wo steht das mit dinge stecken nirgends wo sich das mit diese crossplay nirgends wo das sind eigentlich die sichersten quellen digga ok in der video crossplay testing offensichtlich announces bei dem ok ok also vor 23 stunden wurde das also vor einem tag wurde das hochgeladen na ja wir werden auf jeden fall ein haben wir werden auf jeden fall das bald sehen 39 und spielbar ja mann wo komm ist wie letztes jahr seine moments karte er hat flashback wegen 24 20 tot jahr ist aber alles halt so viel von ein die werden auf jeden fall versuchen wir wieder die gleichen spieler die gehypten spieler mal so rein zu ballern und ich kriege ich ronaldo hoffentlich kriegen weil ronaldo ronaldo sieht sympathisch aus will dem bruder hoffentlich bekommst du den hoffentlich bekommen wir alle den aber kommen wir gehen mal wieder ein ding rein wir gehen mal wieder ein links drin oder diese karte ne ich hab denn bis hier jedes jahr ich habe dem bisher jedes jahr gezogen also dass das jedes jahr aber seit 20 habe steht immer als rot gehabt also tot z 화�htne ich hoffe dieses ją wenn sie mal und ich sind wortwörtlich so recht ograelt wortwörtlich ich also viel auch alle hier aber der zum einwechseln coole karte der war immer ein bei mir wir gehen wir wieder links rein wir gehen mal wieder in fifa rein okay heute diejenigen die noch auf den kanal sind gerne auf jeden fall ein abo da lassen gerne auch ein leichter lassen wenn es geht dass uns die 30 likes angreifen das wäre offenbar korrekt leute ich schaffe das auch immer gemeinsam wo sie auch wenn du ca7s werte wissen eh nicht socken oder ich werde ihn doch zocken er wird nicht immer einer startelf sein oder mein main team aber ich werde den zocken ich möchte joe gomez bruder ist eine spc bruder spc den kannst du nicht ziehen was hast du kostet der karte oder der welt schon seine zwei millionen kosten oder minimum briggs zwei millionen mit dem minimum kosten minimum 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 also ich glaube immer wenn er so eine special karte bekommt die otm zwei millionen keine ahnung letztes jahr diese eine spc die er bekommen hat zum menu wechseln vatis auch über zwei millionen er wird schon teuer sein wo sie im benzin genauso wurde ich schon sehr sieben genau oder einfach ihre ihre die sie pack mal so wie kann man mit einem oder kann man mitnehmen ich glaube ich mach mal kurz im pack also ich brauche mal kurz diese mannschaft zusammen einmal lässt ihm und dann gucke ich mal ob ich diese spc abschließen kann was braucht man für joe gomez bruder weiß ich nicht bruder die karte ist noch nicht draußen gucken wir mal demnächst rauskommen dann sage ich euch schon was man für die machen muss okay dann machen wir das warte mal wir wollten ja kurz gucken was für die sterne okay der hat 44 bret hat 44 das heißt er hat fünf stände skill muss upgrade bekommen bekommen wir kommen es braucht man eine niere oder ich glaube zwei niere zwei niere vielleicht sogar ein da muss man abgeben ein darm vielleicht noch das linke knie oben was also umgeschrieben premier league was man so bruder aber wenn sie mal bestimmt auch krass dann save save ok besser man der welt ja das gilt ja weil aber den gezogen ja 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 ok mls ich hoffe ich habe geile mls spieler gibt er verbeten trikot spc ja bruder das ist ich verstehe die welt nicht oder was ist los was ist los die sommerleute promoten die mit fifa was zu tun haben also klar sie hat ein mls 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 mh ms mls major league solcher straffene was ich spiele wie hier am Wann Chat-Pack? Bura, wie Chat-Pack Bura? What do you mean by Chat-Pack? Warte mal, wen können wir hier reinpacken? Morgan Matuidi Ferreira Castellanov Argentino Geminis Pramilik passt zu meinem Team, cool, Bruder Ach so, du meinst Pramilik abstimmen, oder? Abstimmen, meinst du? Ja, das gucken wir später, Bruder Matuidi Flashback soll kommen Boah Den könnte man auf jeden Fall mit seiner Nationalität vielleicht, wenn man viele Franzosen hat, auf jeden Fall Linken Das wäre auf jeden Fall machbar Aber wie, ich mach erstmal die Swaps Ich mach erstmal die Swaps Matuidi Matuidi Baby Du 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 Bro, Fred lässt sich so gut zocken bis jetzt Besser 6er, den ich gespielt hab, wo da freut mich Freut mich, dass er bei dir abgeht Matuidi mit, äh, Wähler-Totz Boah, Bruder, dann Ich sag euch ehrlich, man könnte das Man könnte mir auf jeden Fall machen Auf der Hoffnung, dass man die Karte vielleicht Dass die Karte vielleicht irgendwann demnächst eine Karte bekommt Also das Matuidi eine Karte bekommt Dann hätte man auf jeden Fall einen coolen Link Aber ja Aber ja Aber diese Risiko ist auch halt Muss man auch nicht unbedingt eingehen Ups, was habe ich da gemacht Aber der Liga gleich ab Wird gleich mal abgestimmt, okay Wen hast du da so ausgewählt, Brudi? Wen hast du da ausgewählt? Äh, wer hat die viel Tempo? Acosta einfach reinpacken Ich hoffe ich bekomme eine komplette Mannschaft voll, okay Innenverteidiger haben wir Beryl und Godoy Mega voll viele Argentinos spielende MLS-Säger Was ist los? Was ist denn da los? Was ist mit Debruni? Bekommt er eine Totz? Ja, safe, Bruder, ich denk schon Einfach spielende Dings-Säger Einfach eine, ein Token spielen, Digga Ja, wir können, er wird safe eine bekommen Wenn nicht, das wäre schon, wäre komisch Wie findest du den NETWIT ICAN? Ja, Bruder, also auf ZOM Deine ZOM Karte sieht schon interessant aus Also, ich würde sagen, wenn man ein Ju Wenn man NETWIT an sich einfach als Spieler gefeiert hat Wenn man so Fan von ihm ist Kann man die SPC machen Kann man auf jeden Fall machen Aber, persönlich, ich bin Ich werde jetzt nicht so sagen Hey, dass man jetzt eine ICAN Moments machen soll Außer, außer so diese richtige Bang Also, diese, so, beispielsweise Ein Maldini, der als SPC draußen ist Oder Viara Die sind zwar auch teuerer ein Stückchen Aber das sind nur Spieler Die kannst du auch nicht einfach so mit anderen Spielern ersetzen Weil die auch mit der CPU krasse NETWIT Muss man fühlen Wenn man den fühlt, kann man den machen Aber den würde man früher oder später easy mit einer anderen Karte ersetzen können Meiner Meinung nach Du, 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 du Warte mal, CR7 hat doch keine 97er, der Totti, oder? Totti, doch, Bruder, ich glaube schon Er hat auf jeden Fall Er war der zwölfte Mann, Bruder Er war auf jeden Fall der zwölfte Mann Guck ich mal kurz Ja, ja, ja dissociation Sachen 3 Millionen also 3,3 IM�� form 93 Kostet nur so viel das tut schon weh einen cr 774 aber ja 97 karte habe ihn gemacht finde ihn krass ich habe ihn gemacht in ihnen krass wie gesagt alles rtg ja ja wie sie bekommen der wiese bekommt er dann eine 97er trotz aber das weiß ich nicht das weiß ich nicht vielleicht bekommt er doch auf korrekt 91 ich weiß nicht oder dann weiß ob er wird eine liste wird auf einmal größer eine liste wird auf jeden fall größer wenn du bald er eine e mail schreibt sagt nein gibt man den pick her und warum hat deine 97 rating ok noch wir brauchen was brauchen wir noch ich komme mal ganz kurz gegen was für ein rating gespiele müssen nicht rating sondern schwierigkeit mls 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 weltklasse machen wir auf jeden fall dann haben wir auf jeden fall alle swaps fertig warte vielleicht musste ich ja noch liga machen ich hoffe liga habe ich schon fertig aber ich glaube ich habe denn schon weil sonst wäre da hier irgendwo oben zu sehen liga 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 haben wir wichtig dinger wichtig wichtig müsste der nicht dann eine 96 bekommen ich hoffe diese zwei roten fix sind hinten der gart oder kann auch sein aber mal gucken bruder mal gucken was der brie bekommt hauptsache du siehst im bruder weiße hauptsache du siehst den erst das wichtigste um sechs mal gewinnen und dann haben wir haben wir es auf jeden fall genau gegen den wollte spielen weltklasse weltklasse let's go let's go keep auf jeden fall direkt ein wechseln und ja dann geht's ab dann geht's ab und die gönnen mir eine pläne trotz pack auf korrekt bruder auf korrekt bruder auf süß und die 84 plus spielerwahl bruder ich guck mal ganz kurz was muss man noch dafür abgeben eine sekunde 84 plus das hätte ich eigentlich was muss man dafür abgeben 83 ja kann man eigentlich machen oder kann man eigentlich machen also wenn man wenn du das gefühl dass ich könnte daraus was ziehen also das ist ja ohne einen inform das ist schon mal gut bruder wenn ein inform da wäre hätte ich gesagt lieber nicht aber mit seiner 83er mannschaft kann man sich das auf jeden fall überlegen safe ich glaube ich ändere sogar meinen titel der gleich packt dann die 84 rein aber ich kann nicht gemerkt dass die rauskam vielleicht kommt ja der ein oder andere deswegen rüber hier we go check mal auf ihn will ab wenn gleich sich der titel geändert hat wie nachtiger mit 70 jahr naja kann man machen also wenn man das gefühl hatte ich sehe gute sachen bruder wenn ihr sie wenn ihr denkt ihr sieht gerne sachen oder lack kann man machen mit dem informat ich glaube ich nein gesagt es gab ja in der vergangenheit auch viele player pics da muss man sogar zwei informes abgeben was völlig bluff ist aber so kann man das eigentlich machen aber wenn man noch natürlich noch was im verein hat man dann jeder auf schlucker basis ist nicht so cool das ist natürlich nicht so cool der kann auf jeden fall nehmert wie die bleibt drin hier packen wir denkst mickey ja so machen wir das hier we go wenn er nicht hatte nur für nach sich drin aber vielleicht was mehr lack glück aber das ist das ist am ende so denkt das ist immer so eine glückssache wie bei wie bei den 80er player pits oder was auch immer wenn es bei jemandem gut läuft für den natürlich geil bei dem ist nicht läuft bei dem natürlich kacken aber im endeffekt wenn man das gefühl hat man hat lack er soll das auf jeden fall machen weil theoretisch 84 plus da kann man auf jeden fall was geiles ziehen aber ich persönlich ich persönlich wenn ich die wahl hatte zwischen den dings 80er pick oder den 84er dann würde ich auf jeden fall immer diese low rate nehmen weil weil da kann man auch das gleiche ziehen und die kannst du ja million mann machen weil man hat immer meistens da muss man eh nur die chemie erreichen war der brei hat den gehalten der gern zwei gold spieler bei mir und dann kommt silber rest special garten oder karten von meinem team ja aber das ist wurde einerseits ist ja auch geil bruder hast einen leeren verein der ja also du hast auf jeden fall fifa gespielt oder genau war damit du hast auf jeden fall fifa gespielt wäre natürlich kacke ein fifa irgendwann dann vorbei ist und du hast auf vollem verein du hast karten und so das ist das ist nicht so cool natürlich wenn man so ein schlucker verein hat es ist natürlich ein bisschen krise aber im endeffekt hast du auf jeden fall das spielgenossen das spiel ist in vier monaten tod er kann mich nicht beschweren hatte bei andere piks mehr glück ja oder du hast grabenberg gezogen das ist schon das schmeckt schon lehre fallen wegen moment das kostet als 24 karne aber ich persönlich hätte man die 80 plus genommen 80 plus piks sind immer geiler aber theoretisch man kann auf jeden fall damit die chance erhöhen aber ich finde der sichere weg bei sowas ist geiler zwei wundern bin ich die vision 2 gelb oder ach so viel auf jeden fall was du bist hoffentlich hast du bruder dann noch einen wohnen also nie wenn du zwei wohnen brauchst oder zwei stufen kommt drauf an aber voller kutscher voll gut groß anrollt moments karte wo ich das würde ich nicht sagen glaube ich glaube ich glaube es gibt vielleicht noch andere karten noch mal andere heute sind sie weißt du locker kann man irgendwie noch spielen aber ich glaube es gibt viele andere karten wo man sagen würde schmutz 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 theoretisch man kann eben mit jeder karte spielen wenn man es möchte rega wenn man das wenn man die wenn man einfach die stärken von der karte heraus holt dann man schon alles aus habe bus wichtig bruder nicht verkacken oder nicht verkacken ok konzentration habe in form aus mega pack von tods bis sie bekommen so geil ist bis sie futter ja oder wichtig kappi deutsche aus der bundesliga in form wichtig kappi 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 bekommst du also theoretisch bruder im endeffekt ist es auch ein bisschen schicksal kann sein dass der eine aus den hier mal 80 picks keine ahnung stelle mal vor er zieht so der eine zieht einfach so 80er der sie werden sagen er kacke aber der eine ziel vielleicht aus 84 plus so eine mega trotz der der wird sagen ob es der pick und so am ende man muss seine eigene erfahrung machen aber ich glaube was sich am meisten lohnt er auf jeden fall die 80 plus fix bei jenemann unterschiedlich kann ich mal kurz mal kurz mal kurz mal ich kann du kann ich mal zu verräter verräter ballatin rein bin jetzt elitisch stabil stabil wurde das ist gut das ist sehr gut body auf wie sie sagst du auf wie sie gestern 26 mal 85 über den 6 war er ist ein 26 mal 80 plus fix gemacht nur paar walkers unzufrieden das kacke bei mir war auf jeden fall ok ich hatte ja glaube ich zehn picks gemacht die schlechtesten waren halt zweimal 82 aber das 80er werden während das wäre das ja noch schlimmer aber hatte gefühlt nur 84 nur 84 hat sogar zwei wie nach ziger in form sondern der beste war glaube ich von der rating her thomas müller salam war nur kurz da wollte hallo sagen bin jetzt schlafen kauf vom training bro walaikum salam brada schlaf gut wo die shows wir sehen uns morgen habe okay bleibt tipptopp du tipptopp natürlich wenn man noch drinnen bis zu gestern gespielt oder achst uns immer gespielt wäre richtig 50 jo ich glaube aber ich mache vielleicht hier nur die dingstiger ich glaube hier mache ich vielleicht nur zwei oder drei games also wins hole ich mir auf jeden fall neigen swaps und dann auf jeden fall vielleicht in rivals vielleicht versuchen in die wir einzukommen aber eigentlich das beste wäre jetzt abends einfach auf easy die swaps holt und dann und dann geht man all in ja 11 9 aber alles gewonnen nachdem du weg war es habe an und sich antonio gezogen gezogen dauer bruder stabil oder elf siegen mit bruder schmeckt stabil oder kaufen jetzt gerincha welche version holzobody mittel also die 92 also die sind die 500 k kostet oder diese auf den rein oder mit bruder und dann rein ist mit die linie ja könnte gucken bruder heute könnten wir nicht gucken die linie also nix versprochen habe ich guck mal bruder könnte man theoretisch später machen oder könnte man machen elf waren echt lecker ich steige mich immer weiter wichtig oder wichtig immer upgraden bruder upgrade sowie upgrade backgrip aber sie dieses unzufriedenheit zerreißt mich wegen dieser red pics oder bleib stark bruder bleib stark habibi da kommt einfach kommt du kommt du hamburg bruder und hamburg bruder ich gebe dir kühnefe ausbruder in ihr für mit eis dann geht es besser der geist aber noch im chat bruder wenn du mich hörst schreibt man schreibt nur ein wort bruder ich vermisse ihn mir gerade da mein neffen bruder wie geht es aber der linie ist er noch da ist er am schreiben der gern einfach sein schlatt mehr trip als ich wie hast du mein stuhl oder weiß nicht wie groß der unterschied ist also prime holst du ja oder theoretisch wenn du den sicheren weg gehen möchte ist wohl einfach dem mit weißt du der wird auch seinen job machen er wird auch seinen job machen aber wenn du sagst kommen oder ich geh all in dann kannst du dings machen mein stuhl wurde ach so oder ich verstehe was du meins bruder ja der stuhl hat auf jeden fall der stuhl hat auf jeden fall mehr drück als den einen oder anderen deutschrapper die mit deren links die mit deren klamotten aus türkei und so ein spaß soll jeder das an sie was er möchte aber das stuhl hat auf jeden fall drückt der sieht doch gut aus kann man machen oder was sagt ihr eins von zehn bewertung für den stuhl mit dem schalte 1 und 10 niger ein schal ich warte seit tagen aber ich warte auf dich habub habibi bis mit youtube aufhörst du nach 50 jahren wenn alles läuft alles in die bruder aber genau wie es war und so ein 8 90er von crystal palace verteidiger kann man machen oder 20 funktionierer mann bürger ich stuhl ja wurde die nähere männer digger in der 400 million coins also kann ich kann mir leisten war stabil oder ihr geht's gut bruder ihr geht's gut egal ihre männer digger jetzt möchte ich eine sache für euch ok jetzt möchte ich eine sache von euch und zwar und zwar oder warte das können wir demnächst machen wir können das irgendwann demnächst machen ok irgendwann demnächst wann könnte man das machen samstag samstag oder sonntag nie irgendein sonntag machen wir das auf jeden fall fange ich wieder mit sport dann und vielleicht ich habe irgendwie bock so einen schuh zu customisen ok ein schuh zu customisen und wenn ihr wollt den können sogar zusammen machen ok dann gehen wir auf nike dort kommen zusammen fußballschuh customisen und dann gucken wir ok was wir da machen dann bestellen wir den und dann wenn ich immer mit dem schule im fußballspiel denke ich an jeden einzelnen verneuerte gern wenn ich ein tor mache mache ich so t shirt nach oben da steht für community oder wir müssen uns eben noch so einen namen überlegen der für uns ein knacks namen so gute nach männer gute nacht habe ich weiß nicht ich weiß nicht also nach piks auf jeden fall nicht bruder nach dem pix auf jeden fall nicht oder weil ich werde gucken wenn objekte da sind objekte freischalten wissen vielleicht wl je nachdem ihr content sein wird aber so mal gucken bruder also kann auch sein dass wir dass wir vielleicht jetzt zwei monate wenn es geht also bis trotz da ist vielleicht dass ich nur ding spiele fifa aber wenn bald sommer ist wenn trotz vorbei ist da können wir gefühlt aber ich sogar sagen lasst uns mal nur das machen was uns alle auf jeden fall näher bringt also wir haben sowieso eine sehr nette brüderliche stimmung respekt ist der humor ist alles passt auf jeden fall am besten einfach dann so wann potz vorbei ist dann können wir eigentlich verschiedene games spielen geht ja auch spender was heißt geht ja wir können sogar die streams direkt mit diesem game starten so wissen wir auf jeden fall zeit viele neue sachen so klaps könnten wir auch machen wo weiß was ist eigentlich atli ecmec was atli ecmec ist bruder das ist ihr kennt doch arda ne ihr kennt ja arda aus dem chat der brä kommt aus konja der brä kommt aus konja und er meinte ein essen aus seiner stadt heißt atli ecmec ihr wisst ihr wir gucken auch öfters essen aus den verschiedenen heimaten von unseren jungs aus der community und das ist atli ecmec also wer immer hunger bekommt weg gucken ok kurs wegschalten wer hungert ich zeige euch in drei sekunden was atli ecmec ist in 321 let's go das ist atli ecmec sieht auf jeden fall geil aussieht auf jeden fall lecker aus so was würde ich glaube ich mit dings voll fühlen so keine ahnung so mit schafskäse digger bisschen rauf bisschen so schafskäse das wäre schon geld digger oder man ist mit familie unterwegs so einen langen ding digger so schneidest du jetzt sagt 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 bekommt dass jeder atli ecmec digger und ja genau konja ich kann mir so vorstellen ich komme nach hamburg und du guckst und ich kann mir so vorstellen ich komme nach hamburg dann die warte dann du guckst musik kennt mich gar nicht mehr ich rufe sie an er geht nicht ran und so wird sein aber gerade lachsfilet mit soße und reis gemacht war so lecker bitte nicht wieder essen zeigen kriege sie jungen aus wie lecker oder das sieht doch sehr lecker aus wer atli ecmec noch nie gegessen hat er tut mir leid das ding ist du kannst davon übelst viele essen diesen meistens mindestens ein meter lang wie ein meter ist in geile größe heute gäbe sie essen 30 vor eingenommen gegessen er würde nochmals wer wurde noch mal zugezwinkert von einer frau wegen toilette und so weiter ich glaube das war da oder weiß ich wurde irgendwann komme ich nach hamburg nur für dich nein oder niemals niemals oder mach nicht diese wenn du nach hamburg kommst kommt für hamburg erwarte das ist aber eine pflicht der gern bevor wir bevor wir empfehlen wenn ich viel für bildschirm wieder an machen wir machen eine meiner lieblings essen ein einmal müssen wir uns das wieder anschauen beste beste jungs beste pizza rega beste essen beste es mir das nicht gegessen hat wenn es geht nachholen und eine der besten an der besten snacks arancini aber komm jetzt machen wir das wir machen das mal aus wir machen das mal aus jetzt gehen wir wieder in fifa rein let's go aber wenn du nach hamburg kommst hedino aka kanniboy kommt für hamburg um die stadt genießen gucke die orte und so an und wenn es mal vielleicht passt der gewalt 4 als unterwegs bin und es zeitlich passt treffen wir uns sogar und dann essen wir und trainieren zusammen der gar vorab hunger bekommen wenn treffen hamburg mit musik hat mal auf wenn ihr nach hamburg kommt sagt mir bescheid der gewiss selber ich antworte auch der ja nur ab und zu kann es mal vielleicht bisschen länger darum weil mittlerweile insta fuhr der gar nicht mehr so wie früher nicht mehr wie früher ich glaube letzten sommer war das noch entspannt seit man so mit daily streams angefangen hat und noch mehr wächst und wächst schwierig mal zurück zu antworten aber ich wisse ich antworte immer die gerade ich hätte so gegeben wenn das war ich kann ich aber keine chance bei mir aber da ist mein neffe digger vertraut mir habe es noch nie gegessen wo kriegt man das bruder kannst du bei einfach hier ist immer so komisch da man sagt hier bei italiener aber am besten heimat dieses arancini am besten in sizilien holen und pizza napolitaner am besten in italien in napoli beste lecker spaß oder youtube wie distanzieren uns von sowas klare bruder er meinte nicht er wollte halt mit gegeben meinte er würde ihr seinen controller geben damit sie den 84 plus back öffnen kann ich meine ich wie soll ich mir die stadt angucken ohne mich auszukennen brauchen muss sie der mir alles zeigt wo du brauchst einen dings bruder einen das sind leute die heißen herr stadtrundfahrt nachher du rufst einen herr stadtrundfahrt machen als spaß du rufst diese leute an buchst du sein tour digger und dann gehst du mit ihm rum und am ende treffen wir uns irgendwo und dann gehen wir essen oder wo machst du mal abo treffen würde in berlin extra kommen oder so auf denen ich würde niemals wollen dass sie von so weit jemals so irgendwo kommen so ich bin auch nur ein mensch leute wie sind alle menschen so klar es wäre cool wenn wir uns mal irgendwann so treffen aber nicht jetzt bist du meine das wäre lieber gibt ihr das geld für dings aus lieber gibt ihr das geld sei es für einen tank politik für ihre familie aus macht eure familie ein geschenk die leute die erlebt ist ja war nicht für möchte ja das wäre traumatisch für mich wisst ihr das meine aber sehr lieb von euch an die mosi ist besser nein ihr seid die besten liebes youtube team bitte gönnt mose liebe für sein algorithmus wie viel der nachricht ist das schon heute die wir gepinnt haben safe 5 aber danke euch allen der die immer so nette nachrichten schreiben zu finden und so dankeschön amorepa man gibt es frauen die zeigen die hotel sogar thema zeigen die dir ja das sind nette frauen soll ich doch einmal ist ja kommen wir machen immer weiter oder lieber für dich das geld geben anstatt wie fifa points nein oder niemals sehr gern brauchte nicht also gibt auch nicht wie viel voraus gibt wie gar nichts aus gibt das am besten für euch aus ihre familie für sinnvolle sachen investiert die dir sogar wenn es geht in wertanlagen macht sowas der gern über das geld für fifa points ausgeben nein oder niemals wurde fifa points ist größter scam oder you know what i mean kann sein dass man auch was geht ist stelle euch vor stelle ich mal vor ihr gibt fifa points am anfang aus die zieht die teuerste karte bot im endeffekt es ist nur was virtuelles wir können damit nichts anfangen lieber in real life ausgeben mit dem ihr auch euch mit dem ihr auch langfristig wasser erbrot sehr vernünftige frauen oder nette frauen oder einfach nette frauen aber einzeln gewonnen noch einen wundern division 1 kommen oder push push das ist in der investment einfach dünner bruder klar essen immer wichtig also wenn man bei essen finde ich sollte man nicht unbedingt zu geiern also mit geiern meine ich so ich dachte ich habe eine mannschaft geupdatet der ersten finde ich sollte man nicht unbedingt die sky im welt man sollte auf jeden fall aufpassen was man da ist was man zu sich nimmt egal was auch ist gönnt euch digger aber natürlich ist die situation bei jenen an dass sie am ende das wichtigste ist dass ihr was in eurem magen hat in eurem bauch hat es gibt leute die können sich das nicht leisten das ist natürlich was ganz anderes aber essen lohnt sich immer ihr ist ihr werdet glücklich ihr habt was im bauch das ist sehr wichtig wo mache für dich mit schwarzen handschuhen und diese hemd aber vergessen für den steak ademais holz verlehrten also in roten holz verlehrt schwarze handschuhe am besten auch so ein snapback oder noch zwei ohrringe auf kompletten hipster vollbart da machst du mir einen geilen steak ein ganzes team rtg stabilowitsch also mit der jener kriegt man das ja und sagt mal noch wie das heißt würde ich echt gerne mal in real life sehen also wenn du dann sowas machst bist der beste brot ihr seid die besten du wirst du dass wir alle zusammen sind auf jeden fall sehr wir sind auf jeden fall eine sehr geile kombiniert ich liebe euch auf jeden fall alle genau weil ich habe für den namen rennen ich schreibe für den namen rennen damit du anserfahr screen machen oder kopieren das eine heißt das ist eine pizza und das andere heißt einfach dass du kannst ja theoretisch weiß ich ob man das generell hier so gut essen kann in deutschland ich bin in deutschland wenn ich so meistens draußen gehe das sicherste was man sich in deutschland holen kann ist immer ein döner andere sachen ein risky sind theoretisch überall kann das risky sein wisst ihr das meine kann auch sein dass ein döner bei ihnen geladen so komplett katastrophe ist ja dass man sich denkt ich es mir jetzt kein döner mehr weil guckt man den links verteidigern den links in verteidigern mexikaner der gern was ein brief überblick trotz habe ich 28 plärpix 150 kpx einmal 100 kpx division rivals android pack und wl rewards wurde hoffentlich kommt da was geiles raus also wo gehst du am meisten essen in hamburg wie meinst du bruder meinst du laden meinst du was für sache nicht essen oder was meinst wo amerikaner busch gefährliche kombi aber wurde es unterschiedlich so weißt du ich habe so meine spots weißt du ich habe meine spots wo ich essen gehe wenn ich zum beispiel wenn ich zum beispiel dünnen essen gehen will dann gehe ich habe ich so meine leben wenn ich adana essen will dann gehe ich da aber nicht so ein adana düremessen möchte wenn ich dieses traller leisten möchte ich habe immer so meine leben dann gehe ich am besten einfach schreiben irgendeinen essen schreiben und dann könnte ich zum beispiel den laden oder so schreiben wo ich dann gehe aber selber 300 kpx investiert ihren mann der gerd investiert der westman also weil ich das so weil ich dann noch nie gegessen habe bestellen weil du bestellen das mir jetzt als ob oder jetzt oder ich weiß nicht so diese bestellen du weißt selber brinkst du weißt selber es kann katastrophe sein ich dass das so ein falscher laden ist weißt du also wenn du mal in italien bist können die das dort wo die nicht dass du am ende so im bild hast das bock gar nicht weißt du weil viele viele weiß gegeben sich zum beispiel als italiener an am ende sind das irgendwelche inder oder albaner und viele holen sich auch so rezepte oder ihre ganzen ressourcen nicht aus italien sondern aus deutschland also das ist schon ein unterschied wenn du zum beispiel irgendwie mehl käse und so weiter diese ganzen kleinigkeiten aus italien holt oder deutschland also ich will nicht sagen dass die sachen aus deutschland kacke sind aber es hat schon einen effekt zu es hat 100 pro einen effekt am besten sogar wenn man so von einer person holt die nicht so groß handel betreibt sondern wenn man da man da sogar connection hat einen bauern oder generell leute die das sogar frisch machen jetzt hat man zwar auch ein bisschen mehr aber qualität und geschmack ist real wo sage dir ehrlich diese 84 plus sind gut für trotz eigentlich eigentlich schon bruder aber 80 80 plus fix sind eigentlich immer noch sicherer weißt du wo sie von afrika gemacht worden diese italienisch oder in der albaner oder diesen gefährlich oder ich habe euch doch letztens erzählte ich bin wiesen mit dem bris samstags war das wer war da in den stream dabei habe ich da ganz kurz am anfang haben so kurz so eine torkunde gemacht wir gehen von hamburg wie fahren extra nach steht wir dachten uns kommen wir gehen mal pizza essen die sagen hey bro für dich geben jetzt da die ist das alle wir gehen dahin laden ist ragazzi bazi ich denke mich schon wer nennt sich so egal keiner nennt sich so ist okay wie gehen sie denn wir haben immer auf dem weg haben wir einen anruf bekommen ich merke so das ist kein italiener das war ein das war in kanaka also nicht falsch verstehen wenn ich dieses wort sage war auf jeden fall ein war kein italiener nicht schlimm ist nicht schlimm aber wir gehen dahin und ja wir sehen dann die küche da arbeiten dies das tralala ist ja völlig egal aber ich weiß nicht es ist auf jeden fall ein großer unterschied wenn jemand anders das essen macht also ich finde es ja cool wenn das auch andere leute das machen aber wenn man sich so cool als dings aus gibt aber am ende kommt das nicht das aus was eigentlich sein sollte ist nicht so cool aber der mann und seine sind stoff also die ganzen arbeiter waren auf jeden fall korrekt man saubere leute haben auf jeden fall das mit leidenschaft gemacht aber das gute war bei dem das muss ich auf jeden fall sagen obwohl er kein italiener war der hat auf jeden fall seine rezept aus italien holt hat mir sogar seine dings gezeigt seine bestellungen und so er hat auf jeden fall er hat auf jeden fall das gut gemacht meine freunde sagen auch dass man pizza aus italien nicht mal pizza aus deutsch vergleichen kann 100 pro nicht was wir hier essen oder generell amerika oder nie was man durch sagen ich glaube kann sogar sein dass viele sogar eine pizza aus italien sie gar nicht feiern würden habe ich so ein gefühl weil das ist einfach so ein eigenes geschmack es ist traditionell in der heutigen zeit wir haben die siehst du ist das ist was wir in der heutigen zeit essen da ist zu 60 prozent nur das auge mit wisst ihr was meine man sagt ja nicht umsonst diesen spruch das auge ist mit ihr wisst deutsche sprüche immer legendär die haben gepasst immer rega und heutige dass die aus der heutigen zeit das essen ist mehr so für insta und so sieht cool aus man denkt es wird schmecken und die meisten lassen sich manipulieren dann essen sie sowas aus italien und die essen dort pizza das sieht ganz simpel aus ist es ist halt traditionell und dann dann ist das so dann erwartet man da ok original pizza die ist das und dann haben die nicht diesen geschmack den man sich bei kfc hat oder bei smileys und so und dann ist man enttäuscht und eine ahnung das ist halt bisschen alban aber im endeffekt diejenigen die einen guten links haben geschmack haben sondern die auch offen sind die für alles auch zu offen sind beim essen ich glaube die werden es auf jeden fall feiern auf dem bauchgefühl bruder habe aus für dass sie plötzlich die maria bekommen lohnt sich aber ab einmal italien pizza gegessen es war groß und sehr sehr geil ist komplett anders als 400 pro bruder der mann in meiner pizzeria aber der mann der in meiner pizzeria arbeit ist 84 jahre alt und der ist gut heftig 84 jahre alt was ein alter in deutschland sogar soll sogar ein laden seine ich glaube holle war doch mal dane wolle das ist auf jeden fall auch so ein glatz kopf hat sein hat auch so sein mexikaner so einen dünnen bart mexikanischen bart brille er soll ja glaube ich der beste pizza mann sein der welt vielleicht kennt ihr den ich weiß nicht in welcher stadt aber er soll angeblich der beste pizza mann sein er hat glaube ich die weltmeisterschaft gewonnen worab ich bekomme schon langsam ein bisschen hunger ich bekomme langsam ein bisschen hunger vielleicht mache ich sogar keine pause gleich also ich lasse vielleicht glaube ich stream an oder so und dann esse ich was weil ich habe mir vorhin so zu hühnchen hühnchen ich wollte hähnchen sagen ja also war so hühnchen stücke so warm gemacht und man könnte das auf jeden fall auf entspannt essen muss ich 6 und 4 oder der war der soll ich sechs mal 80 plus fix machen oder 84 plus ich persönlich würde dings machen oder wenn es geht lieber mehr lieber mehr 80 plus also ich würde das machen aber wenn du sagst du hast auch glück bei 84 blüster macht das sowie was dein gefühl ist was deine erfahrung ist im endeffekt liegt es auch sehr viel in der hand von fifa aber ich persönlich 80 plus da ziehe ich immer gute sachen und du kennst du den pizza lan luigi's in hamburg oder es gibt ich muss mal gucken oder wenn das so ein kleiner laden ist dann kenne ich den glaube ich sogar kenne ich den sogar das ist auf jeden fall so ein kleiner laden aber bruder das ding ist einfach es gibt es gibt halt so viele der ein jeder nennt sich immer so luigi muigi so auf den keine ahnung oder es gibt halt so man weiß halt jetzt nicht welchen nummer 1 weißt du genau aber ein 84 lohnt sich eigentlich weil die wahrscheinlichkeit ist ja höher für tot oder von dingen her schon und dinge natürlich die wahrscheinlichkeit ist hoch aber weiß er selber kann sein du siehst ein 84er das tut ja auch dann weh sie weißt du aber du hättest auch einen 84er oder einen trotz auch aus 80 er ziehen können also jeder muss das auf jeden fall für sich entscheiden was ich auf jeden fall sagen kann ist das gute ist dass man bei dem 84er plus keinen team of the week die abgeben muss das schon mal gut deswegen könnt ihr das euch auf jeden fall überlegen zu machen einer 1 2 das tut auf jeden fall nicht weh weil 83 er ist selber wie wie oft man die zieht lieber wird man die los digger lieber wird man die lose und die wird man eh wieder ziehen wisst ihr was ich meine wird man eh wieder ziehen aber am ende macht auf jeden fall das was er gebraucht gefühl sagt besser laden oder besser pizza landen hamburg oder da gibt es momentan für mich kein also ich will da keinen so ein rank geben wo ich sage hey das ist der beste oder so so ich bin momentan wenn ich pizza essen möchte sage ich ehrlich ich erst auf jeden fall ausgemachte pizza so wenn familie das macht ich finde das auf jeden fall viel besser aber wenn ich mal so diese jetzt meiner meinung nach so diese moderne pizzen essen möchte was in der heutigen zeit für diese influenza leben was diese leute essen dann gehe ich mal vielleicht links so smileys ich weiß sagt euch das was smileys dann gehe ich mal dort essen aber das ist halt für mich nur schicke mickey so wissen das meine das schicke mickey nicht so eine richtige pizza essen möchte dann geht man dann lässt sich das haus gemacht von familie aber wenn man bei bekannten so eingeladen ist aber was mich ja ehrlich interessiert ist halt diese eine laden was ich vor allem meinte das soll der beste pizza laden der welt sein der ist das auch in deutschland und er soll irgendwie auch mit der weltmeister oder so also besser bitte landen hamburg wo man gegessen hast aber oder ich weiß nicht das sind für mich keine pizzen oder weißt du das sind für mich keine pizzen deswegen ich sagte ehrlich so wenn ihr mal hier pizze essen wollte einfach damit ihr geschmack habt geht einfach smiley stiger bezahlt euro 15 16 euro aber das ist auf jeden fall so diese einfach so diese kommerzielle pizzen oder da bekommt ihr alles so für schicke mickey könnte ein geiles bild machen story machen es wird euch auf jeden fall so einen modernen geschmack geben schießt dies das alles ist dabei aber es ist halt nicht es ist für mich jetzt nicht so eine pizza wie wie es halt in der heimat ist meinung zu der pizza oder napoli pizza oder beste lieblingspizza also ich habe drei pizzen die ich halt richtig liebe napolitaner nummer eins auf jeden fall noch kommt auf jeden fall auf platz 2 aber man könnte sogar sagen rank also auf rang nummer 1 vielleicht sogar tonne und napolitaner das ist so nach 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 links kommt sehr auf lust und laune an aber dritter platz glaube ich dann links margherita aber kann sowieso nichts falsch machen aber es gibt so viele reger aber ich glaube nummer eins ich glaube nummer eins auf jeden fall napolitaner und dann die sagen beste dünner berlin wedding vertrauen mir hat kann sein bruder berlin schmeckt auf jeden fall briggs briggs es gibt so ein laden in berlin ich weiß leider nicht wie der heißt ich weiß leider nicht wie der heißt aber er verkauft gemüse döner ich hoffe das sagt dir was gemüse döner oder generell chat wir denken wenn ich jetzt zum beispiel gemüse döner sage dass das einfach so ein döner ist der vegetarische ist aber falsch der name täuscht auf jeden fall gemüse döner ist eigentlich ein ganz normaler döner ein klassischer döner den wir essen aber da es noch frittiert ist der gemüse drin gibt auf jeden fall so einen ganz anderen geschmack noch dazu vertraut auf jeden fall wenn ich das ist dazu noch schafskäse geile sauce noch auswählt einer der heftigsten speisen der welt gibt es keine intermailand spitze extra speziell wie musik oder wer weiß der ist im stadium oder er weiß wer weiß ich mal vor der wir schaffen es dazu musik zum inter creator zu machen der content creator ich weiß nicht warum ich habe sogar so ein gefühl ich habe sogar ein gefühl dass irgendwann viel vielleicht nicht jetzt vielleicht nicht in ein zwei jahren aber vielleicht irgendwann ich habe so ein gefühl dass wir es schaffen mich zu einem irgendwas zu machen dass wir mit inter was zusammen machen können ich habe so ein gefühl ich habe da ehrlich so ein gefühl dass man irgendwas mit inter zusammen schafft also irgendeine partner partnerschaft vielleicht nicht aber ich glaube so irgendwas so an der art content creator oder so irgendwann musste fast gemüse kebab ich glaube der heiße ich bin mir nicht sicher meinung zu best of pizza oder pasta wie ich habe die frage nicht so verstanden oder gemüse den laden ist in kreuzberg gemeint ich ja bruder top 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 auf jeden fall 1 safe bruder safe weil auf den links ist ja auch so ein content creator haben ja auch viele mal vor euch gesagt dieser viskabars das hoch du la caca la caca la caca wie süße lächeltiger er viskabars ist hoch von barcelona ist er doch auch content creator also ich weiß ob irgendwie content creator in spanien oder international oder sowas ist oder in deutschland aber er ist halt auch ein content creator wenn er das auch geschafft hatte ich sage auf jeden fall 1 ich bin ein größerer hinter fern als er punkt punkt digga er ist auf jeden fall eine harte ansage aber ist einfach so oder also respekt auf jeden fall der ist auch ein stabiler fan von barca das muss man auf jeden fall sagen der gaben musulini ist musulini derger musulini ist musulini derger gleich rivals wurde wir gucken wir gucken auf jeden fall auf jeden fall mein süßer ich mache auf jeden fall auf entspannt links wenn du müde bist wenn du morgen schule hast wenn du irgendwas machen muss oder das ist priorität 1 kann sogar sein dass ich sogar sagen ich mache vielleicht alle shops und geht am pen so weißt du wir gucken auf jeden fall meinung zu pass auf pasta meine ich aber oder es kommt mal vieles ist halt geschmackssache weißt du es geschmackssache so nix für mich bruder er weiß aber wer weiß sogar vieles sagt man so in der vergangenheit ich mache das so ich will dass sie ist aber wer weiß in einigen jahren macht man das sogar moin muni wollte kommen die stream heute nur sagen muss in zwei minuten wieder gehen ist leider bei mir so unter der woche alles isi muni alles wie sie mein süßer muni du warst in deine ferien gefühlt von anfang an bis zum ende dabei so weiß was meine so eine ferie sind jetzt natürlich vorbei bruder deine ferien sind natürlich vorbei sie auf jeden fall schule durch und ich feiere das sogar bruder hast du sogar deine schule so als erste priorität macht bleibt auf jeden fall dran sie auf jeden fall zu durch wenn es geht geht sogar jetzt sofort raus hier sogar jetzt sofort raus und wenn es geht geht so weißt du wenn wir uns in der woche nicht sehen wir sehen uns spätestens dann am wochenende weißt du mein besser junge mann lass mich oder lass mich hier zocken zwingen tut mich keiner wo ich den zum ersten mal gegessen habe haben wir zweimal davon geholt und davon gegessen oder bruder briggs ich sag dir ehrlich wo ich das erste mal mit meinen jungs in hamburg der laden ist cell kebab ich habe da links geholt der gemüse dünner und wo ich das erst mal das gehört habe das war ein kollege von uns der meinte wo lässt man da ist die lassen man da essen gehen okay ich so was willst du da essen gemüse kebab gemüse dünner ich tag so ich stelle mir sofort gemüse kebab ich habe mir so wisst ihr was ich mir so vorgestellt habe ich habe mir vorgestellt als wäre da so ein dünnerbrot und drinnen werden so karotten brokkolis und solche sachen und dann weiß ich rein ich dachte mir so kein bock der so bruder bitte 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 vertraue mir ist okay bruder du hast es gesagt vertraue mir dann vertraue ich dir okay ich habe die anderen zwei auch überredet wie man halt zu viert ist und jungs kommen dass es dem brenner chance gibt wiesen dahin gegangen aber dann ja gemüse dann am chef tam am chef okay wir bekommen unser dings ich sehe okay ganz normaler klassischer dünner packt alles rein und dann sehe ich er hat so ein teil genommen der fritteuse hat er dieses ding gepackt diese gemüse und so ist okay interessant das riecht geiler packt das auf meinen dünner rauf schafskäse rauf hat kräuter meute hat alles so lecker gemacht 4 euro 50 ob das gegessen wir jungs haben das gegessen und wir haben auch glaube ich mindestens also ich unsere andere haben das dreimal gegessen das ist glaube ich ein jahr oder eineinhalb jahre her ich unseren kollegen dreimal gegessen und die anderen haben das zweimal gegessen das war auf jeden fall lecker ja mache ich bis morgen bis morgen auf jeden fall und leute diejenigen die auf jeden fall neu auf den kanal sind vergisst auf jeden fall nicht abonnieren beziehungsweise ein like dazu lassen wäre sehr korrekt wenn ich liebe da lässt okay schuldigung alles diese bruder und was ist generell deine meinung zu pesto marx ist ja bruder safe also ich bin ich bin mehr so der fan von sachen die haus gemacht sind wenn das so wenn es familie macht weißt du selbst gemacht immer geld außen laden also oder auch sachen aus supermärkten nicht so meins nicht so meins also ich weiß nicht ich bin das catch mich denken nicht so ich weiß nicht wie das bei euch ist aber was sagt ihr dünner box oder pommdöner bruder ich sag dir ehrlich in hamburg ne es der richtige begriff heißt sogar dünner tüte der richtige beruf weil der erste laden er das gemacht hat war ein laden aus hamburg das war sogar laden von kollegen und die haben das sogar in den siebzigern oder achtzigern sogar die wollten sogar patent anmelden dünner tüte wollten das sind aber die haben die erlaubnis nicht dazu bekommen und dann hat sich das langsam und langsam in ganz deutschland verbreitet der eine hat mit pommdöner angefangen der eine dünner box ich persönlich wenn wir in hamburg sind sagen wir einfach dünner tüte weil das ist eigentlich der richtige beruf aber ich glaube in der heutigen zeit dünner box wäre eigentlich so der beste begriff wenn man das so international machen würde weil dann weiß man bescheid ein dünner box das ist eine box als dünner drin wenn da auch touristen in deutschland sind und die lesen würden dünner box dann wissen ihr auch vielleicht ungefähr bescheid ich würde habe auch gedacht was soll das gemüse meinte ich zu meinem bruder und er meinte vertrauen und das war der beste der ich gegessen wurde ich will das eins zu eins was zum 1 briggs einfach wir haben so gleiche schicksal ungefähr gehabt in dem moment wo sie würdest du sagen mutter matthäus hätte sein prime winter oder ich kann das natürlich nicht sagen weil ich habe matthäus nicht gesehen darüber hinter gespielt hat war ich noch bin ich glaube ich frisch geboren so weißt du kann ich natürlich nicht sagen aber der ist auf jeden fall bei uns in hall of fame und wenn du es bei inter generell bei einer stabilen mannschaft es schafft hall of fame zu werden also member auf hall of fame das ist schon stabil also der hat auch immer was erreicht kann das locker nicht hören nur front bei uns in rw sagt man pomme dünner oder also ich sag mal so in hamburg gibt es auch einige leben die sagen pomme dünner der eine dünner box der eine so und so aber der originale begriff also der originale begriff ist sogar dünner tüte kann jeder sagen was er möchte weil der erste laden der das auf jeden fall gemacht hat und das ist sogar in den zeitungen von damals und so und das haben sie bei sich in den artikeln so das ist auf jeden fall der laden also ich will ich kann sogar den namen sagen dünner queen heiße laden und leider 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 haben die das nicht erlaubt bekommen dass man patent wenn die das geschafft hätten dann hätten die auf jeden fall cash gemacht dann hätte die auf jeden fall dick cash gemacht was für eine spc machst du bruder ich mache keine spc fabo bs welcome in stream ich mache gerade keine dings ich spiele dings squad battles alles klar bei dir salam dünner tüte manu alaikum was sind das für namen oder keine ahnung aber dünner tüte ist auf jeden fall das originale bruder aber wieso haben die nicht bekommen oder das weiß ich auch nicht genau so das weiß ich auch nicht genau das müsste ich mal meinen kollegen mal wieder fragen aber aber ist auf jeden fall albern wenn das durchgegangen wäre ich glaube die hätten auf jeden fall so dick gemacht weil diese tüte an sich würde auf jeden fall denen gehören diese form und also diese box oder prom döner auf jeden fall auf jeden fall ein glück auf die ganzen anderen döner lehnen in deutschland herauf kennt bis kitchen ist youtuber und er hat auch leute england zum essen wegen ramadan und ich war da ein mannheim und werde jetzt immer fast eine coole erfahrung gewesen aber schwer muss ich sagen oder cool auf jeden fall wird auf jeden fall dir sehr helfen briggs also fasten vor allem das islamische fasten ist auf jeden fall sehr gesund sehr gesund bruder und das wird auf jeden fall dein körper sehr gut tun ist auf jeden fall ein restart für dein leben für deinen körper für alles auf jeden fall aber ich sagte ehrlich kann sein beim ersten mal oder so schwierig aber wenn du das dann jedes jahr macht irgendwann wird das normal sein weißt du aber ich sage euch ehrlich für mich ist döner tüte prom döner oder döner box nicht so schlimm also ich würde jetzt nicht sagen übertreibt nicht oder das ist nicht grün aber es gibt einen begriff wo ich sagen muss das ist respektlos und der begriff heißt gleich einmal egal wo ich das gehört habe also ich habe das auf tik tok oder auf insta so paar mal gesehen so nimmst und so fleisch einmal also wenn ich l wenn es ehrlich orte gibt die sagen ein fleisch einmal bitte boah das hört sich so ekelhaft an also was ist der intro motto eines tages mal zu fahren bruder das kann ich gleich auf jeden fall ausführlich beantworten ich mache mir gleich kurz beim fenster zu ist anthony tods gut weil habe den gezogen klare bruder klar bruder klar fasten easy ja ja mein moin lenny welcome in the stream in der box ist nur richtig oder dünner box ist international wo er würde jeder verstehen dass ein menschen die tun zuerst milch und dann flex rein man ja ja jetzt könnte man noch eine frage stellen wie packt ihr eure dings rein eure toiletten rolle so dass das blatt vorne ist also das papier oder hinten lassen auf jeden fall sehr wichtige fragen aber zähne putzen darf man bei ramadan wegen wasser also bruder dass das sind so meinungsverschiedenheiten weißt du deine sagten ja deine nein deine sagt sobald zu so seinen geschmack empfindest kann es gebrochen sein weißt du ich mache so ich weiß nicht ob dir das der begriff miss work was sagt das ist auf jeden fall so ein sünder hat den stock und das ist ja sogar hat sogar besseren effekt als die zahnbürsten und zahnpasta und es viel gesünder für die eine zähne macht die auf jeden fall gründlicher sauber und auch gut wieder für den zahnfleisch und ist halt ein naturprodukt das habe ich auf jeden fall in den in dem ramadan benutzt und da hast du auf jeden fall keine gefahr dass irgendwas schluckst oder so weißt du ohne ehrenmann ich mache mit wasser wurde das sowieso wurde das sowieso wasser aber auf dem bruder aber trotzdem man sollte man kann auf jeden fall toiletten papier gebraucht wegen was hinten also bleibt diese blatt auch waren kakashi raus in spaß egal jeder ist unterschiedlich aber ja man aber warte mal ich zeige euch mal ich sage euch das mal also ich hätte ich hatte nur zahnpasta drauf aber aber nicht runter geschluckt ja ja bruder es gibt halt so diese meinungsverschiedenheiten deiner sagt so der eine so und sie kannst du diese musikern zu diese leute die fassen und dann auch direkt rauchen das ist genau mein vater hat jetzt also viel braucht irgendwas in seinen hals da seine stimme eigene stimme oder auf jeden fall gute besserung an ihm gute besserung in ihm das ist auf jeden fall alban viel kraft und stärke an ihm also wenn das wenn er jetzt operation machen muss auf jeden fall viel glück an ihn oder es ist halt das ist natürlich bisschen alban aber einfach du auf ihn machen weißt du du auf ihn machen dass wenn es geht er bzw jeder der raucht oder generell solche sachen zu sich nimmt oder so dass die aufhören oder besser als milch und dann flakes ja wo der mitte von soll jeder machen was er möchte wir wollen hier natürlich nicht übertreiben aber ich sage ich mal was das ist ein misswork ich glaube dass briggs ist einer der würde sagen gibt mir das ist auf jeden fall er würde das safe ausprobieren das ist so ich glaube das besteht sogar vielleicht aus aus simbäumen oder aus sind aus deren rändern ich weiß wie das erklären soll aber das ist auf jeden fall so ein stock ist so groß wie so eine normale hand durchschnittliche hand und das könnt ihr damit können damit müsste einfach genauso rüber gehen wie 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 bei einer normalen zahnbürste könnt ihr noch wissen so nass machen nachdem ihr das immer gemacht hat das ist auf jeden fall viel besser viel besser auf jeden fall als die ganzen zahnpaste diese ganzen chemischen sachen die man benutzt und vertraut mir damit werdet ihr auf jeden fall stabile zähne haben und sowas kann man immer überall mitnehmen und das wird euch auf jeden fall helfen klar wie die heutigen zeit jeder wird sein was benutzt du da wenn du das zum beispiel draußen oder so benutzen würdet aber das ist auf jeden fall wer weiß der weiß besser als also das haben wir schon gelesen auch gezeigt jetzt wie du das machst muss sie auf ohne ein spaßkuss aber da wie sich irgendwann vielleicht tutorial dinge irgendwann aber man kann auf jeden fall videos schauen da können da gibt es auf jeden fall leute die das auf jeden fall bestimmt zeigen man muss diese leute die auf sagen bis zu die poste tun und dann wasser und dann wasser macht aber ich habe immer gesagt hatte hör auf das tut dir nicht gut und so er meint dann immer ja ich höre schon nicht auf dann hört er nicht auf warum mein vater auch safe drei packen am tag also bruder wenn das ehrlich drei packen am tag sind das ist schon echt viel bruder einfach du machen bruder weißt du einfach du machen einfach du machen warum haben wir hinter links hier an aber inshallah kann er das auf jeden fall alt damit aufhören das machen wir mal weg mit video misswort benutzen bis vor tutorial gibt es da was tutorial und fast sie plus da ist auf jeden fall zahnpflege mit miss war gibt es ja einige die das machen auto user miss war kann so ja ist auf jeden fall gut ist auf jeden fall gut würde euch auf jeden fall helfen und das was euch helft würde ich euch auf jeden fall immer empfehlen hinter sachen die ich auch stehe die zeit mit einem suchverlauf auf google kann ich das machen wie geht das ich guck mal kurz verlauf hier sind auf jeden fall keine besondere sachen hier guck miss war arancini twitter futben inter solche sachen halt tutorial es war gerade unser profit benutzt ja bruder ja unter anderem ist auf jeden fall gut schön am deutschen musik oder was wir löschen oder also ich kann dir eine sache sagen also auf pc auf meinem pc werdet ihr nur sachen sehen was mit fifa zu tun hat oder generell gaming und so weil diesen es ist für mich einfach so ein arbeits pc was interessanter wäre wäre mein dings oder mein handy verlauf weil da da ist glaube ich ein bisschen wilder also mit wilder meine ich mit wilder meine ich jetzt nicht okay da so oder so sondern da ist alles einfach fußball fifa youtube shoppen alles mögliche so weißt du hier hier ist gar nichts hier ist das was wir auch hier sind sachen die wir auch zusammen live stream besuchen wenn ihr sagt mose guck mal da ist dies das tralala vielmehr benutze ich das auch gar nicht mose 7 mp vielleicht surreal wäre verrückt wenn die dann aber oder scheiß mal drauf er wisst du was geil wäre ein video video bruder könntest du dir vorstellen könntest du dir vorstellen wir beide zusammen rp bruder wir beide zusammen rp bruder könntest du dir sowas vorstellen was wollte ich noch mal habe schon zwei siege zwei siegern mich schon glaube ich ne mls 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 ich glaube ich mache nur ein sieg dann gucke ich mal vielleicht mache ich weiter vielleicht auch nicht vielleicht auch nicht er kommt gegen dieses team spielen wie viel chimie hat der abo oder der jason im kasten der hat sogar kinder im kasten und sie geht trotz worten la liga oder wir gucken wir gucken grad erst mal nicht ich glaube ich mache erst mal links hier ich mache erst mal links die swaps danach gucken wir ich dachte du meinst fußbilder wie kommst du fußbilder wie kommst du fußbilder oder was hast du den verwechselten fußbilder mit was bis jetzt kein ein einziges quote der ja das stimmt bruder das stimmt müsste ich eigentlich machen aber ich glaube ups 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 zurück mit so einer trikotfarbe möchte ich nicht spielen ich werde glaube ich einfach vielleicht demnächst einfach mal gucken fußball ach so du hast fußbilder mit fußball verwechseln verwechselt bruder wann ist denn hier los und ist denn hier los und ich guck mal vielleicht das voting 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 ich habe das schon mal angemacht wir könnten das gleich machen gleich oder später wir gucken auf jeden fall ich habe schon mal den tab angemacht je nachdem wie das sein wird einmal füße gerade endbildschirm musik endbildschirm musik oder ich habe eigentlich keine endbildschirm musik oder so weißt du ich habe einfach eine dings eine playlist die geht glaube ich zwei drei stunden lang und er auf den wenn die fähige sand louis hatte die wieder aber vielleicht vielleicht mache ich bald wieder eine neue playlist ja wir gucken mal da jeder machen können morgen 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 weil hier sagt was geht oder was geht ab bei dir alles klar welcome in the stream was machen sachen willkommen wie bekommt man das playstation pack bruder du musst auf playstation gehen bruder auf also halt der normale playstation menü ist dann gehst du auf dem playstation store auf der suche schreibst du fifa 22 dann gehst du auf der anwendung drauf und dann machst du halt den ja dann gehst du auf addons also du sobald du diese anwendung da angemacht hast oder warte man zeigt einfach ganz kurz dass es ist court battles und ja musik kann rp oder wir müssen wollen wir das irgendwann auf just for fun machen oder auf süß jo was geht leute was geht ab und die berichter berichter kommen oder ich bin drauf gegangen ich bin drauf gegangen also nur in dem store das ist schon am start zu weißt du das ist schon am start also ich habe das ja schon genommen aber ich glaube du musst eigentlich auf der anwendung drauf gehen dann gehst du runter das dauert bis ein paar sekunden wie kann ich einen namen wie kann ich name ausmachen wie mein zunahme ausmachen also dann gehst du komplett nach unten und dann drückt sie auf dann bekommst du das super guten tag gehabt und jetzt musik stream suchten und essen briggs was ist so gerade was ist so gerade hast du irgendwas bestellt gegen die pizza und normale kamosi oder hast du dir ehrlich geholt hast du ehrlich jetzt geholt bis ein napolitano wenn ja gern dir oder wenn dir besser mann im spiel also von spieler ach so oder das kannst du mit einstellungen machen das ganze in den einstellungen machen ich glaube spieleinstellungen visuell genau hier kannst du das einstellen mach am besten einfach dings übernehmen hier die einstellung von mir ach so du meinst also von welchen spieler meinst du von ihnen generell ist unten links das sehen kannst oder über den namen also das kann man auf jeden fall irgendwo hier machen oder alles kannst du hier auf jeden fall einstellen das muss auf jeden fall so ein bisschen ausprobieren das weiß ich leider nicht aber ich habe ja auch bei mir so eingestellt man sieht ja normalerweise oder bei den meisten siehst du ja so eine idee ne ich habe über den namen immer über den pfeil immer den spielernamen das kommt für ein paar sekunden rein damit man für sicherheit weiß wie man angewählt hat was geht ab was geht ab angela das glaube der welcome stream laut oder raspadori in fifa bruder welcher laut team welcher laut die sagt manchmal das welcher laut team und welcher raspa warte wer hat wenig tempo ja so machen wir das mein hunger kickt jetzt langsam richtig rein der ja mein hunger kick gerade richtig rein ich glaube ich esse gleich was ich muss mir gleich was gern über den namen ausmachen man kann sein bruder kann sein über den namen ausmachen oder probieren wir da ausprobieren wir da aus aber das ist auf jeden fall die einstellung ich weiß nicht wie das genau geht am besten machst du einfach den hier machen was court bettelt samt die einfach in einer partie rein und macht das dort weißt du aber das war auf jeden fall die einstellung wo man das machen kann also bester laut gegen raspa ach so okay oder von den beiden ich bin persönlich noch viel laut die weil laut die ist in game schon ein bisschen geiler er ist in game schon geiler weil der hat leer als eigenschaft power kopfball vor allem was laut die einfach von links unterscheidet ist eigentlich deine füße es weißt du raspa dodi ist auf jeden fall so ein bisschen schwach weißt du der hat das natürlich ein bisschen schneller er ist auch nur ein bisschen schneller aber dies tempo kann man auf jeden fall verzichten dieses tempo wärst du in game nicht so krass spüren wie wie die physisch unterschied von den beiden weißt du laut ist auf jeden fall stark erst wortwörtlich in game el doro weiß wie sein name also ich würde auf jeden fall laute benutzen aber das geile ist natürlich auch bei dings ne raspa fünf stände week foot und so aber ich persönlich würde immer noch längst im laut die aber wenn es geht kannst du theoretisch doppelt sturm machen ja krasse bitte die ich die ich gegessen habe und wenn ich bald mal italien bin wegen inter spiel esse ich die da und nun mal lecker bruder freut mich freut mich bruder hoffentlich an dem tag wenn du mal in italien bis gewinnt inter beziehungsweise bekommst du da auch einen geilen laden also erwischt so einen guten laden und dann geht's ab oben mosi was ist umgeschrieben kakashi baba fuß wenn du dings meins Baba fuß auf andere seite ich weiß nicht bruder wenn du das meint was euch dazu sagen bruder was soll ich dazu sagen habe ich schon gemacht stabil bruder ich habe aber viel spc futter oder wenn du viel spc futter kannst du theoretisch mitnehmen weißt du kannst du theoretisch mitnehmen also die karte ist geil die karte ist gut von raspa so der hat auch bei mir er ist auf jeden fall schnell hat ein geiles dribbling also der ist genau wie laute bruder für mich also in game erst genau wie in laute nur der hauptunterschied ist laut ist physisch stark weißt du und raspa ist nur ein bisschen schneller aber diesen tempounterschied merkst du nicht so krass weil das sind nur sechs punkte unterschied also klar 6 ist halt auch so eine anzahl aber das ist nicht so krass in game was du halt richtig merkt es halt die physis welt raspa kann sich nicht bei so 1 gegen 1 oder wenn der angegriffen wird mit seiner physis durchsetzen aber laut die der setze ich richtig krass durch egal wer da ist der geht richtig rennen der kämpft oder so der ist ein chip oder einmal pg zu 90 prozent zu real und bord man geht nach milan ja das habe ich auch gehört milan zudem ich meine bot man zu den ich hätte ziehen und schaue einfach ja 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 ich mache gerade dings l den ich mache gerade die eigens forbes weißt du eigens forbes von mls ich musste auf jeden fall noch glaube ich drei vier spiele gewinnen dann habe ich auf jeden fall meine eigens forbes durch weißt du ich dachte mir bevor bevor tots also richtig anfängt also am freitag mit premier league trotz dass ich noch auf entspannt das mitnehmen also entspannt fertig freischalte und dann geht's ab dann geht's ab was sagst du bautmann nach milan ja brauer so und familien also wenn der der mannschaft verstärkt auf jeden fall gut also der wird auf jeden fall die mannschaft man muss auch gucken ob er im italienischen fußball klar kommt weil italienische fußball ist schwierig es ist auf jeden fall schwierig da rein zu kommen also ich eben ich würde sogar sagen andere liegen da kannst du dich auf jeden fall viel leichter anpassen als bei serie a weil serie a ist sehr taktisch und sehr defensiv egal was für ein stürmer du bist du kannst der beste stürmer sein aber nur serie a kommt es ist schwierig gegen das italienische fußball so zu machen generell wie defensiv stark sind vor allem wie taktisch die da sind kann sogar sein dass der eine spieler bei einer mannschaft einfach auf dich das ganze spiel lang so konzentriert ist wissen was ich meine deswegen mal gucken mal gucken also haben die ja schon das ist auf jeden fall guter in verteidigern romanioli finde ich nicht so interessant ich finde außenverteidiger bei milan gut also die haben kalulu wir haben auch die herren anders das ist schon mal gut aber die brauchen noch jemanden in der in verteidigung bot man kann auf jeden fall ein guter mann werden aber müssen wir gucken müssen wir auf jeden fall gucken wenn ich spielen würdet er würde euch das spiel schwerer machen oder das weiß man nicht so oder er muss erst mal erst mal sondern nach milan wechseln bruder also lässt man nach milan wechseln und dann soll er sich erst mal einen startplatz bei der mannschaft erkämpfen beziehungsweise das italienische fußball verstehen weißt du dann gucken wir ob er gegen uns durchsetzen kann und so weiter und so fort ich mache gerade auch aufgabe also trotz tourn bei meilensteine aber macht das auf jeden fall ich wäre auch vielleicht vielleicht sogar gleich was machen nur die aufgaben auf entspannt und süß wie kriegt man mit bei dir wollte nur mal fragen aber aber nicht ab oder alle sie sie auf jeden fall keine angst haben bei der frage das ding ist bruder das ding ist so ich brauche keine mords weiß was ich meine briggs ich brauche leider keine mords das fragen ja auch viele ich hatte auch zum beispiel eine mod gehabt das war ja der malo und die meisten kennen glaube ich als md 1411 so wie sie auf youtube aber bei dem habe ich das ja auch weg gemacht weil ich brauche erstmal keinen mod und wenn ich dann brauche dann brauche ich auf jeden fall leute die erstens aktiv sind bzw die auch wissen was ich was auf meinen kanal erlaubt ist und was nicht und von dingen und dingen will ich auch keine dingen wieso wie soll ich sagen so es gibt viele leute die jeden tag am start sind aber ich will das ding ist wir haben viele schüler und ich möchte nicht dass zum beispiel schüler wegen mir im stream so lange dabei sind und auf deren schule auf deren gesundheit und so verzichten dass sie das auf jeden fall beeinträchtigt wird und generell ich brauche ich auch gar keinen mords aber wenn ich mal mords brauche sage ich ehrlich dann will ich einfach im stream wenn wir einige leute sind werde ich euch einfach sagen wer will mord sein und wenn da jemand bock darauf hat dann würde ich gucken ob das passen würde oder am besten ich mache einfach aufs insta wenn ich einen von euch im insta beschreibe ich euch auch waren der bock hat er wird das bekommen aber es muss auf jeden fall passen wenn mein zimmer richtig ist an zigaretten aber habe nicht geraucht aber oder kennst du zum beispiel jemand wenn man zum ersten stock wohnt oder erdgeschoss ich war mal bei seinem kollegen digga er hat erdgeschoss gewohnt und wenn jemand so einfach vorbeigegangen ist und draußen gehaucht hat digga es kommt dafür direkt in sein zimmer rein digga man hat immer gemerkt dass jemand vorbeigegangen ist kann sogar sein dass jemand bei dir vorbeigegangen ist also wenn du erst erste stock wo uns wie memo maro chill gerade niederlande auf seinen snap story ach so ehre man ab schon 30 tore oha brabe aus 84 plus kakori gezogen bruder gg gg bin ja immer da wollte nur fragen bin 31 jahre alt aber schade würde dich gerne unterstützen oder alles sie sie alles sie das ding ist wie gesagt die mir selber wir sind wie viel mann sind wir gerade im stream wissen neue leute um diese uhrzeit wenn es freitag ist oder wenn wir früh am start sind dann sind da meistens 15 mal 20 und es sehr gut läuft dann sogar 30 aber das ding ist gerade ist der chat so dass ich das auch selber machen kann weißt du gerade ist der chat so so dass ich das sogar selber machen kann weißt du aber aber du musst auch so überlegen briggs muss auch so überlegen wie ich habe ja auch natürlich viele Zuschauer viele schreiben wir auch nicht aber mit vielen schreibe ich auch privat und so ich darf auf jeden fall auch nicht die leute vergessen die seit tag 1 dabei sind weißt du also natürlich ich werde hier auf jeden fall keinen mehr oder weniger bevorzugen aber wie gesagt wenn ich leute brauchen dann komme ich einfach auf euch zu immer direkt sein immer klipp und klar ich bin auf jeden fall auch der fan davon immer tacheles sprechen und wenn ich leute brauche dann komme ich schon auf euch zu ok aber bis jetzt brauche ich erstmal keine aber ich weiß auf jeden fall einstiger in dieser community ihr seid auf jeden fall starke stramme jungs ihr seid gute leute ihr habt auf jeden fall eine gute art und weise ihr habt ihr respekt und das ist auf jeden fall schon mal eine gute sache es gucken wie sich das alles ergibt und die wieso bist du interferen und nicht mehr entfernen aber bruder wieso würde ich nicht sagen sag immer gott sei dank bist du interferen und nicht wieder fern ab oder keine ahnung schicksal einfach bruder schicksal ich weiß nicht alles gut küsse in den augen bruder ich bei dir auch wie gesagt wir mal gucken wie das nach 1 k sein wird nach ein karbonen vielleicht nach 2k wir gucken auf jeden fall aber es haut mal raus haut mal raus jetzt frage ich dir mal eine frage ok ich stelle es mir fast mal eine frage oder dass die meinung sagen soll jetzt kannst du meine frage beantworten ok wie bist du bvb fan geworden okay jetzt haben wir eine frage an dich wie bist du bvb fan geworden du 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 Sri wisst ihr was einfach jetzt und kann der war warum versuche ich bei einem vier zweiter einfach hin und her zu gehen also wie kommt so auf interwein milan hat geschichte geschrieben winter auch aber also was mir gemacht hat war einfach zu krass was hat der milan gemacht oder was krass war was hat milan gemacht was krass war was wir nicht gemacht haben oder auch mal raus vor allem vor allem was hinter gemacht hat oder das ist das krasseste im italienischen fußball weißt du es hat nicht mehr milan geschafft das hatte ich mir jubel geschafft und das wird auch keiner schaffen in den nächsten zehn jahren bv fan weil ich den verein feiert plus harland fern okay aber was ist denn bei milan so krass oder alles mir das einmal sagen was haben die denn gemacht milan drei champions die titel und auch liga geholt nein wurde ich weiß nicht drei champions die kam die nicht oder drei champions sie kamen denn nicht die amerika sogar hinter drei champions league und hinter doch liga aber hat milan ein trippel an juvent triple hat hinter ein trippel inter hat in der saison 0 9 0 10 das geschafft was keine italienische mannschaft jemals gemacht hat und geschafft hat inter ist die erste und die einzige mannschaft die den trippel gewonnen hat weiß was meine und das soll erstmal eine andere mannschaft schaffen deswegen sind wir auf jeden fall einer der krassesten weil das zu schaffen ist schon krass das schafft nicht jeder und das schaffen nur die einzig waren du 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 mann zu potter einen klub wenn man eine beziehung zu einem fein hat mit spieler ja oder also bruder du hast auf jeden fall erst auf jeden fall auch meine meinung so ein spieler geht also bei mir ist es auf jeden fall so also bei ihnen also ich glaube aber es meint das ja ein bisschen glaube ich anders also ich glaube sympathie natürlich bisschen mehr mit bvb weil doch allen spielt aber was ich zum beispiel sagen möchte das hat aber nicht mit der sache zu tun kein spieler geht über dem verein wisst ihr kein spieler geht über den verein weil ich weiß nicht spieler kommen und gehen das wichtigste ist immer dass der verein da ist dass man den verein liebt bis jetzt meine meiland hinter der bruder wiesen sowieso wiesen die einzig wahre milano sie am 9 bruder wie sind milano bruder meiland ist schwarz blau bruder ich bin selbst 17 jahre hertha heftig oder 17 jahre ist eine stramme zahl aber wenn an und jetzt wechsel bleibe ich trotzdem bvb dann bvb fern ja okay das schon mal gut bruder aber auf dem bruder auf den was ist der grund was warum du bvb feierst also ausgenommen wenn wir kommen sagen wir allerdings wäre nie behalert gab es einen grund warum du bvb gefördert das oder feierst du 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 ich glaube ich hole mir gleich was zum essen der rangers fc 3 siege haben schon mittlerweile das ist schon mal sehr gut der leute checkt mal alle auf jeden fall ab die neu auf den kanal gekommen sind checkt mal ab ob ich schon ein like da gelassen haben wir haben 26 likes schon mal sehr top ist uns fehlen noch vier likes bis für die 30 oder voll machen müssen wir eigentlich schaffen wir sind offenbar stramm wiesen stabil deswegen checkt mal alle ab ob ich schon ein like da gelassen habe und diejenigen die komplett neu sind auf dem kanal gerne auch ein abo was hat er für eine mannschaft oder wiener dem tour bühner stahl gegen den spiel wir nicht weiß nicht einfach irgendwie feiere ich den fein gelomatik aktualisieren ja kaum gegen den spielen wir gegen den können wir gleich spielen salzburg hat mal gegen bvb gespielt und gewonnen und da hat auch center gespielt ok eine frage wie soll man diese spc machen schließensweise scott billigen challenges ab aber davor zweimal 80 plus gemacht es wurde aber zählt nicht wie ich verstehe nicht bruder drei brauchen wir noch weißt du salzburg hat gegen barca gespielt und gewonnen letztes jahr im sommer ok das ist ja geil wurde mit welchen spiel als barca gespielt oder diese trotz tour weil ich guck mal bruder die in tel aviv spieler oder am besten von diese links einfach im stream nichts schreiben der von dieser stadt von deren land der politik und chaos bruder wenn man über die redet oder beziehungsweise youtube denkt sich auch der gefährliche leute einfach vermeiden was los was gibt haben ist sex wo bist du alles klar wird ihr welcome in stream hotz tour mainz ist so nett hotz tour wo ist die spc bruder wasser mit der bei christmann und de jongen so okay heftig ich rede von bvb ach so jaja bruder habe ich auch gesehen gute nach wo wollte kurz hallo sagen bis bald oder bis bald erstmal gerne noch ein bisschen liebe darf gerne like wo wir wollen die 30 knackt auf korrekt oder muss mich jetzt fertig machen muss gleich zur arbeit küsse in augen wir sehen uns morgen und den chat schönen abend noch kurs an alle briggs wir küssen auch deine augen bleibt stabil viel spaß auf der arbeit bleibt gesund bleibt immer glücklich wie sehen uns dann safe morgen okay bleibe ich da will man besser meilen stände tods tour meilen stände tods tour also ist das eine aufgabe oder was lbvb jahrmann bruder oder heuchlerei bruder mit heuchlerei das ist einfach nur heuchlerei weißt du so man kann auf jeden fall sehr viel jetzt darüber reden aber bruder einfach diese politik schien einfach vermeiden um einmal nicht ein tods tour was welche aufgabe meinst du jetzt da auch für fünf spieler auf den transfermarkt per sofort kauf okay schaffen wir diese zwei squad bilden spcs ab eigentlich musst du einfach nur zwei spcs machen oder vielleicht zwei macht uns einfach zweimal gold upgrades bruder zweimal gold upgrades gleich geht das oder spiele für online freundschaft spiele okay wo sie das mit israel habe ich auch gesehen und das finde ich so scheiße ja bruder ist alban aber bruder lass uns das vermeiden darüber zu reden bis politik und religion lieber hier vermeiden okay aber ich bin eben bringt nichts auch gold upgrade bruder wenn nicht bruder dann guck einfach vielleicht demnächst irgendeine spc irgendwelche upgrade packs oder irgendwelche spieler weißt du oder diese das ist 19 tage noch da safe schließt irgendein spieler ab oder oder du kannst einfach irgend so ein scheiß p.o.t.m. machen oder an ihr worden 44 tage ist ab oder in einem monat so knapp eineinhalb monate versus safe so viele spiele noch machen oder weißt du das wird schon von easy selbst gehen du wirst es gar nicht merken konzentriere dich gar nicht darauf es wird von selbst schon kommen gold weiß ich nicht brum habe ps4 ausgemacht vor fünf minuten ok sonst warte mal ich probiere mal aus das probiere ich einfach mal aus aber mal gucken einfach demnächst uns einfach würdest du einen knopf geben dass man alle auf einmal auswählen kann dann das wäre so geil als ob das mit gold geht er weiß man nicht oder wenn das geht wäre dumm wäre wild komm wir gehen mal wie immer hier rein der nächste game wieder was machst du oder bruder bist du gerade in gta was machen sachen was machen sachen was machen sachen was machen sachen habibos wir könnten theoretisch ich glaube wenn ich das vielleicht durch habe und mir gleich wieder ein bisschen geht ja wie du aber jetzt nicht safe sondern wir gucken auf denen so weißt du wenn es zeitlich bei jedem passt und wir alle bock haben lassen wir vielleicht wieder ein bisschen rumfahren oder irgendwas ab checken dann geht ja aber es ist auch relativ spät der nur 44 ich komme gleich freunde ich gehe mal ganz kurz ich gucke mal ob es da was geiles zu essen gibt es ok kommen gleich ok ja es ist auf jeden fall was geiles da das ist auf jeden fall was geiles das kann ich auf jeden fall auch entspannt sogar jetzt essen natürlich alles selbst gemacht jetzt haben wir jetzt können wir jetzt können das ist so wichtig wenn keiner snack um diese uhrzeit mal gucken viele tore der macht der der brille viele tore der squad bettel macht wir gehen das auf jeden fall so ein croak natürlich selbst gemacht ist immer so geil ne warte da habe ich keine ok wir sehen uns dann auf jeden fall lass es später auf jeden fall ab checken oder leider weiß ich nicht wie das lied heißt weil weil das ding ist aber es ist ein ich habe so eine playlist gemacht und copyright leader und ich sage schon copyright leader von nicht copyright leader und ich kann leider das nirgends vorsehen wie das heißt also ich weiß es leider nicht aber bruder dass ein non copyright leader weiß ich ob man die überfinden kann auf youtube was ist so gerade wurde das ist so oder deine sagt croak deine croak keine ahnung kann das ja mal zeigen damit ihr das vielleicht sieht ich hoffe das fällt nicht runter ist halt so brut als halt weiß ich mich das erklären so warte ich mach mal ein bild dann es gibt ja so diese geile bilder es gibt ja so stabile bilder auf internet da kann man das glaube ich viel besser sehen so was weißt du aber mit mit thunfisch und so ja sowas halt aber mit aber halt alles selbst gemacht selbst gemacht alles geiler und für ich kalapeno salat noch so ein spezielles brot noch dazu also habe ich das gar nicht angemacht wie dumm ja das halt so brot die ist das habe ich habe das halt mit thunfisch war damit sie jetzt wieder sieht so so meine ist glaube ich so ähnlich aber ich habe schon ein geileres brot genommen aber vielleicht so ähnlich wie so ein wie bei subway so aber aber ist schon geiler ist schon so ein eigenes ding wo man kommt geht ja ungefähr oder ich glaube wir könnten das sogar ich glaube ich es bisschen bruder ich es bisschen und in der zeit läuft noch sport bettel dass uns glaube ich sogar das gleiche einfach auf entspannt machen oder und dinge also wer noch gta hat er kann auf jeden fall auch gerne joint ich mache noch ein spiel glaube ich und dann könnten wir das in der zeit können wir uns auf entspannt links machen dort community war weil ich schon mal ein bisschen daran das könnte man machen das können wir sogar zusammen machen wenn ihr wollt ok wählen wird die im tor auswählen ding wasser mause danke die brauche mache ich auf jeden fall danke ich habe mir diesen humor du weißt schon aufgehört weil du es nicht magst wie ich habe nicht gecheckt oder ich will zu bvb wechseln was sagst du dazu oder wenn er seine karriere da im griff bekommen wäre das natürlich heftig und ein geld für bvb dann hätten wir auf jeden fall ein ersatz als haaland jetzt fix 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 weg geht okay die ist fix war schon ein bisschen ich weiß wie das vielleicht sicher durch die mikrofon im stream angehört hat aber wenn er jetzt darüber geht dann hätten auf jeden fall wieder einen stürmer wenn er abgeht dann haben die auf jeden fall einem br der sich in der bundesliga schon bewiesen hat dass er sich performen kann ich heißen was ich behalten ist privat ach so wurde hast du ich weiß schon was du meinst oder ist doch egal oder oder auf den so lang so lange hast du so alles im politischen rahmen ist weiß selber bruder aber wie du bist ein guter junger reger im tor safe kultur oder ich würde man ich würde eigentlich auf ehre bruder ich würde unseren bricht bono ich habe nur ein bruder auf ehre und kann man nicht auswählen sorry dicker hier also klar kultur verdient es sich eigentlich aber ich hatte man nur auf ehre rein oder ich habe mich über die wie du möchtest bruder wie du möchtest mach das was du für am besten hältst weißt du wem würdet ihr in der endverteidigung reinpacken auf jeden fall mahlzeit bruder danke dir bruder die auch für euch einfach was ist die kundi gemeint ihr ich sage euch ehrlich habt ihr jemals was von und gesehen dass er irgendwie gerissen hat oder auch ich weiß nicht irgendwie ich persönlich würde ich sogar an aber ich weiß nicht die sind für mich nur in fifa keine ahnung also der natürlich nicht aber ich finde den gar nicht überzeugend und der wahl und anderweitig sein style der hat auf jeden fall grüppige aber na nun bruder was sagt mir oder die anderen schreibt ihr mal rein ich lasse mich hier von euch inspirieren ich weiß ja bruder also von ihnen meiner mann noch ist hier von ihnen auf jeden fall ein bisschen mehr ja digga also ich weiß nicht können wir gucken was die meisten im chat sagen ich weiß nicht Bruder, Ticke, du hast auf jeden Fall recht, Bruder. Ja, Courtois verdient es reinzukommen, 100 pro, aber ich dachte mir, komm, Digga, auf Ehre, ich will einfach den Bruder Bonu auswählen, weil wäre mal geil, wenn der so eine stabile Special Card bekommt, wird wahrscheinlich nicht passieren, wie gesagt, Dings verdient ist, Courtois, aber Bonu wäre geil, Digga, ich will einfach auf Ehre ihn, aber bei Verteidigung habe ich nicht so einen Plan, Bruder. Meinungen, wenn man Schmatz oder wenn man das so extra macht, Digga, albern, das ist natürlich albern, es gibt Leute, die haben das sich schon, keine Ahnung, sich schon so angewöhnt oder keine Ahnung, die haben das vielleicht nicht beigebracht bekommen von den Eltern oder generell, vielleicht macht der eine das auch, keine Ahnung, wegen irgendeinem Grund auch immer, so weiß man weiß ja nie, den Hintergrund von irgendwelchen Menschen. Also wenn man das so gewollt macht, ist das auf jeden Fall nicht cool, Bruder. Gewollt auf jeden Fall nicht cool, aber wenn das jetzt durch irgendeinen Grund so ist, dann ist das eben so, weißt du. Alaba und Arojo, okay. Mido, Digga, ich sag mich ehrlich, je interessiert mich die Meinung von Mido, Digga. Mido, Digga, ich sag mich mal, das regt mich immer auf. Oder es halt, es halt natürlich albern, weißt du, kann auch sein, dass das irgendein Grund ist, weißt du. Also sag ich ihm das einfach, wenn er aufhört natürlich cool für dich, auch für ihn gut, wenn nicht, dann nicht, dann ist das eben so, weißt du. Aber man weiß nie, Bruder, wie gesagt, Digga, kann auch sein, dass es irgendeinen Grund gibt, weißt du, es gibt Leute, die können auch ohne sowas nicht essen. Also bei mir ist das nicht so, aber wie gesagt, es gibt ehrlich Leute, die essen, die schmatzen extra, die schmatzen jedes Gesicht, aber das sind halt Leute, die halt keine Manieren haben, so weißt du. Aber, aber komm mal, das ist auch dann wiederum so eine kulturelle Sache. Hier eben eher im Westen oder generell, mittlerweile ist das so, schmatzen ist für den einen oder anderen respektlos oder anstandlos. Aber es gibt auch Kulturen, da ist sogar schmatzen ein gutes Zeichen. Oder ich hab mal sogar gehört, es gibt Kulturen, wenn du da schmatzt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ihr das Essen von denen feiert, wenn ihr irgendwo besucht seid. Deswegen, keine Ahnung, ist immer sehr unterschiedlich. meinst du gold in einem bruder verteidigung bruder sagt man verteidigung wenn ich was sage dann hört er nie auf wie bei der wie bei rauchen wurde dann ist das ebenso weißt du denn ist das ebenso kann man leider nicht ändern kannst du einfach nur machen oder weißt du du hast eigentlich das beste was wir machen können alle bauern auch okay dann nämlich alaba rauch linksverteidiger moreno hat starke spiel okay moreno hätte ich glaube ich auch genommen also die alba würde ich nicht geben der bricht zu unsympathisch für mich aber in der mitte welchen alle bauen aber nicht bitte um doch bruder aber hätte ich auch persönlich gemacht weißt du da sind schon zwei leute die auch alaba gesagt haben auch hat doch jeder gesagt deswegen mach ich den alaba alba hat es verdient man oder kann sein dass er sich verdient hat aber ist mir zu unsympathisch der kleine mann ist mit unsympathisch ich kann mir gleich wieder eine sekunde mal wieder Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich glaube nicht oder jetzt spiele ich glaube ich nicht mehr bruder rival spiele ich glaube ich nicht mehr aber wo ist peter gar wo ist peter man könnte karte kasimir aber ist mir unsympathisch ja ist das sogar nicht nein nein das ist nicht der das ist gut oder peter pack ich auf jeden fall nicht rein der gertig auf jeden fall nicht rein also kummer alex moreno für einen außenverteidiger fünf tore vier vorrangig hat sich bewiesen robbing galler spielt oder scheiß auf das galler spiel und scheiße das ist das ist mir noch viel zu wenig oder weißt du es ist mir noch viel zu wenig also ich bin und den nicht überzeugt oder also der hat auf jeden fall potenzial aber dem würde ich noch nicht reinpacken vor allem auch fifa technisch oder er hat auch schon sohn der hat schon eine features der karte auf zwei position ich glaube euer sabal nee der ist aber stürmer hat er in der kategorie sturm molly ich glaube hohen mädiger hohen mädiger 18 scorer leute 14 tore vier vorlagen links außen aber ist er mittelfeld als mittelfeld ne wie guck mal weiter wo ist weg hier oder wie viel hat der weg hier weg hier weg hier weg hier weg hier links außen dann juma den mag ich auch die gar du dann juma der ist auch so ein achi habe ich hier nein ich gebe hohen mit einfach hohen mit auf süß einfach den ja wurde einfach wir gehen einfach damit obwohl wir nicht nach sympathie geben würde warte mal ich glaube ich gehe mal nach ding stäger wenn ich jemanden feiern würde oder wenn ich jemanden geben würde ich weiß nicht ich weiß nicht persönlich aber auch oder ich nehme ihn sogar raus es ist mir schon sympathischer natürlich hat vielleicht dieser wort kein links kein kein links eine stimme hat jetzt nie so eine kraft aber auf süß auf süß auf süß auf süß und auch auf süß diese vier spiele sind auf süß reingekommen obwohl der hatte dass ich so oder so verdient aber diese vier kommen auf süß weitere ja wo sie hat wohl gemacht hier nimmt der gar das wollen wir nicht haben sich immer dann wieder in links rein sport wartet schon auf uns sport wartet schon auf uns das spiel schnell umdrehen dann geht es abtüren wo petri motrice und de jong werden so sowieso kommen gegen fifa schon ich hatte 100 prozent wird es kommen und lvp drehen ja bruder das sowieso bruder das sowieso bruder das sowieso aber juckt mich ja nicht weißt du ich bleibe auf jeden fall ich mache die auf ihre bruder auf süß you know what i mean you know what i mean so als ob so ein wozu krassen dings hat der gar weißt man diese stabilen spieler so rein warte was können wir machen im last game dann geht es ab genau hier jetzt geht es ab und iraq der 16 jahre alt und spielt spielt bei menu wenn du diesen iqbal oder so meins bruder ich kenne den bruder aber der erst der erst nur halb iraq haben du und du dem 1 oder ich glaube dass halb pakistaner und halb iraq ab oder habe ich auch mal gesehen da wurde letztens irgendwie keine ahnung wo war das mal er hatte mal durch letztes jahr oder so champions league einsatz gehabt und links hat ihn halt geteilt der gar voll viele muslimische seiten beziehungsweise 433 und die meinten halt auch sie da nicht war nein der ist ganz iraq an einem oder der ist nicht ganz iraq er spielt glaube der spielt vielleicht für die nationalmannschaft oder so irak oder so hat er ausgewählt aber erst nicht komplett aus den namen für sie dann aber die zelt wir gucken mir sicher machen wir den hier von wo sein vater ist bruder und wo sein vater ist von da ist ja auch weil vater ewe selber wurde auch das vater ich war wurde in menschen station eines vaters aus parks angeboren erst pakistaner und eine mutter aus irak geboren ok erhielt mitte mal 2021 irakischen pass ok für sie rocken maker senior appearance vor menschen united ok auf den erster erst irak also mit irakischen papieren der auf jeden fall für menu seinen einsatz gemacht hat aber oder er hat auf jeden fall irakische papiere aber ihr wisst papiere machen nicht den menschen aus sein der dies parki bruder irak englern oder du hast hier den beweis oder du hast hier den beweis sein der dies parki bruder als ein irakerin auseinander genommen wir können auch hier gucken wir gehen auf englisch er ist auch der erste kommand sogar in dem muss überlegen kommen erst bei also er könnte england irak pakistan wie erstmal in international international level die könnt ihr spielen aber ich sagte eine sache in england werde auf jeden fall mehr als nation gesehen oder ich war in england bruder und wenn das schon hier auf englisch und nation steht oder nation sind diese ganze südasiaten was diese pakistan afghaner solle aber im endeffekt wurde scheiße weil es wurde erst einfach ein mensch erst einfach ein mensch und das ist das wichtigste weißt du man sagt sogar selber er supportet sogar diese südasiaten oder scheiß man da drauf also auf das drauf das mit der mutter das war es komplett er wurde oder es ist einfach so oder you know what i mean du bist das was dein daddy ist oder du bist das was dein daddy ist du kommst die wiss schon von woher kommt der ja trotzdem einfach egal spiel für menu der erste oder wie können auch paksana sagen oder iraker wäre schon unfair oder er spielt auf papier natürlich iraker bruder aber ich sage dir eine sache diese ganzen englischen seiten auf instagram seiten muslimische seiten und so die haben auf jeden fall alle auf jeden fall kommen der einer sagt so deiner sagt so sehr einfach happy bruder als einer das auf jeden fall ein brief es geschafft hat für menu zu spielen genau also sie sehr national für mehr rauskacken oder im endeffekt der brä ist ein guter war da habe ich links wieder an gemacht ja ich habe wieder laser oder wenn der irak steht dann ihrer gemein bruder bist du bin ich deutscher wenn ich deutschen pass ab oder bist du österreicher wenn du österreichischen pass hast oder was scheiß mal ein stück papier bruder weißt du so ich sagte ehrlich oder ich bin ich bin schon in einigen ländern gewesen vor allem gelebt oder ich bin in deutschland aber ich werde niemals auf den auf die wir machen jetzt bis diese torg morg und so oder ihr werdet egal was passiert ich werde hier niemals ein deutscher sein für deutsche aber juckt mich auch nicht ich will ja gar nichts sein der ich bin einfach ein mensch der kann das recht mir auf airport bin ich deutscher wegen den papieren wenn ich dann irgendwo im ausland bin bin ich vielleicht keine ahnung was die mich einschätzen im endeffekt egal was auch ist bruder egal was auch ist bruder wie sind menschen oder als er dann passt es besser als irakische was oder ich weiß nicht ich weiß nicht ich habe mal bruder ich kenne mich auch mit diesen filmen aus pakistanische pass ist einer der schlechtesten also nicht er kann man was ist schlecht ist es hat viel mit politik zu tun wirst du mein afghanische pass ist auch schlecht egal nicht auch weil es hat viel auch mit der politik zu tun wo du willst oder wo du mit denen du halt diplomatische beziehungen hat auch hast du sagst von denen die leute können bei uns reinkommen der kann und der nicht ich habe österreichische pass ihre mann hat kein österreichischen pass habe asylpass egal wo oder egal was du hast bruder aufsache bruder du bist du bist gesamt oder hier geht's gut wir können ja gleich gucken oder also wir können ja gleich gucken die schlechtesten pässe deutscher war ja glaube ich 2016 glaube ich der beste passt aber mittlerweile ich bin mir nicht sicher ob das kuwait oder katar irgendein arab ich glaube vielleicht so kuwait ich glaube die mit denen mit deren pass kann man glaube ich in den meisten länder gehen das ist schon heftig einer kann abgeschoben werden ja ja okay oder das sowieso oder aber bruder ehrlich als sie pass aus oder einer der besten oder sags zu irak ich glaube vielleicht mal früher bruder vielleicht vielleicht mal früh in den 80ern oder soll vielleicht aber jetzt würde ich niemals sagen bruder aber der macht die nicht rein wir gucken mal gleich okay wir gucken mal gleich wir gucken egal was passierte ich im video sind hier safety damit du hast du das habe ich mir das lese ich jetzt gerade wenn mutig trotz bekommt dann hole ich mir direkt die gebrauch wegen kroatische connection oder was wäre man erst recht ist auf platz fünf auf der welt und deutsch auf drei und japan japan ist sogar jetzt 1 heftig eine mutter hat originale pass von irak kann dir von außen zeigen naja wurde alles sie sie alles sie sie brauchst du mir nicht das zu zeigen oder sie kann auch einen green kater muss sie kann alles haben genau wie die rade oder hat mein spiel auseinander genommen oder hat mein spiel wieder auseinander genommen ich hätte diese eine halbzeit nicht choken sollen oder essen sollen machen rein wichtig irak schlechteste oder das weiß ich nicht ich weiß auf jeden fall wo ich das letzte mal so damit mich ein bisschen beschäftigt hatte ich weiß pakistan und afghanistan waren sehr schlecht in afghanistan konnte 24 länder gehen und mit parkson 26 länder aber das ist auch schon ein bisschen lange her bitte machen rein war ich schon mal bitte wichtig wir haben das spiel noch umgedreht ok zum glück mussten wir nicht afghanistan das schlecht ist ja genau und wir gucken mal wir gucken mal was gut ranking 2022 ok hier wie du aber besser als ägypten wurde an die mails oder was sie oder ägyptens politik ist auch nicht die beste auf denen oder diplomatie aber früher waren die oder wir gucken einfach hier ok er sagt ja ok bruder das war dann nicht kuwait das war dings vereinigte arabische emirate also ju also united die emiraten einfach wo dubai ist jeder sagt immer dubai dubai dies australana die heißt nicht dubai die heißen einfach eben geraten sagen aber wir gehen einfach nach unten ok einfach direkt nach unten damit wir wissen wo die schlechtesten sind ok hier sehe ich in einige länder ok afghanistan du kannst vom und reichs länder gehen ab oder bruder irak ist zweit schlechtester bruder ihr seid mit syrien auf einen rang bruder bruder irak und syrien bruder schammer auf oder hammer auf oder hammer auf oder so nix ich liebe alle länder aber bruder du hast gerade sehr hoch geredet oder 37 länder komm mal okay wird auch gar nicht an sich gesteigert bruder das letzte wo ich geguckt hat da konnte noch 26 länder gehen 26 neun länder sind dazu gekommen ok irak syrien scham diese man sagt ja schauen zu denen also wurde das was kommt wie du jetzt aber es ist alle nachrichten leichten nein spaß ok park 241 ok wo ich das letzte mal bei den geguckt habe bei dem war 26 die haben auf jeden fall was gut gemacht jemen palästinensische gebiete korea sieht ja aber nicht direkt denken dass vieles so zu tun hat dass er schlecht oder so ist es hat viel auch mit politik zu tun und diplomatische beziehungen angladech eritreia sudan äthiopien nepal libyen sri lanka südsudan irak iran hat sich auch gesteigert digga krass die werden auch ein bisschen weltaufnahme ägypten wird gut sein bruder wir haben immer noch ägypten nicht gesehen wo ist das guck mal hier sind schon die ersten afri länder algeria jordanien du musst auch so bekomme indien du musst auch sübel in ghana das ding ist einfach ägypten ist auch generell ein touristenziel so you know what i mean es wird schon gut sein der koma tunisien marschallahu jogen wir sind maschallahu es gibt immer noch nicht gesehen der ägypten mass kummer saudi arabien der gar jetzt wahrscheinlich auch viel mehr haben können falls die politik bei den anders wäre oman 86 krass ecuador oder so diese kartalländer haben noch 24 der katar war lauf aus ägypten kummer russland ist hier wo es ägypten hongard sogar 118 länder trauen gab oder montenegro nordmazedonien el salvador oder gefühlt ägypten gibt es nicht mehr oder ägypten rasiert jeden oder oder wo es ägypten bruder palästina bessert ihrer kabob oder das ist dick oder 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 haben wir immer noch nicht dings gesehen ägypten wo ist dings wo ist ägypten bruder wir haben ägypten aber diesen hier wurde aber wurde ihr seid weit platz 78 wir haben der für übersprung ok selbst mit mali chat und so aber wurde von amerikan übernommen aber bruder ist doch egal ob übernommen oder nicht das ist natürlich so dass es viel politik aber viele länder die unten sind sind auf jeden fall sind auf jeden fall aber auf jeden fall gelitten so weißt du aber es hat nicht nur deswegen zu tun sondern generell auch diplomatie unser bruder das hat doch sehr viel damit zu tun aber im im endeffekt okay hier ist ägypten platz 78 aber bruder auf den du weißt selber bruder palästin bruder und bruder das ist schon krass das so ein auf den so ein unautonomes gebiet also natürlich in unseren herzen gibt es das aber wir haben sogar mehr die was unten sind deswegen krieg nicht unbedingt bruder nicht unbedingt natürlich krieg 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 aber hier ist sie mit krieg bruder jemen krieg krieg ist kein krieg wurden mal übernommen banglärte ich auch nicht bruder ja ja auch kein krieg oder ja doch schon kein krieg oder iran wurde auch kein krieg oder du weißt dass mir es hat viel mit diplomatie und so zu tun bruder militärgeschichte fußball nummer eins in afrika wurde auch von generell von arabischer bruder weißt du auch von wenn man so mit arabischen länder vergleicht so auf den wenn man zum beispiel vergleich mit ägypten mit katar bruder der tat mit fußball nichts zu tun bruder ägypten hat eine eigene fußballkultur so weißt du also gibt es jetzt nicht so weit höher wie irak oder scheiße auf die ranking aber wir vergleichen auf die länder 37 37 wo es dings ägypten 37 das heißt 37 20 jahren 19 plus 19 länder aber es ist man muss schon hoch scrollen oder im endeffekt egal auch was immer die sind höher iran hatte krieg mit uns was labos so aber es nicht sagen was labos oder so entspann dich die hatten kummer wann hatten in den krieg bruder wann hatten den krieg das ist so lange her dieser golf krieg oder dieser krieg das ist so lange her muss mal gucken die letzten jahre bruder aber das meiste hat mit ding zu tun bruder das meiste hat mit diplomatie zu tun bruder du bist gerade in einem nationalfilm oder du musst da mal rauskommen weißt du vieles hat mit ding zu tun hast du mal wie die politik von iran ist diesen das ist sehr schwierig bei dem mit dieser diplomatie und so iran mit irak bruder ich weiß mit politik kenne ich mich sehr gut aus weißt du mit politik kenne ich mich sehr gut aus ich könnte wenn ich will wir könnten so eine geile man könnte eigentlich so gelbe politik diskutieren aber dann wäre mausolini auch nicht mehr auf youtube da wäre der kanal irgendwo in timbuktu oder so weißt du politik von jetzt für die zukunft was schon passiert ist auch von ganz früh mausolini hat auf jeden fall seinen experten status von pakistan bis marokko diese länder auch generell einige länder hier und so mausolini weiß sehr viel bescheid bruder oder vergleich ägypten mit irak oder ägypten ist eine macht oder ägypten ist eine macht besteht aus vier ländern gefühlt amerika iran kursan iraka oder du meinst jetzt ja bruder das ist jetzt die ethnien oder was meinst du bruder aber bruder guck dir mal jetzt pakistan an bruder guck dir mal afghanistan guck dir mal iran an da lebe noch sehr viele ethnien ich hoffe du weißt was heißt was eine ethnie ist gefühlt die meisten länder die ich gerade genannt habe sogar indien bruder indien wie viele ethnien die haben bruder das ist nicht mehr normal auch russland da sind so viele ethnien die leben so viele verschiedene völker mit eigener sprache kultur die haben nichts miteinander zu tun aber genau aber im ende der kummer wir haben kaum über sowas angefangen es fängt schon an digger es fängt schon an mein stärker vom pass hat nichts mit krieg zu tun ja das sowieso kummer es hat auf jeden fall auch vielleicht so leichten einfluss aber das meiste hat viel mit diplomatische beziehung zu tun so wisst ihr das meine und andere punkte sprechen auch dazu wie dings wie du meint so so jetzt nicht militär und so aber generell so wie soll ich sagen einfach so touristen es ist alles diplomatie bruder wie du doch bruder aber es dann wird man politiker bruder wert und politiker politiker inshallah kannst du irakische pass nach oben bringen wenn es geht bruder aber bruder ich sagte ehrlich das ist leichter gesagt als getan das ist leichter gesagt als getan bruder also ich sag dir ehrlich das ist diplomatie bruder wenn du wenn du gut mit bestimmten ländern bist und so also komme ich heiße mal auf alles aber es ich sagte eine sache aber es ich sagte eine sache okay es ist eigentlich nur ich bin jetzt richtig mal klartext okay das ist meistens nur diplomatie weißt du weil beispielsweise wie dem irak als beispiel wenn irak schlechte beziehungen zu dings hat zu italien beispielsweise wir haben keinen es gibt länder die haben keine beziehungen ist das meine wenn die keine beziehungen haben wie sollen die denn erlauben oder zu sagen deine leute können zu uns kommen für sechs monate können die kommen ohne visum zu beantragen verstehst du was meine es hat alles mit der diplomatie zu tun wenn die keine beziehung haben dann könnt ihr doch gar nicht zu euch rüberkommen aber wenn die vielleicht beziehungen haben vielleicht sind die handelspartner kann es sein dass sie beziehungen haben die sogar ins mittelalter gehen so 400 500 jahre und dann könnte man sagen okay digga für euch eure leute stehen die grenzen für uns offen ihr könnt bei uns rein und wie gesagt alles ist diplomatie bruder alles diplomatie du kannst sogar mit jemandem nachbarländer sein aber kann sein die sagen ey dein mann darf nicht bei uns rein wenn er kommt bekommt ihr direkt so eine durch sagen zehn jahre haft auf den aber alles einfach diplomatie beziehungen alles beziehungen beispielsweise deutschland und kanada ich war ja dort wir haben eine sehr gute beziehung miteinander und ich als deutscher kann da sechs monate ohne probleme ohne visum bleiben in andere länder müsste ich vielleicht sogar dies dass das beantragen das müsste erstmal angenommen werden und dann könnte ich nach monaten hingehen aber weil deutschland und kanada auf denen so sind kann ich mit dem deutschen pass sechs monate dahin gehen weißt du in amerika aber nicht dahin gehen möchte müsste ich so ein dings beantragen das ist so eine karte so ein teil also theoretisch kann ich da auch leben ich weiß nicht wie lange aber da gibt es eine bewerbung die muss man ausfüllen und wenn das eingenommen wird kannst du dahin gehen oder alles diplomatie bruder und wenn ich jetzt zum beispiel mit einem irakischen pass irgendwo gehen würde vielleicht wenn wir sagen verpiss dich oder alles diplomatie bruder aber auf denen auf denen aber es ist sagt jetzt eine sache oder generell im chat wollen hier natürlich kein hier runter machen einfach nur damit ihr was lernt wenn ihr in der schule diese aufgabe kommt er redet genauso er redet tacheles redet direkt so nicht in diese opferrolle oder so gehen das ist niemals gut einfach der aktive sein einfach fakten sprechen und wenn ihr das jemals in geografie oder gesellschaft ab dann wisst ihr bescheid der gesagt die das haben wir die sein quelle dann sagst du quelle mozzi da habt ihr das geschafft okay wenn die war sagen hey was los dann soll nämlich auf uns anrufen dann wenn die sehen ein spaß aber das ist auf jeden fall das ist schon auf jeden fall oder es hat eigentlich nur mit diplomatie zu tun kannst du mir auf jeden fall glauben ist so zusammenarbeit zwischenländer ja bruder so kann man das auch sagen wir sind nicht runter machen essen faktos ja ja bruder ja auf den nicht dass jemand weiß selber bruder man sagt ab und zu ihr seine irgendwelche sachen die sagen so bruder sei nicht sauer oder warum passt es zu aus weise selber viele denken mir immer so tacheles redet zu direkt dass man irgendwie am region ist oder so oder bis vor wo die linie am region ist da muss so einiges passieren aber nur damit du das weiß mido es also generell auch die stillen zuschauer damit die bescheid ist alles nur diplomatie bruder je mehr du mit vielen ländern so gut bist desto mehr haben auch die leute voneinander was weiß was meine und ich denke nicht dass die politik von irak so gut ist also ich denke nicht dass sie gut ist vor allem du sagst ja selber irak sowieso sowieso dann ist doch klar die haben keine gute diplomatische beziehungen oder was ist diplomatische beziehung die anderen länder vertrauen einfach irak nicht weißt du also in der vergangenheit sehr viele sachen passiert so dass die leute sagen nehmen mit diesem land will wenig zu tun haben und die leute von den soll auch nicht zu uns rüber kommen das ist einfach die traurige wahrheit dabei ist halt einfach so weißt du aber egal scheiß mal auf alles wie geht es so schlecht wie viel kotzen aber es kommt nicht raus oder das ist natürlich alban das ist natürlich alban warum oder also was falsches gegessen wie du habibi was machst du was machen sachen was machen sachen zu viel kfc hot wings gegessen oder war das halal wurde auf dem wurde das geht ja ja komm oder komm habibi komm zu dubai wer geht hier hat kann auch gerne reinkommen wir machen gleich eigene lobby das auf jeden fall also so wie man rasierende digga ohne scheiße haben heute wissen jetzt wir haben uns wissen die update mit dieser mit diese pässe und ich hätte nicht gedacht digga hätte niemals gedacht zb dass das zb die ein oder andere länder sich geupgradet haben aber einmal kurz so fall ist sie dass sie 45 länder haben wo die gehen können wisst ihr ich glaube einfach das ist einfach diese liebe zwischen diese ländern so wahrscheinlich sagen die eure leute können bei uns leben studieren arbeiten und so liebes videos wie die leute von dort geht und sogar die haben auf denen auf am ende sogar mehr länder als irak das ist schon krass wie gesagt alles diplomatie sonne 45 länder 37 sind natürlich nur acht unterschied aber wahrscheinlich sind das so länder so alles muslimische länder wo die einfach ohne probleme hingehen können aber komm jetzt einmal jetzt auf politik scheißen die machen jetzt unser ding weiter politik und irak schlecht bin ehrlich einfach schlecht wegen amerika die nur wegen geld in griffen bruder ja schon bruder aber es gibt doch viele andere und aber jetzt kommt dass uns jetzt diese dings vermeiden wo weißt du damals mit den italienern in egypt oder astag vor oder nicht nur in ägypten bruder generell bruder diese europäischen länder haben sehr viele falsche sachen gemacht generell auf was die franzosen mit den algerien gemacht hat darüber wird auch gar nicht geredet aber wie gesagt wenn jemand mal darüber reden wollte lasst uns mal im party gehen weg auf stream der da können wir gerne solche sachen besprechen ok oder was passiert ist das ist auf jeden fall sehr traurig also man merkt auf jeden fall was menschen menschen anziehen können jeder red über fall ziehen ukraine syrien und so aber keine beirat oder soll ich dir eine sache sagen aber es über irak wird auch geredet über dings wird doch geredet diese ganze andere länder die du gesagt hast aber ich kann auch länder nennen da ist es viel schlimmer sogar also ich will ich will das gar nicht sagen dass das schlimmer ist oder dies oder das weil wir sollen nur menschen etwas schlimmes antus so da sollte man nicht messen dass das besser oder ich meine das noch so schlimmere ist als das eine aber wurde wenigstens wurde über dings geredet es gibt länder es gibt so viele orte zum beispiel auch in russland oder kleinere ebnen in europa oder uiguren wie lange wurde das nicht beredet oder ich kenne zum beispiel das thema mit den uiguren schon seit 2009 es gibt auch die leute aus kaschmir dem wird auch gar nicht geholfen es gibt sehr viele leute in indien in indien gibt sogar 150 muslime dem jetzt auch nicht kaufen aber genauso gibt es auch generell unterdrückte menschen gibt es auch in spanien mit katalonien okay das gleiche ist auch in italien oder man denkt italien schönes land dies australala die meisten wissen gar nicht mal dass in italien auch politik ist bruder zwischen nord und süd italiener generell mit den sizilianer keiner weiß dass sogar viele sizilianer versuchen ein eigenes land zu bekommen aber das wird auch von der politik runtergedrückt und so dass politik gibt es überall bruder aber ich sagte ehrlich über irak wurde zum beispiel gerät aber was mit den sizilianern passiert ist wurde glaube ich noch nie in der welt besprochen und wert auch nicht rauskommen weiß aber wie gesagt lasst uns jetzt sehen wir machen wer jetzt über politik redet time out das marke und ich weiß von 2009 gibt gegen algeria wenn nicht google ist mal irgendwann oder wenn du irgendwie dazu so im bericht hast oder so irgendwie keine ahnung so irgend so ein video oder bruder fall zu ins was schicken wir mal rüber würde ich mal gucken ich weiß nicht was da passiert ist was dann passiert fußball was passiert oder wenn du krieg kennst weißt du amerika oder ich weiß bruder ich darf doch hier alles nicht sagen bruder da komm mal jetzt was du jetzt da geschrieben was ich weiß mehr als du bruder ich sagte das weil du bist halb so alt wie ich gefühlt auf den aber ich sagte eine sache bruder ich sagte eine sache es ist alles politik oder es ist alles politik was du mir jetzt machen oder selber schuld wenn eure müssen korruption gibt es ja auch überall aber lasst uns mal jetzt über diese allerdings lasst uns mal irgendwann party gehen wir haben alle wir haben allerdings wir haben alle gleich sie müssen wir irgendwann darüber reden da können wir richtig reden hier youtube ist falsche plattform dafür so dann könnt ihr mal so eine ganz andere seite von hause sehen wir gern ich sage euch eine sache oder die pack ich lieber nicht raus das könnte gefährlich werden die haben sich damals zerfetzen so weiter oder alles wie gesagt politik oder politik man kann so tief in dieser scheiße gehen oder man kann so tief in dieser scheiße gehen oder es ist auf jeden fall will schicken auf jeden fall dann ein dings bruder ein design ladung war weil ich sie mir headset an der oder aber es bruder ich rede jetzt nicht über politik bruder wenn du darüber reden willst wie gesagt das ist manchmal party gehen wir gehen irgendwann wenn es mal irgendwas sich ein geben sollte gehen wir mal auf streamen party weißt du dann reden wir darüber ok reden wir darüber aber jetzt nicht hier im stream oder nicht im stream nicht hier im stream falsche ort bruder und ich kann dir eins sagen oder ich bin jetzt keiner der sich irgendwie so unbedingt die nachrichten von mir guckt oder von irgendeiner seite bruder ich habe schon ich kann dir sagen bruder ich habe da auf jeden fall meine quellen bruder und sie habe nur darauf geantwortet aber tam kala sehr kommen im endeffekt im endeffekt egal was passiert bruder egal was passiert bruder eins ist politik macht auf jeden fall vieles kaputt bekommen wir auch gar nicht zu sehen dagegen allein schon mit diesem beispiel mit diesem beispiel mit in spanien mit katalonien die freiheitsbewegungen dort oder das gleiche auch in italien mit den sizilianer kompanie mit der sizilien man denkt urlaub so dies das aber traut mir da sind viele leute die sagen wir wollen ein eigenes land haben wir wollen dies das trallala sizilien war auch bis zum 18 oder ende 18 jahrhundert auch ein eigenes eigener land ein paar eigene staat und so haben politik alles aber jetzt wir machen jetzt wir machen wir uns den hier ich komme bei dir rein ach so war das von gestern jetzt herrlo gute nacht und danken kann die bau schlaf gut schlaf gut bleibt gesund und genau sei ein guter junge bei den senato bruder juckt mich nicht bruder kann ich dir mal auf streaming man sagen aber generell bruder hier nicht bruder oder gegen diesen doktor dre haben wir gestern halbe stunde geredet wie du weißt noch warte mal oh shit dinge ich brauche irgendein papier rega würdest du sagen unnötig was sie machen oder nicht bruder einfach ich habe keine meinung zu dem so weißt du einfach keine meinung zu dem vielleicht habe ich über diese meinung und links oder in auf stream aber generell lasst uns politik jetzt vermeiden hat andere sachen oder wie sieht es aus ok also der vermission oder sonst lass mal video wollen wir diese dings machen diese casino hat ich sag schon casino heißt dass man dings irgend so ein heiß machen oder sogar diese erste mit fließer bank kennst du das mit dieser bohr machine und so ab mit raspadori zwei spiele gemacht hat schon vier tor eine vorlage ich finde ihn viel besser als laut die sagst du bruder weiß ich denke für mich ist immer noch laut ein bisschen besser bruder also wenn du mal beide spielst dann wie du machst mal doppelsturm zwischen den beiden dann dann wärst du schon merken bruder beide sind gern der einheit bis mehr ist aber lautet diese füße oder vertrauen mir ich habe casino das machen ja komm schickt mir ich komme bei dir rein beziehungsweise wer noch join möchte kommt rein so wer geht der möchte kommt auf jeden fall rein lasst uns auf jeden fall wenn es geht zu zweit zu dritt machen ich bin 4 2 3 1 und laut die stunden vertrauen mir nahe wurde das würde ich dich machen oder angela mein süßes dings ist kein z2m wurde da steht zwar auf dem papier steht zwar dass er z2m ist aber er ist kein z2m bruder er ist stürmer bruder für den z2m hat er nicht mit die richtigen passwerte dafür ich glaube ich glaube ich gehe morgen natürlich mir schlecht musst du trotzdem oder dann gute besserung wenn es geht aber es ruhig lieber aus bruder ruhig lieber aus nicht das ist schlimmer wert wegen wenn die gucken und so weiter gerade so geile web sind geht gerne läuft eine mucke rega ich weiß soll ich das kurz an machen wegen copyright was ich habe das gar nicht an ich glaube ihr hört das gar nicht richtig wie du was machen wir jetzt bruder er hat kurz 98 und lange er wurde kurzes gut aber halt aber oder der lange passt es nicht gut oder sage ich dir ehrlich also wenn er bei dir gut funktioniert macht das bruder aber ich sage ehrlich es gibt auf jeden fall gerade in der serie bessere z2m aber alles gut will mich auch ablenken aber es geht nicht wenn er geht nicht weg ich hasse kfc oder nicht dass du mal gegessen das ist natürlich nicht gut bruder da sie nur so ich es darüber kommen durch darüber kommen schreibt irgendeine zufällige farbe rein leute diejenige dem chat sind einfach eine farbe und dann nehme ich davon ein auto ok einfach in irgendeine frabe schreibt reinschreiben zufällig blau ok mal gucken ob ich ein blaues auto habt ja ich komme durch bruder als blau könnten wir das nehmen das ist halt ja kommen wir nicht mal für diese oder worte habe ich keine komplette blauen autos der mann wurde wir können wir nehmen diese karre hier aber es bruder damit er sich jetzt guckt ihr dies auto dann wird es ihnen ihren besser gehen wenn ihr den sound gehört habt ne bild angela wurde aus und ich geht ja bruder schwerste panzer und kochen gucken wir gehen noch von unserem bruder ist eigentlich anders da gab es zwei mit dieser haram profi bild was da los glaubst du wenn ich mineralwasser trinke geht es mir besser wo reich war ich mir da jetzt nicht so sicher könnte sein könnte aber auch nicht so sein probier aus bruder ist das diese mission wo man und diese gold einsammelt bei beim casino und da muss man rauslaufen und so oder gibt die mehr bruder gibt die mehr was machst du da bruder aber die mehr ich brauche gar nix bruder gibt die alles gibt die alles ich habe sehr viel gebunkertes geld gibt die mehr wurde sonst das mache ich nicht bereit ich mach mal kurz diese pass seite weg drück x nein bruder bro all das ist am botter oder ich würde lieber alles nehmen all das mal bruder war kommt doch auf links am bruder kommt doch auf die links an auf welches am brotter version normal ist aber ich würde lieber wenn das alles von bide ist den hundert bruder hat genug kann ich wurde bei mir das gleiche bruder bei mir das gleiche mach einfach 50 50 einfach die bunkerte mülleimer die zuhören naja wo ich sagte ehrlich ich habe auch so viele wert dann lang hier habe gerade den kater gezogen aber aber welche version wurde welche version und gucken okay wichtig wie soll ich mich anziehen kommen der ist die mission der ja astag war oder was für ein tier kam da kam oder dass diese bruder es sieht gut aus wie sehen wir sein pärchen aus moment hast du gezogen warte mal kurz warum muss guck ich mir mal an bruder sam brotter moments nein bruder ich würde dings bruder nehmen ich verdienst daniel wissen oder er ist eine macht oder aus eigen pack ii no homo was machen wir jetzt meine kurze rung gerade hoch sorry was das ähnliches bruder dann gehen wir mal toilette bruder aber das tut mir bruder glaube ich hier wo das glaube ich dir es geht immer besser es geht immer besser aber du hast wenigstens alles spiel ihn bruder er im here ich will ich kann mich lieb ich habe meine kurze rung ich bin ich bin ich bin ich bin dass es ich bin ich bin ich bin ich bin alle diese leute diejenigen die neu auf den kanal sind vergiss auf jeden fall nicht abonnieren das wäre auch sehr geil wie auf jeden fall diesen monat in 900 erreichen hilft auf jeden fall oder bis zu gut in missionen bruder ich sagte ehrlich es sagte ehrlich ich bin jetzt vielleicht die falschen wochen aber ansonsten würde ich sagen ich bin ja schon gut manche die sind besser oder aber ich vermute nur rennen fahren können fahren und solche sachen also ich war gar nicht der drinnen in dem film so kann man hat uns gesehen oder sorry das ist moselini die tübe das noch niemals weg dürfen dass sich killen ok dann lass mal links machen aber das team leben 0 nicht zu uns dass wir komplett von von anfang wo sehr bitte gesagt ja wurde ich war gerade am lesen oder auf den also von mir zum vorn an oder was oder wenn das mit ein leben ist das ist schon das roh für die was war ich weiß nicht oder oder mit du lass mal sonst dings oder hast du so paar kurs und so bruder super cool was man machen kann das wäre glaube ich geiler bruder auf lustig parkour und so ebenso jobs denke da musst du so diese parkour fahren somit bmx und so und mit seiner auto hast du sowas oder mit klettergerüst wo man so irgendwo bis ganz oben klettern muss und du musst immer aufpassen weil da immer andere ist ja oder hast du auf jeden fall recht musik aus lassen ja ok kommen oder oder warte mal kurz ich gucke mal bei mir kurz ich habe so einen job oder ich hoffe das ist noch weil es zuletzt gespielte ich nehme nicht schneller job job spielen plötzlich gespielt ein job für titan nein nein wir waren so geile games hirn ist objektiger das video lassen die machen wurde lassen auto kaufen lasst ein auto kaufen wenn du halt kärisch hast du bock hast als uns das gleiche auto kaufen und dann nehmen wir uns halbe stunde so maximal zeit und tunen das ok und wer das besser hat oder was das beste dann lassen wir bewerten wir das hervor und dann gehen wir glaube ich spende weil es auch schon zwei uhr vom lobby würde auf den lasst uns sehen wir machen so weißt du weil ich könnte theoretisch noch paar andere sachen von mir verkaufen wenn du kärisch hast du ja dann lassen wir auf entspannt machen irgendein auto was wir gerade beide nicht haben aber was ist meine zu interessieren wohl laut die traumte geschossen hat oder war ein geiles spiel war ein geiles spiel leider haben wir ein bisschen reingeht mit der roten karte aber wurde wir haben einfach der welt gezeigte gewendet haben wir ihn schlagen wir wollen können wir ihn schlagen daher aber sowieso für mich champions league erstmal nicht so wichtig skudettos priorität nummer 1 das ist wichtig weil du gerade kannst na alles ist die bruder alles diese wo sie hat zeit wie du sagst bruder wollen wir ein auto holen wollen wegen dem auto holen bruder wie dort das spiel verlassen warum hat er das spiel verlassen hat mir besucht bekommen oder welche autos gibt es hier oder legendaries wlan shit oder bei mir geht glaube ich auch in einer stunde wlan aus spätestens in einer stunde was welches auto wäre das sind die autos kann man nicht so geil tunen das sind so weil man muss auf transport ihre gelesen autos da sind den kann man auf ein fall einiges machen war karin sultan wurde einfach sultan der noch ein sultan der wapi dominator er sieht auch wild aus aber kann man sich nicht so geil tun lasst sultan oder kann man die gut kann man gut tun auf dem man das machen kann wenn du weißt dann das machen bruder dann holen wir keine ahnung ja warte mal ich guck mal gleich ein paar tik tok da kann man safe gucken beste autos so dings oder die tunin wurde mal kurz auf tik tok so kurz knackige videos sind auf jeden fall stabil best car ups nehmen einladungen best car gta tuning best ok wir haben hier in so video oder dinka jester classic bruder 790 karika soll einer der besten sein zum tun angeblich anis zr 350 on lg gegangen ich dass hier unsere hauptsinn ja egal scheiß drauf lassen aber ding zum bruder lassen war sultan nehmen war immer mal videos zu karin sultan bruder tuning ja komm bruder wie dem karin zu tambo werden diese dinge zerstören mal gucken was man alles wie das kostet aber die gibt es zwar eine was ist der unterschied mama pink ein von los santos tuners was ist der unterschied oder da gibt es nur ein auf den hier so ins bruder und einmal so eins was ist der unterschied und diamond casino heißen denn es los santos heißt welche nehmen wir oder welche ist das aktuelle weißt du das los santos tuners casino heißt vielleicht das hier oder sag du welche wir auf jeden fall nehmen sollen pink oder gelb lassen für diese pinke nehmen oder pink bruder teuerer bruder vielleicht gleich aktueller und wie pink nehmen im gelbe save save also nicht wegen geld oder weil ich kann zwei autos verkaufen dann habe ich auf jeden fall das cash ich glaube wir beide müssen auf jeden fall links blechen 17 er kommen wie eine pink oder pink ok wir müssen auf jeden fall pink nehmen also ja warte ich verkaufe man dein eigenes auto wir verlassen überdacht digga ein bisschen action für uns alle ich hoffe ich habe noch nichts ich habe ich nicht genug wo sind meine delixus sogar habe ich auch alle gesichert kommen okay so ein bisschen weniger macht den screen aber dann auch was anderes ach so wie meinst du oder was du damit du nicht siehst oder muss ich meine zu sagen wenn du ich glaube war flop war leider nicht so flop war leider nicht so flop wie sagt auch ehrlich schütze junge junge das zeigen wir nicht im chat noch rechtzeitig weg gemacht aber der war leider flop war den nicht so geil leistung leider nicht so geil und sie nicht auf den feldschirm springen nein wenn ich irgendwann irgendwann die machen so eine wette bruder wir machen irgendwann eine wette falsche springen welchem spring bettiger bei eine millionen der auf den hallo wie es war es gemacht sich leider und kann man das stream alles klar wo ist das auto hier ist krieger das müssen jetzt verkaufen oder wie du ich glaube ich lass an oder weil auf dem oder wir sind zwar noch wenige aber die sollen ja sehen so weißt du die leute noch drinnen sind und die hässlichen aber die rober mir auch tipptopp maxi bei mir auch tipptopp und mir auch alles tipptopp wurde ja auch nicht heißt wenn man mal was anderes spielt als fifa das tut dann ab und so mal so gut jetzt ein bisschen autos tunen mit euch dinge wie auf jeden fall auch dann also noch gerne gta reinkommen karen zultern das pinke auto kaufen 1,7 millionen und dann tunen wir und vergleichen wir und gucken wer das beste auto hat die dinge bleibst du noch live hab nichts zu tun morgen keine schule gg bruder gg bruder oder ich bin noch glaube ich ich bin schon heute sehr lange angewiesen so vier stunden und 15 minuten bin ich ungefähr live ich werde ich kaufe mir gleich ein auto werde das sind tunen und nachdem wir das gemacht haben gehe ich glaube ich vielleicht auch aber morgen geht es auf jeden fall weiter darin zultern rs classic ich glaube das ist rs classic der nahe an uns zu törer scott jordan 1 2k wie bruder also meinst du wie ob die für mich geil aussehen oder was meinst du bruder also ok ja es geht bei dir maxi was geht bei die maxi wie hast du den kanal gefunden genau jähriger meinst du trotz gott schulbruder sind geil aber mittlerweile auch nicht das gelbe vorbei so ich fand zum beispiel die er jordan also die 1er dior bruder falls du die kennst das sind so schule die ich eigentlich fühlen würde auf jeden fall dass hier in einem video linken sind pinke auton wochen wo hoffentlich kommst du groß raus ohne ball sympathie oder maxi danke dir danke dir bruder wenn dir diese würde nur zurückgehen von deiner art und weise wie du schreibst oder er mann youtube hat uns auf jeden fall heute ein bisschen gegenseitig stabil also bis was mit fifa und so zu tun mit fifa oder generell mit gaming safe wenn du perfekt oder wenn nämlich ich glaube ich kaufe den in weiß ein in weiß kaufe ich den ein aber ich habe das safe über dings gefunden in fifa was safe und fifa zu tun bei uns gab es mal ein mimi in salzburg mit pinke fahrrad oder ich bin selber auf pc und ps4 ps5 gelb oder gelb in eis auf jeden fall der normalerweise sind wir sind wir eigentlich nur im fifa spielen also wie testen bei den neuesten spieler machen gefühlt wie der spc und so aber heute dachten wir uns mal kommen lass uns mal erst mal sind gda spielen müssen urlaub nehmen kennst du das immer sehr viel wenn man sehr viel links gespielt hat die vor allem nach rivals bl squad battles sehr gut die zwei sterne für sowas zu gehen aber ich meinst du bruder also pinke fahrrad das check ich kann nicht heute gar nicht im moment gezogen bruder die die eine stabile karte bruder vor allem auch die moments bruder den kannst du auch theoretisch den kannst du theoretisch überall in der offensive spielen mit seinen werten lügel geht sowieso für als jener geht der auch mit seinen werten stürmer könnte man auch machen aber lieber natürlich jemand anders wird eine situation findet man kann auch jetzt wir kaufen und macht den großen unterschied aus zu flex und bessere grafik aber ich kann natürlich dazu nicht so viel sagen ich habe halt keine ps5 oder aber generell und generell bruder an seine spiele später vielleicht erholen müssen wegen diese next gen und diese ganzen filmen mein team ist pervers sagst du bruder was für ein team hast du ein komplettes liga team oder wie sieht es bei dir aus also insta bro kann dir schicken ja ja meine helfe ok ok ich hatte die stern nicht weggemerkt aber wahrscheinlich habe ich nichts genutzt Hey, wie kann ich dir helfen? Okay, geh in der Nacht. Du hast einen Minuten. Auf jeden Fall auf Twitch mehr belohnt werden dafür. Und Twitch ist auch die bessere Plattform zu streamen. Aber momentan, ich fokussiere mich mal auf die eine Sache. Momentan fokussiere ich mir erst mal voll auf YouTube. Nebenbei will ich auch mit Dings dann anfangen mit TikTok und... Nee, hauptsächlich Insta und TikTok. Und wer weiß, vielleicht irgendwann auch Dings. Irgendwann auch Twitch-Dinger. Ich hoffe, mein Auto ist jetzt da. Mechanika! Abu Aziz! Abu Aziz! Komm her! Komm her, wie respektlos der Dreckige ist. Ey, ohne Scheiß, egal, aber so... Stell mal vor, Abes Bruder. Abes. Stell mal vor, du bist Abu Aziz heißen, Bruder. Was für ein... starker Name, Digga. Dein Vater ruft dich, Abu Aziz! Ja, Baba! Komm her! Oder ich mag es gar nicht, mein X zu spamen, Digga. Aber nicht andere Spiele, ich spiele. Ich gehe dir gleich vor, eröffne kurz Fifa. Yeah! Ich bin fertig, warte. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Und ein anderes Auto, derweil. Boah, bist schon so schnell fertig, Bruder. Mein Mechaniker macht Faxen, Bruder. Aber Bruder, nimm dir noch ein bisschen Zeit, Bruder. Nimm dir noch ein bisschen Zeit, Bruder. Nimm dir noch ein bisschen Zeit, auch süß. Wie frech der eben war, ne? Der hässliche. Zultane RS. Jeben, der Mechonik war sehr frech, Bruder. Okay, okay. Da ist mein Auto. Karin Zultane. Oder gibt es eigentlich, Mido, das weißt du bestimmt am besten. Gibt es ein Dings? Gibt es ein Dings? Wie hieß es nun mal so ein BMW E36, Bruder? Ein E36. Abgeschickt, Bruder. Schaue ich mir gleich an, Bruder. Ich gehe mal ganz kurz ins Los Santos Custom. Ui, fast gecrashed, Digga. Aber wenn du so ein E36 in GTA gibst, Digga, schreib auf jeden Fall alle die Namen rein, wenn du das Bescheid wisst. Uff, Digga. Geil, das ist schon ein guter Ticket, Bruder. Hau rein. Bleib stabil. Danke dir für den Support, Bruder. Wir sehen uns auf jeden Fall, okay? Habibi. Habibi, genau. Bleib gesund und bleib gesund. Äh, bleib gesund und bleib glücklich, Bruder. Das ist das Wichtigste. Du bekommst Panzerung. Natürlich hier geben wir auch das allerbeste. Ich habe mir kurz eine Mannschaft, Bruder, Maxi. Aber es gibt der BMW, aber ob das, was du meinst? Keine Ahnung. Hm. Das ist ehrlich eine gute Frage. Okay, ich sehe dein Team. Ja, 90er-Holik, Bruder. Messi, Totti, Links, Garincha, Moments. Ronny Boy, 91er, Fulbidey, Allen, Maradona Prime, Stabil, Bruder. Klaus, 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 Theo Hernandez, Zambrotte in der Innenverteidigung. Hm. Fudibu, Tots und Donnarumma, Gold. Und Dinger, Bruder, ist schon eine geile Mannschaft, Bruder. Ist eine geile Mannschaft, vor allem ist es auch ausgeglichen. Nennen der Mitte mit Colette und Alan. Das ist so eine Sache, wo ich immer sage, ey, die meisten haben da nicht mal so die Balance. Das ist auf jeden Fall da. Was ich halt sagen würde, ist, Bruder, wenn es geht, Horvath, Horvath in Verteidigung. Und die linke Seite, Bruder. Wenn es geht, das auf jeden Fall irgendwann upgraden. Weil die kann man auf jeden Fall jetzt mittlerweile easy ersetzen, weißt du. Aber sieht auf jeden Fall geil aus, Bruder. Stabil. Okay, die Bank sehe ich gerade auf. Ah, die Bank ist okay, Bruder. Die Bank ist okay. Aber mit Nene und so kann man auf jeden Fall ein bisschen Welle machen. Aber nicht schlecht, Bruder. Oh, Bruder, diese Lichter. Ah, die Totti nur mal. Ich hasse den Hund. Ah, Bruder. Wahrscheinlich diese Filme, ne? Wahrscheinlich diese Filme, Bruder. Bei dem einen ist Totti geil, bei dem einen nicht. Das ist nicht schlecht. Tourenstoß stark. Ah. Ne, ich geb ihnen dieses hier. GT, Digga. GT MK2. Ah, Alter. Ne, hier geben wir den Drift Stange. Aber was ist bei Dings? Gibt es auch für Drift? Äh, wir machen komplett Drift, Digga. Drift ist lieber, Digga. Motorblock. Wie kann das sein, dass du schon direkt fertig bist, Bruder? Was hast du gemacht, Bruder? Auspuff, komm. Wir wollen Doppel, Digga. Geht ihr kein Doppel, Doppel, Doppel? Was? Was? Das macht doch keinen Sinn, Digga. Also zwei Dings für dieses Auto, aber das ist kein Doppel auspuff. Geht dumm. Aber komm, Korn, Digga. Bro, wenn du Zeit hast, kannst du dein Team mal zeigen. Ah, Bruder, das ist gerade schwierig wegen GTA. Schwierig, aber ich kann das schnell gleich auf Dings machen. Äh, bevor ich, äh, wenn wir gleich mit GTA fertig sind, mache ich das schnell auf Dings. Und bin okay. Oder wenn ich dann, wenn du abonnent bist auf den Kanal, Bruder, komme von morgen in den Stream rein. Ich bin jeden Tag ab, äh, 10 Uhr on. Jeden Tag von 10 Uhr bis, keine Ahnung, meistens immer bis 3, 4 Uhr. Dann zeige ich dir das direkt, okay? Leider habe ich kein Screenshot oder so. Na, hier nehmen wir diese hier. Carbon-Gehäuse, nee, Carbon-Bock nicht. Plastik, nee, wir machen hier einfach Sekundärfarbe. Ja, komm, morgen, besser, mein Bruder. Besser, Mann. Spielsor, GTA, beziehungsweise generell die im Chat, die noch da sind. Wer spielt man nicht GTA? Boah, ich glaube, diese hier, das sieht geil aus. Oh, warte, nee, das ist too much. Das ist schon mal geil. Hochleistung, merken wir uns. GT, Digga. GT mit ein, das. Carbon-Gt. Rennen. Boah, ich glaube, ich nehme das eine, Digga. GT sieht hammer aus. Ich glaube, auf PC ab und zu. GTA-RP, boah, geil. GTA-RP. Auf welchen Server bist du denn? Auf welchen Server bist du denn? Ich hatte auch letztens überlegt. Beziehungsweise kam sogar eine, ich weiß nicht, was ich jetzt dazu sagen soll, aber da kam jemand auf mich zu. Er meinte, wenn du willst, komm mal auf unseren Server rauf. Neuer Server. Wir haben schon mittlerweile so knapp 800, 900 Leute. In dieser Whiteliste und so wollen die noch ein paar Leute haben. Habe ich mal gar nicht so in dieser Film drin, Digga. FP, obwohl ich weiß, ich bin die FP auseinandernehmen. Aber ich will halt mein FIFA durchziehen, ne? Ups. Schi, Digga. Nee, Cabo und Tomatsch, Digga. Befloggt. Hm. Ne, das sieht schon gut aus. Full machen. Full ist das Beste, Digga. Ne, komm, hier machen wir das, dann sieht das schon ein bisschen geil aus. Türen. Ne, Überrollkäfig ist meistens unnötig. Ne, Bluff, Überrollkäfig war da. Hier hinten sieht das aber auch ein bisschen eklig aus. Ne, Digga, sieht hässlich aus. Da wird Lichter, Neonlichter. Hm, bei so einem Grand RP heißt der, sind durchstellt 400-5 1,200 oha. Aber man kommt da ganz leicht ins Hubs. Okay. Auf dem Wasser zu wieder die Qualität ist hinfp. weißt du jeder macht das was er will oder machen da auch schon rp und wie ist es mit diesen links wenn man da ist wenn man da auch links darf man auch streamen weil die eine oder andere will ja auch immer so wollen ja auch unbedingt immer an diese liste und sagen dass die streifen ach spoiler wie guck mal ne rp wird da schon gespielt ja stimmen darf man auch okay das ist schon mal geil wer weiß dagegen und mausolini ist auch da am start aber mal gucken das würde geil aussehen das ist ein guter gern muss halt mindestens 16 sein aber bisher fällt der jahr klar das sieht gerne aus ist oder das auto mich schon gut ausgewählt wie das auto haben schon gut ausgesucht maxi was du sie will ja man das interesse das ist auch interessant was holst du will das ist mal interessant ich will nicht übertreiben mit diesem spoiler aber dieses extra übertreiben hat auch ab und zu was mk2 mk3 kaum wieder mal verdienen oder ja wir gucken wir das am ende der gefederung natürlich so geht ewig die beste tunet felgen wir mal die sind eigentlich am besten aber wo 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 ich habe auseinander genommen war will gar nicht runter gehen ich das also voll hässlich dabei sind wo warte das oder das gab diese hier und muss aber das fühlen der 16 je nachdem und elite division ok stabil warte jetzt muss ich auf jeden fall in die müssen gold sein digga ich da gold der gern wir machen das am ende war warte ich will das auch roh am deg ja also passt auf net wegen wlan und so nein wurde alles sie wir haben noch wir haben doch ungefähr 40 minuten zeit halbe stunde haben wir ungefähr zeit wenn ich dann komme ich schnell wieder bei dir ein bruder ich muss jetzt nur eine geile farbe finden eine geile farbe aber du bist so schnell fertig oder hätte ich nicht gedacht oder immer zu much zeitiger immer sehr viel zeitiger lackierung was für eine farbe nähe gab oder aber das ist auch zu stunden hat wir gucken jetzt mal okay schwarz man könnte bei so einem auto eigentlich jede beliebige farbe machen oder wenn du raus gehst dann schau mein wagen ja ja mach ich gleich bruder das ding ist ich weiß einfach nicht was für eine farbe nehmen soll weil ich bin so einer ich muss auch immer andere farbe nehmen oder eine farbe die ich noch nie meinen autos gewählt habe ich habe glaube ich kein schwarzes auto ich glaube ich habe kein schwarzes auto deswegen mache ich vielleicht komplett klassisches schwarze obwohl so ein grau sieht halt doch geil aus ich habe ehrlich kein schwarzes auto digga blüff oder rot sieht doch geil aus normal rot ich wollte goldene felden das hat schon was und mit ultra blau blaues pervers pro jahr 100 pro also das ist ja dieses normale ich glaube ich mache ich glaube ich mache einfach mit ultra buch und ich nehme das ich glaube das passt das passt das passt das passt sekundär farbe eigentlich schwarz bleiben das kann schwarz bleiben oder akzentfarbe oder ausstattungsfarbe oder ausstattungsfarbe oder ausstattungsfarbe ja so hier kann man das sehen dunkler nähe hier machen wir einfach blau glaub ich oder schwarz einfach all black drin muss mal schwarz sein wenn manche linie immer schwarz akzentfarbe das können wir blau nehmen oder wie guck mal kommen nehmen wir blau wenn wir endlich erst so wie haben schon seit mit kleidung sonnenblende wir machen lieber weg der stream pro gute nachbruch aber es schlaft gut hoffentlich geht es hier morgen besser oder schlaf gut bleibt gesund wir sehen uns morgen okay dann besser die farbe sieht geil aus ja mann ich muss aber demnächst auch ein schwarzes auto machen ich habe diese farbe genommen weil ich glaube dazu könnten goldenen felgen passen obwohl die gold pass eigentlich zu lila am besten aber ich habe schon so ein lila auto und die sagt das ist gut aus dann ist das schon mal gute welchen farbe jetzt gucken wir mal silber oder gold hoffentlich was das wenn ich dann nehme ich einfach und aber ich glaube gold passt am besten zu lila sie kennen silber oder ja ich nehme glaube ich einfach gold obwohl das nicht so rüber kommt wie ich das möchte da kannst du einen guten rm aus der serie serie ein guten rm oder dinks es könnte eigentlich benutzen wie ist der bray nochmal wie ist der bray nochmal petro bruder er ist eigentlich ein günstiger messi aber oder besser gesagt ein spielbarer messi er ist auf jeden fall gut gute schusseigenschaften entschied den kunst zu benutzen eigentlich keinen maxi weil ich bin halt kein ding super league oder generell mit der türkischen fußball nichts zu tun ich bin entfernt ich weiß ob man das ist im dunkeln den trikot hinten sehen kann und hinter ich bin entfernt aber wenn ich mich entscheiden müsste in der türkei dann glaube ich safe die trab sonst wo weil ich habe sehr viele freunde außer türkei die trab so entfernen sind deswegen hat man mit denen eine kleine sympathie weißt du aber generell juckt mich eigentlich gar nicht der türkische fußball durch auf trotz warten oder das wäre eigentlich am besten angelo aber wenn du unbedingt einen brauchst an etro bruder dann auf jeden fall petro aber wen hast du denn aktuell jetzt brauche ich nur ein ding jetzt brauchen wir nur ein ding das haben wir schon da kommt das nämlich vielleicht der holz hatte die polz das blöd da kommt das nehmen wir auch blöd weil ich mal aber lenkt und mit sanity ok naja ich würde mich mal drinnen lassen oder messi oder ronaldo bruder beide natürlich legenden bruder war dann natürlich legenden aber das ding ist sehr sieben bleibt auf jeden fall für mich der größere gold weil ich kann mich mit dem wie soll ich sagen mehr identifizieren generell von seiner art und weise von seinem mindset bin ich mehr mit sehr sieben aber beide sind natürlich legenden beides muss man respektieren was den fußball erreicht haben also muss man auf jeden fall respekt sollen bei der durch messi navel do messi als sich gerade als profil bild das ne crufer bis hier gerne aber ich glaube ich mache ja wohl weiß hat auch schon was aber ich glaube ich nur goldene dusche kommt schwarzlicht er kommt goldene dusche messi gut hier ist allerdings ne alles verschiedene meinungen ein bruder wie du was das ist für ein auto oder ich akzeptiere bei der blu wenn wir beide können etwas besser als andere klar oder klar oder video das auto ne oder das kann man in mein auto ein bruder komm mal in mein auto ein und fahr mal im kreis wird check mal davon die lenkung ich soll jetzt zum tern so ok ok ich dachte du hast gar nicht gekauft oder ich war mal einmal um den blog ich komme gleich zu dir ok oh mein gott leute ich wünschte ich könnte damit aber fahren dagegen geht ja er hat schon was lecker ihr wisst nicht die allein schon einfach diese goldene felgen fühle ich am meisten das ist ich hoffe euch sagt er bekommt chicano was die chicano sowieso eigene welt deren art und weise deren mucke deren karen deren tattoos nein aber wenn du müsstest wenn du müsstest und intern nicht gibt welche von würdest du nehmen aber ich glaube ich wäre dann von palermo bruder also wenn interesse ich gebe also ich war ja ich habe sowieso sympathie zu palermo bruder ich würde da glaube ich safe palermo nehmen bruder aber es hätte auch was auf viel anfluss hätte wir halt auch so mein leben so weißt du ich habe vor ich wäre in einer anderen stadt aufgewachsen oder hätte mit einer anderen stadt was zu tun dann vielleicht auch wissen wird auch eine andere mannschaft gewesen sein aber zum glück in das nummer 1 bei dem video video warte mal folgt wie mal bruder wollten mal wurde lasst uns mal hier gehen lasst uns mal folgt wie man das mal auf entspannt dahin gehen wenn es geht welche mannschaft würdest du nehmen angelo er zu dein verein aber oder kann auch sein kann auch sein könnte auch sein ich hoffe nicht aber stellen wir vor man werden wieder entfernt man weiß nie woher wie das leben ist weißt du ja palermo damals wurde serie b geschickt weil die ich spiel gekauft habe ich habe vor wie ein milan fans bruder kannst du das vorstellen digga so ein leben als milan fern also nichts gegen milan ne aber diggi könnt ihr das vorstellen das fühlt sich so komisch an ich das fühlt sich für mich so als muslim sondern würde ich so aram vielleicht würde ich schwein essen da jetzt auf richtig ernst die angelo ich sag schon angelo komm mal bitte her wo da oder wie geil dass sie aussieht am besten wir gehen würde das ist einfach hier so parken ok aber hinter sie politische gruppe schade dass lukaku und hakimi wechseln oder 100 pro schade auf jeden fall aber was soll man machen oder leider sind wir nicht so ein ölkonzern dann passieren solche faxen weißt du leider hat uns die pandemie damals dick getroffen und schlechte erwirtschaftungen dass wir sowas leider machen müssen dass wir die alle zwangs verkaufen mussten ok mit was sagst du bruder mir wäre besser weil meine jürgische seite alle basse fans sind und jürgische leute fein mess hier als ob er heilig ist so ha bis gewahrt was sagst du zum patzer von radio kostet euch wahrscheinlich die meiste schaff oder das ist nicht sein patzer ist nicht sein patzer natürlich hatte auf jeden fall er war am ende erst am ende der torwart er ist am ende der boom an aber bruder es ist nicht sein schuld erste tor es hätte so oder so kein torort gehalten aber das ding ist einfach bruder die flanke hätte man nicht erstens durchlassen müssen hat man besser verteidigen wie viel besser könnte man das zu verteidigen und dann unseren innen verteidigert der brei der deck keine arnauto wird sondern federico die mark oder 173 ist macht keinen sinn ist so klar dass er zu einem kopfball kommt dann ok da haben wir auf jeden fall deren erstes tor gemacht dann der einwurf von perisic perisic seine einwürfe sind bekannt dass sie mit seiner wucht kommen mit wie vor seinem eckball natürlich nicht 1 zu 1 wie ein eckball aber die kommen mit einer wucht er kann die sehr weit werfen er wird mit voller kraft richtung der frei schon wieder der frei lässt denn durch in letzter sekunde minisekunden hast du zeit in seinem wichtigen spiel mit deinen ersten einsatz in zwei jahren zu entscheiden was du machen sollst und hinter das fußball ist so der torwart baut das spiel auf leider unglücklich ist der baller mit der reingegangen aber perisic hätte wie jeder andere einfach ins gegnerische hälfte werfen somit hätte sein können dass auch da der gegner den ball bekommen hätte aber die mannschaft hat steht da meistens perfekt und wenn die auch nicht perfekt gestanden hätten hätten die auf jeden fall genug zeit dass die abwehr und die ganzen spieler dazwischen gekommen wären es ist nicht die schuld von radu man will immer ihnen diese schuld gehen weißt du ok jungs was gibt die für dings was gibt die für bewertungen bei mein auto das ist man mit chat zusammen machen chat was sagt ihr ich hoffe ich habe ein ding ich habe einen taschenlampe was sagt die leute leider kann man die perleffekte nicht so geil jetzt erkennen weil es nacht ist aber hier kann man das noch ein bisschen sehen in diese blaue farbe 8 von 10 sagt so bruder wie du total ist eigentlich nie schuld aber ja oder das ist das ding bruder oder man hätte in tauch die schuld geben können die hatten über 20 schüsse wo waren die tore von den offensiv männer wo waren die tore von den offensiv männer mit torwart das ist das ist grundschul fußball das ist f jugend fußball wo man sagt torwart schuld er hat ihn kassiert digga nicht so einen schuss kommen das ok wenn wenn das so ein patzer wäre wie bei karius aber auch nichts in karius ich will wir können das immer leicht sagen aber karius da kann man sagen ok so ist passiert ich albern aber das bei radu das kann man gar nicht vergleichen 8 von 10 ok maxi sagt man auch eine bewertung dann gehen wir das zum auto von links 2 mal 8,5 das war für dich mehr aber goldene und fühle ich nicht so 7 von 10 ok oder ok trotzdem auf jeden fall wie heißt es noch mal hier heißt es noch mal konstruktiv oder weißt du ich wollte erstmal weiß machen aber egal blau gelb was schon ok das ist das auto von mido oder mido ich sagte ehrlich diese logo für die schnelle bruder diese logo weg machen bruder aber an sich geil spoiler soft ich finde ich merke ich habe mir den spoiler gar nicht gewählt aber egal aber du hast auf jeden fall eine eigene art von spoiler gewählt was auch gut aussieht und die felgen auch was neues es sieht aus wie so einen vision mauer es gibt mir heute schon eine mauer wo ich das noch nie gegessen ab der gern oder draußen sieht das geil aus drin diese pink nicht so aber ich weiß nicht bruder nicht dass du denkst dass ich sage also das vielleicht schlecht bewährte bruder ich will gar nicht in diese dings kommen diese farbe von draußen geil aus oder generell von außen sieht gut aus aber dieses bild und diese pinke sitze machen das bisschen kaputt oder weiß aber 7 7,5 bekommst du von mir oder 7,5 7,5 hast auf jeden fall bruder aber auf den aber wichtig ist ja dass du das fließt oder wenn du das mit drin mit pink und diese bild füße gemacht die felgen sind doch gelb oder wegen dem pink spoiler ja dieses pink ist bis halt albern aber sonst ist gut das anderes auto holen ja kommen oder welche auto soll jetzt so ein video warte jüngstiger ich werde hey copyright musik so unbedingt gerade ist amerika sein und spoiler ach so spoiler meister okay aus garage oder soll mich neue auto kaufen also hast du gehe ich bruder oder ist knapp bei dir war wurde ich habe mich verliebt in dieser auto das neue auto objekten bruder wenn du kärschen wenn unser kärschen weg ist bruder vielleicht kommt denn jetzt irgend so ein glitsch im litsch oder sowas keine ahnung vielleicht so was in der art und dann haben wir auf jeden fall wieder ein bisschen bunkern und so ab oder geabwertung gegen abwertung gegen die celte aber ich gucke mal kurz neue autos gut mal kurz neue autos natürlich aus der filter nach ganz oben mein batz habe ich letztens cool herrin sultan vertraut mir gerade geht ja fühle ich anders bewerte meine autos ok war der bruder gleich du bist schon da oder diese reifen to match oder holmer habe hat schon was sind die farbe scale oder es sieht halt aus wie so ein hotfields auto an sich alles äußere scale die reifen nicht so meins bruder ok das sieht noch geil aus die farben und passen auf jeden fall oder ich sagte ehrlich ich sagte ehrlich ich finde auch innenraum mit dem orange und welche farbe das auch gerade ist es sieht gerne aus bruder aber dieses bild von dieses mädchen und diese reifen nicht so meins aber du bekommst auf jeden fall eine geile 8,5 oder 8,5 safe das wurde mir vorgeschlagen der typ sympathisch maxi danke die brau ihre mann bruder danke dir ich kann ich kann nicht mehr so hart geht ja fühlen ja damals ein jahr immer nach schule mit freunden gespielt und hat ein gefühlt alles und damals war schwere geld zu bekommen ja ja bruder das stimmt aber auch auf den angelo ich habe auch gefühlt jetzt geht ja zuletzt habe ich geht ja richtig zu 2017 gesucht wird das sind krass sind fünf jahre her es sind fünf jahre her das ist schon echt krass tg damals habe ich in gta gearbeitet sowie live der gewicht auf dem straßenbau gearbeitet habe so habe ich meinen jedem penny hier geackert danach zuletzt habe ich glaube ich einmal ein bisschen gespielt wo dieses casino rauskam wisst du noch casino wo das neu war aber ich glaube das ist auch 2019 also schon einige jahre her aber letztens wir haben jetzt seit einer woche oder drei wochen haben wir angefangen mit unseren tuning treffs dann ist das game so geil wieder ne also ich fühle nur das tag einfach mit euch unsere autos zu vergleichen auf den angelo bro wenn du du hast ja auch glaube ich jetzt online zeig mal gerne deine autos irgendwann der nix machen tuning treff lass uns auf jeden fall das machen oder vertrauen wir das hat schon vibes das ist einfach ein auto für fahrt finden der schaufel ist da gepäck des urges das jurassic park beginnt man so ein jaguar wurde das ist das richtige auto für green piece und so also das helfen ist auch da richtig ich habe nur drei millionen weißt du ich war damals xbox aha sieben von zehn ja ich würde auch glaube ich ist halt nur mein geschmack ist halt nicht mein geschmack aber ich glaube mal wenn man das fühlt dann fühlt man das eben aber für mir eine fünf ist halt nur mein geschmack solche autos ich bin so mehr fan von drifter autos oder von dings sport autos wie du das mein auto oder einkaufen meine ich also wenn du kärscher ist mein auto kaufen ob ein auto könnte noch auf entspannt juni oder also kaufen dann tun dann gehe ich glaube ich auch wenn es auch eigentlich nicht so mein geschmack aber stramme sieben von zehn und maxi auf jeden fall ein stabiler junger der gabe konstruktiv digger das auf jeden fall immer wichtig wie jeder im chat beide kurz bruder hast du der bris hier am dings am hoch nicht hatte du bist da egal egal was jetzt passiert ich suche mir jetzt ein geiles auto was wir tunen könnten obwohl mieter man könnte so ein umsonst auto nehmen oder so wie diese dinge jester bruder ein video guckte mal kurz streamer wollen wir dieses auto tunen oder nee das ist kacke ich bin ich bin seit 2014 schon mit jungs wenn der stream weiter läuft sagt auf jeden fall bescheid hey jetzt bist du wieder da stabil stabil ich hoffe ihr habt mich noch eben gehört gehabt wo ist der charakter von video digger der ist gerade einfach diese aufgehauen wegen internet hab nichts verstanden bro ja wo der schade ich sag gleich wieder wieder wenn es geht schickt man neue einladung auf den maxi du bist ja sowieso nur auf den kanal dann weiß ich sag ich mal jetzt eine sache drei uhr kurz vor drei mann router startete man neu deswegen fängt leckte aber ganz kurze stream aber auf den bruder ich bin ich bin mittlerweile jetzt gelernter straßenbauer mittlerweile gelernte straßenbauer hat 2014 lehrer angefangen also das heißt 2014 war ich auch schon mit der schule fertig weißt du 2014 ist moselini auf straßen bauen wie hamburg in deutschland das pink auto 10 von 10 ich würde auch 9,5 gehen ich weiß ich kann keine ich bin einer ich weiß nicht ob ihr das fühlt oder ob ihr der meinung seid ich kann nie so eine stabile komplette 10er bewertung bei irgendwas kann ich denke mir man kann immer besser machen ist das meine also nichts gegen video oder sonst jemand bei jeder sache ich habe immer die hoffnung es gibt mal ein bisschen besser wissen was ich meine aber eine 9,5 hat er von mir das ist auf jeden fall mein geschmack wenn ich stimme an und aus und anders wie hört man das nicht mehr hört man das nicht mehr ich hoffe man hört mich was sehr stabil was sind deine arbeitszeiten aber oder meine arbeitszeiten sind ich muss um sieben uhr da sein bis sechs sind über 30 aber muss natürlich allerdings ein berechnen man muss natürlich allerdings ein berechnen arbeitsweg also hin und rück das sind meistens auch zwei stunden man muss sich auch bereit machen und so ist schon man ist meistens von 6 uhr bis 18 uhr von 6 uhr bis 17 30 bin ich meistens immer unterwegs zu nicht zu hause auf handy und rede ein stabil wieso spät wach oder weil ich knacks habe weil ich knacks habe jetzt geht wieder okay perfekt oder perfekt 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 wie kommen raus oder wie kommen raus bin ich bei dir drinnen ja ja okay ich bin bei dem oder maxi ich habe auf jeden fall knacks oder dieses straßenbau seit sechs sieben acht jahren hat mich das kaputt gemacht und deine gebäude ok oder aber was machen wollen wir ein neues auto wollen wir uns ein neues auto also ich kann kaufen ich würde sagen dass uns noch ein team dann gehe ich auf jeden fall auf der auf denen es ist spät eigentlich spät ist ein bremd wort auf diesem kanal schlaf sowieso jetzt wichtig ist unbedingt die nächsten fahrer gefahren denn das sieht schon hier sieht es schon geil aus dieser dings mit diesem blau mit den goldenen felgen aber vielleicht gebe ich diesen auto so weiße neon kids vielleicht sieht das dann noch geil aus oder warum hast du deine scheinwerfer du du machst sie alle in arena werkstatt war noch kurz okay ist es halt wieder so ein hot wheels auto aber das fühle ich ein bisschen mehr als das auto davor an er was da kam also vor die spinke reifen halten auch nicht mein geschmack diese fetten reifen aber eine 7 hast du ich feiere das immer wie du das äußere machst aber reifen nie so meins oder deine reifen aber die sieben hast du bruder die sieben hast du an diese reifen 0 meins farbe hast du gut hinbekommen bruder einmal kurz ich gucke mal ganz auf tiktok oder so gute tune autos oder best tuning car oder warte ich gucke einfach in google best tuning cars gta ne ich geh lieber auf tiktok da hat man auch sogar ein video aktuelle videos könnt ihr mal gucken best tuning wurde best tuning cars gta 5 ok let's go let's go ich würde mal sagen lass uns noch ein auto kaufen und dann gehen wir oder warte ich komme gleich der noto warte karin foto gtx oder erstmal vielleicht karin foto gtx wenn du coins ist ja schon klein seger wenn du sie wenn du ein paar geld wenn du money hast oder warte ich und mir dings das ist halt der nahrze im heiland dauter angelo was sagst du wurde das ist sogar bisschen aus wie das trikot von denen dieses jahr ich weiß nicht bruder es ist matt es ist gut bruder aber es ist auch sehr viel rot bruder aber eine 7 bekommst du von mir 7 7,5 bekommst du bruder aber ich hätte eine andere farbe genommen ich hätte eine andere farbe genommen wie das äußere bekommst du deine 7,5 in der 7,5 hast du aber die farbe dieses farbe müssen wir dies auch eigentlich abstechen der stark ist diese hammer wir müssen bei sie nehmen da gerne bei sie die farbe mit dem kratzer sieht es schon besser aus als wäre der als wäre dies auch über der kurva nur zu geparkt worden sein ich gebe auch sieben ja ich habe hier so ein auto bruder das heißt karin karin foto gtx bruder ich glaube damit kann man auf jeden fall noch was machen wir brauchen für das auto glaube ich 700k vielleicht hast du es ja sogar ich bin mir nicht sicher karin karin boosters oder ich weiß nicht ich habe das gerade angemacht oder guck mal im stream sagst du das wäre geil das sieht aber auch eben jetzt hässlich aus irgendwie fühle ich das jetzt gar nicht mehr ihr sagt die wir sollen das auto tun man könnte das machen man könnte das machen also ich glaube was man immer aus dieser karte aus dieser auto was rausholt wenn das wäre wild was sagt dir was ist das denn bruder oder das sieht aus wie dieser vierte ja das hat das sieht hin geht ja schon lustig aus der sagt der richtige damals wo ich meine ausbildung neu angefangen hatte damals wo ich meine ausbildung neu angefangen hatte da war ein junge der hat sich für 14 k dieses auto fiat geholt in neu in neu in neu in neu wir dachten uns ey brudi sei das auto gegönnt aber für 14 k dieses auto zu kaufen neue wagen war schon blöftiger aber wir sind trotzdem wir sind trotzdem mit dem auto und da sind wir wie viele waren wir drin ich glaube da haben viele Leute reingepasst er hat uns wir waren glaube ich zu siebt in seinem in seinem auto drin alle azubi er hat uns ist so ein bahnhof gefahren und dann sind wir von da jeder mit seiner bahn nach hause gefahren ich glaube gute nacht forsa hinterbro brav gutenachtsschlafhut angelo und bleib gesund wir sehen uns morgen ok herr baby forsa hinter der japan japan wiskabasa was ist damit bruder achso du meinst auf den ne abo bruder war einfach penner bruder oder gehen wir kurz er wacht nicht auf digger der ist nicht aufgewacht digger hä kann ihm nichts passieren oder was äh youtube fake blut alles fake hier auf jeden fall was hier passiert liebe ja Liverpool haben wir noch zum glück gewonnen hinterlager aber sonst wie durch macht glaube ich den hier wollen wir sonst sehen wir machen ich glaube ich glaube oder ich gehe glaube ich kurz immer fifa rein bruder ich gehe einmal kurz fifa rein bruder nein was ist fifa rein ne fifa hörte vorbei digger was wollen wir machen bruder dann sollen wir noch ein auto holen wenn ja lass mal jetzt schon mal damit anfangen aber dann sollen wir ausmachen warte ich ich glaube lass uns lieber ausmachen hast du schon drei uhr wurde ok ich glaube ich mache sogar GTA aus lass mal morgen weitermachen fangen an auf twitch zu streamen lohnt sich mehr oder 100 pro body du hast auf jeden fall rechts oder vom ding her twitch lohnt sich auf jeden fall mehr das ding ist auch die zeit die ich in youtube investiere die zeit die ich in youtube investiere oh warte kameras kurz ich wollte wieder verbessern yeah das ding ist ähm oh scheiße meine mütze ist ein bisschen nach unten gegangen ne meine beanie warte mal ok die play sieht jetzt aus ähm das ding ist brudi maxi oder auch die ganzen anderen twitch ist eigentlich es würde sich save 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 twitch würde sich viel mehr lohnt weil bei twitch je mehr du da durch siehst desto mehr wärst du da gegönnt man könnte theoretisch aus dem finanziellen respektive würde man schon da direkt viel würde man auf jeden fall viel schneller geld verdienen aber das ding ist ich habe auf youtube schon angefangen und wäre eigentlich dumm wenn ich die rüber wechseln würde aber ich werde auf jeden fall langsam auf alles so aktiv werden alles mit der zeit und man muss auf jeden fall alles füttern so weißt du okay bro ciao bro ciao ciao so auf denen das ding ist einfach erstmal youtube durchziehen auf instagram bin ich auch aktiv mit der zeit dann auch vielleicht bis auf tik tok digger aber nicht so dass man also cringing content sieht oder da habe ich werde auf jeden fall den dings ich werde glaube ich auf jeden fall ich würde dafür sagen dass auf tik tok ein bisschen qualität reingebracht ein bisschen niveau und so weiter und so fort aber mit der zeit dann auch twitch aber muss auf jeden fall alles ein bisschen füttern weißt du irgendwann kommt man schon in diesen rhythmus irgendwann kommt man auf jeden fall in diesen rhythmus da kannst du einfach auf twitch alles machen was du möchtest und du lädst dann einfach davon die highlights zusammengeschnitten auf youtube hoch und das machen ja eigentlich die großen creator mittlerweile viele produzieren nichts mehr sondern laden einfach so highlights und so hoch und muss einfach an diese flow reinkommen aber ich bin sogar dafür man sollte egal wie groß man auch ist bisschen so eigenen content machen das machen nur meine man macht die richtigen gaming youtuber die man manche machen das noch aber alles mit der zeit bruder genau oder mir wo mach abwechseln ja alles mit der zeit auf jeden fall danke für die tolle zeit ehre man wieder ehre man gute nacht mosien maxi ja leute ich will mal sagen ich will mal sagen auf süß wir haben 29 likes check mal ab ob ich schon mal ob ihr heute schon den like button nach oben gedrückt habt dass uns mal süß die 29 voll machen wir haben heute wieder fünf stunden und zehn minuten gestreamt das auf jeden fall eine sehr menge dass auf jeden fall sehr viel krass wir hatten heute ungefähr also krass dass wir noch so viel am start natürlich sind wir gerade zwei es ist auch in der woche aber zum glück haben wir uns alle wir wachsen wir werden immer besser und besser wenn wir sowieso freitag plus 20 30 da wenn wir durchdrehen bitte nach ich geh auch gute nacht bis morgen bis morgen schlaft alle gut schlaft alle gut wir sehen uns morgen meine habibos bleibt alle gesund ihr seid die besten dank für den support einfach alle einmal auf süß ein like button den like button nach oben drücken und als die neue seit abonnieren block aktivieren wir sehen uns am morgen ok danke für unseren support